Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Guten Abend. Fett. Guten Abend. Die ist auch noch da. Ja, guten Abend. Hast du, was soll das heißen? Naja, weil du der Einzige bist, der noch nicht guten Abend gesagt hat. Ich kam noch nicht dazu. Ich wollte erstmal gucken, ob hier alles läuft, wie es soll. Also. Ja, ist so. Läuft alles? Schön. Ja, wir haben schon wieder neue Gäste. Heute wirklich, oder in letzter Zeit. Premieren, Premieren? Ja, total. Also wir sind da, oder? Jede Woche ein neuer Gast. Premieren über Premieren. Ja, Chirus war letzte Episode da mit David Zawodny hier, den du auch gesehen hast, den Film der Hotelpage und so. Die waren, Chirus war ja schon zwei, drei Mal bei uns, aber David war auch das Premieren Gast gewesen. Und jetzt haben wir noch einen. Aus der Riege. Den einen haben wir schon erkannt. Classic Dave. Juhu. Ja, den kennen wir. Dave ist am Start. Heute erstmal mit Bierchen in der Hand, ja. Heute könnte feuchtfröhlich werden. Prosit, weil der neue Gast nämlich einen Sechser-Träger mitgebracht hat. Richtig gut. Prosit der Gemütlichkeit. Den kennen wir heute. Ich dachte, wenn man schon mal zum ersten Mal hier zu so einem wunderbaren Podcast geht, dann bringt man auch was mit, oder? Sehr anständig. Ich bin so erzogen worden. Ja, das ist eine anständige Erziehung, die du da genossen hast. Das meine ich doch. Aber Dave, dann kannst du ja mal unseren vierten Gast vorstellen. Sehr gerne, sehr gerne. Es ist mir nämlich eine große Ehre, Pascal vorstellen zu dürfen. Pascal ist schon lange ein Kumpel. Ich würde ja gerne sagen, bester Freund, aber bester Freund darf Conny ihn nennen. Conny hatte ich im Sommer mal mitgebracht, das erste Mal hier im Podcast. Klimaschützer Conny Karkos, KKK. Genau, die beiden kennen sich auch schon sehr, sehr lange. Und habe erst vor kurzem erfahren, vor ein paar Monaten erfahren, dass Pascal nicht nur so richtig arbeitet, sondern der ist auch noch Synchronsprecher, was also thematisch hier auch echt cool zum Podcast natürlich passt. Und ist offenbar keine richtige Arbeit. Natürlich nicht. So wie du das gerade. Genau. Hinterhergeworfenes Geld. Ja, da können wir nochmal drüber sprechen, ob das wirkliche Arbeit ist. Also würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Alter, natürlich ist das Arbeit. Ey. Aber wie? Oh. Okay. Aber ich bin noch nicht, das kann man sowas fragen, auch nur Leute, die es noch nie gemacht haben, oder? Nein. Also ich weiß schon, was dahinter steckt. Ich habe mir schon zu viele Pornos angeguckt, um zu wissen, dass es harte Arbeit ist. Ja, da ist es richtig Arbeit, glaube ich. Ich glaube, bei jedem kreativen Beruf, da wird immer so ein bisschen hinterfragt. Der ist Texter, der muss ja nur so ein bisschen schreiben. Der ist Artdirektor. Aber der schiebt ja nur so ein paar Pixel hin und her. Das wird immer so ein bisschen in Frage gestellt. Aber ich bin noch kein Synchronsprecher, muss ich dazu sagen. Ja, das stimmt. Ich bin Voice-Over-Artist. Boah. Also spreche für Werbung, Dokumentation, E-Learning, so ein Quatsch halt da ist. Aber Synchron soll später auch nochmal kommen. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit hier am Start bist. Also ich verbringe immer sehr, sehr gerne Zeit mit dir. Und vor allem. Tito. Habe ich auch schon vor langem dann gecheckt, ah, okay, Pascal guckt auch gerne Filme. Und wenn er sich Filme reinzieht, dann haben die auch ein gewisses, oftmals Niveau. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Ja, ist klar. Dave guckt nur Filme mit Niveau. Logisch. Ja. Nee, also hier, ich werde, wurde mal in einer Kinoklicke auch von Jiggy zum Beispiel als Arthouse Dave bezeichnet. Und da war ich dann manchmal der Einzige, der sich so eine Filme reingezogen hat. Und als ich dann mitbekommen habe, okay, Pascal zieht sich auch so hier das Meer in mir rein zum Beispiel, da habe ich gedacht, okay, cool, Alter, den feiere ich. Ich feiere dich auch. Und dein Filmgeschmack und deine kranke Sammlung vor allem. Ja, stimmt. Die Lover sind die ja. Oder? Hier, die beiden. Hier los, ey. You're happy. Man, you're a lawsuit waiting to happen. Geil. Aber beide gedrückt. Alles gedrückt, ey. Über deine Sammlung habt ihr bestimmt schon mal gesprochen, oder? Über deine Filmsammlung, wie groß die ist und was du da alles so für schätzt hast. Ja, das war einfach eine Sammlung. Stimmt. Videospielsammlung ja mittlerweile. Die ist größer als die Filmsammlung mittlerweile. Noch nicht, aber ich habe, ah, noch zwei fehlen mir, dann habe ich auch die Viertausende Marke gekackt. Bei Spielen? Alter, hör doch. Ich freue mich über meine 4.800 Filme und der kommt hier schon mit Videospielen 4.000, wo er vor drei Monaten mit angefangen hat, die Videospiele zu sammeln. Dreieinhalb Jahren. Aber ich arbeite halt hart darauf hin, dass ich in der Rente gut beschäftigt bin. Und dann egal für welche, also für Play, für Nintendo, alles, ja? Genau. Doppelte mal aussortieren. Das habe ich ja gemacht. Deswegen kam mir immer neue dazu, aber die letzten zwei Jahre weg investiert, um ein paar Doppelte und Dreifache zu verticken. Ah ja. Ja, siehst du. Das war ja mal beschiss bei deiner Sammlung. Wenn man deine Doppelte und Dreifache alles gezählt hat, weil du die in einem Blu-ray kaufst. Ja, 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 komm. Aber gut. Bei der ersten Folge habe ich doch die Real-Statistik ja mitgebracht. Ja, stimmt. Du hast es trotzdem noch die Nase vorn. Aber ist ja auch kein Wettbewerb. Und ich war ja auch nicht so drauf, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, als wir beide diese Online-Plattform für die Filmsammlung benutzt haben, wo dann ein Typ, ein User, jede einzelne DVD, die in irgendeiner Box 48er Star Trek Box als einzelnen Filmen sozusagen gezählt hatte. Ja, das ist natürlich bescheidend. Okay. Wie der Simpsons-Folge ist eigentlich. Und Gess, der Pöbler, hat den Typen dann auch extra nochmal angeschrieben. Er meinte, wie du das machst, ist falsch. Ich habe ihm geschrieben, dass er ein bescheißerter Hurensohn ist. Ja. Etwas direkter ausgedrückt. Gess weiß Bescheid, Alter. Richtig. Er zieht ehrlicher Sammler wie mich, zieht er dann in den Dreck damit. Ja. So sieht es aus. Ja, Dave ist ja, für diejenigen, die sich gefragt haben, die Auftragsführung, wo wir die dann alle herkriegen. Dave ist schon einer der größten Anlaufspunkte bei uns, weil es öfter mal so, dass wir einen Auftragsfilm oder einen Losfilm dann einfach aus seiner Sammlung uns schnappen. Ja. Und der uns das ausleiht. Und dass wir sagen, bringen wir zum nächsten Mal den und den mit. Ja, sehr, sehr gerne. Ich leiste dir immer gerne Beiträge. Ja. Und ich feiere das natürlich enorm, dass du auch UHD-Scheiben hast, obwohl du selber gar keine Möglichkeit hast, die abzuschneiden. Doch, doch. Ja? Mittlerweile? Ja. Oh, wait. Okay. Hat sich was getan. Endlich, ja. Okay. Wobei, doch im Moment gerade nicht, weil der 4K-Player den nicht hatte. Ich sag nicht, welcher Hersteller. Der war richtig scheiße. Der ist nach zwei Stunden, das war dann so ein bekanntes Problem laut Hersteller. Nach zwei Stunden ist der einfach eingefroren. Also egal. Jeder Film, der zwei Stunden Länge ging, nach zwei Stunden fried der Film ein. Was ist das denn? Und man musste komplett diesen Scheiß-Player ausmachen vom Strom nehmen und dann eben nochmal vorspulen. Ach, das ging dann aber. Ja, ja, aber trotzdem, alter Wende. Was ein Geficke. Ja. Vorspulen. Zuletzt Shining geguckt, schön an der spannenden Szene. Oh, wie ätzend. Ja, voll. Deswegen den Player habe ich wieder zurückgeschickt, die Scheiße. Und jetzt brauche ich halt einen neuen. Okay. Jetzt ist ja bald Black Friday, mal kicken, ob es da irgendwelche Angebote gibt. Wieso würdest du die Firma jetzt nicht nennen? Weil ich meine, wir haben hier einen Bildungsauftrag. Die sollten wir unsere Leute vorwarnen. Das stimmt. Aber die Firma, die hat auch meinen Fernseher hergestellt und den liebe ich ja. Worauf reimt sich denn die Firma? Auf Pony? Auf Pony oder so? Die Kurzform von Gangster. G-Star? Nee. Was? Kurzform von Gangster? G. LG. Nee, was? Ja, vollkommen richtig. Darauf reimt die sich. Lil G. Lil G, genau. Die Rede ist von Lil G aus Compton. Wer kennt die? Tim Highton West Coast Rapper. Lil G. Lil G hat in seiner Hütte in Compton auf jeden Fall einen Fernseher und funktioniert nur zwei Stunden. Der Lüt ist die von Hand. Ja, genau. Der Vollkrieg-Player ist nicht zu empfehlen. Nach zwei Stunden geht er aus. Okay. So lange wie ein Mixtape. Ja. Vielleicht von den Millennials entworfen das Ding. Keine Filme über zwei Stunden. Stimmt, ja. Das ist genau seine. So ist der Quibli-Kart. Gleich so eine Restriktion eingebaut. Leute, guckt euch nicht so lange Schinken an. So, wäre auch eine Idee. Ach, und dazu kam noch, dass der bei den UHDs auch so extrem laut geworden ist. Also, als wenn die mehr Hitze irgendwie verursachen und mehr gekühlt werden müsste. Total abgefahren. Wie geht das denn? Abhängig von der Scheibe dreht dann der Lüfter. Blu-Ray und DVD ganz angenehm leise und bei UHD, auch nicht bei jeder, aber bei vielen dann einfach richtig laut gewordene Teil. Ja, weil das ist ja schon auch was, was man an den Konsolen so ein bisschen kritisieren kann. Ich meine, die spielen die Dinger auch ab, aber die sind dann schon hin und wieder echt laut dabei. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal für die Amateure kurz erklären, was UHD ist? Also Amateure wie mich? Ja, 4K. Ultra High Definition, genau 4K. Und das ist noch höher? Ach, das ist 4K. Das ist nicht auch besser als 4K. Naja, UHD ist rein technisch gesehen noch nicht genau 4K. So eine Stufe davor. Okay. So ein bisschen wie dieses, wie hieß es damals? 720p war HD-Ready und Full HD war dann 1080p. Mein erster Riesen-Flightscreen war auch nur HD-Ready. Der war nicht Full HD. Und deswegen die UHD-Scheiben sind meistens, glaube ich, 21, 60. Das sind noch keine vollen 4K. Genau. Oft wird der Film einfach hochskaliert auf 4K, aber es ist nativ nicht 4K abgelegt. Aber das ist dann eh nochmal ein Riesenunterschied, finde ich, ob der Film eben auch schon in 4K gedreht wurde. Weil da siehst du dann schon, da siehst du echt einen Unterschied. Und das schockt. Also, ich meine, Schock generell, so ist eh geil, auch wenn die hochskaliert sind. Aber gerade so bei den neueren Filmen, das ist dann schon heftig. Sieht cool aus, ja. I like it, but do not understand it. Technik. Technik-Guess, ja man. Aber sieht schön aus. Apropos, den hatte ich doch auch irgendwo. Ja. Da ist er. Technik-Guess. Ne, aber wir hatten den von Hoffi. Das war der Dings, das war der SMS-Hase, wo du nachts anrufen konntest und hat dann alles nachgesprochen, was du da... Hier, Original war es Hoffi, pass auf. Technik-Guess. Ja, ach, da hast du mehrere Ausführungen gleich. Ja, geil. Ja, siehst du, ich bin bekannt dafür, dass ich hier technisch auf hohem Niveau agiere. So, Freunde, ich würde sagen, wir erzählen noch was für eine Support-Episode vorgestern an Projekten rezensiert haben und dann geben wir uns Eingemachte. Ja. Intro, oder? Reicht. Reicht. Ich freue mich, dass du da bist, Pascal. Ja, sehr schön, wir freuen uns auch. Ja, thanks for having me. Of course. Danke. Ach so, ja, weiß nicht, willst du noch sagen, wo du so mitgemacht hast? Ja, wo ich so mitgemacht habe? Ja, wo du auf welcher Doku von Richard Attenborough du denn deine Stimme geliehen hast? Nee, das sind keine, das ist ja noch relativ in den Kinderschuhen so, also ich hab zum Beispiel bei so... Oder ist das so bei Grundschulen so im Sachkundenunterricht, dass irgendwie so eine Chemie... Weißt du was, wenn die Schule bezahlt, dann mach ich auch das so. Ach echt? Natürlich. Wie geil. Nee, ach so, zum Beispiel, ich übernehme dann so einzelne Rollen, wie zum Beispiel, kennt ihr Uncovered auf ProSieben diese Doku, mit diesem Thilo Mischke, der dann in irgendwelche Kriegsgebiete fährt und da aufklärt, was weiß ich, also mit Rebellen spricht und bla. Und dann übernehme ich halt den deutschen Part von so einem Rebellen, von so einem Wilderer oder sowas und erzähle, wie ich irgendwelchen Nashörnern das Horn abschneide und für so ein Monatsgehalt irgendwo verkaufe oder so. Konntest du das mit der Freundschaft zu Conny als Klimaschützer vereinbaren? Ich hab's deswegen gemacht, um mal wieder ein bisschen Spannung reinzukriegen in die Beziehung. Das ist so langweilig geworden. Naja, aber sowas ist es dann tatsächlich. Also irgendwelche Rollen bei Dokus, ja, Dokus, also das nächste Ding, was jetzt kommen wird, hoffentlich ist für D-Max, für so eine sechsteilige Doku, ich weiß noch gar nicht, was es ist, 45 Minuten und mal gucken, was es dann wird, ob es irgendwie Autoprolls sind oder keine Ahnung. Auf jeden Fall darf ich das Voice-Over dafür übernehmen, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist echt gut. Hört sich wieder an. Das kann ja Dokus tatsächlich versauen, so ein falscher Narrator oder so eine... Schlimm, auf jeden Fall. So ein Mäuschen, wo du denkst so, Alter, okay, die ist hier komplett gelangweilt. Bam, lass das Horn vom Nashorn ab, verdammte Axt. Hoppla. Hoppla, die Weitweh. Hoppla. Hoppla. Ja, das ist mir auch immer noch peinlich, wir kennen so lange und ich wusste, wie gesagt, bis vor einem halben Jahr nicht, dass du auch diesen Job machst und hab dann dann auf deinen Hinweisen die Website abgecheckt und gleich das erste Ding. Weil ich dachte, ey, natürlich, Alter, BVG, Werbespot, der auch im TV lief und im Kino glaube ich auch. Ich hab den damals noch wahrgenommen und dachte mir, ey, die Stimme, die kenn ich irgendwoher. Das ist klasse, das höre ich hin und wieder mal. Geil ist, dass ich letztens, ich hab bei Leckerstrom Gas und Strom abgeschlossen vor einer Weile noch und hab einen relativ günstigen Preis bekommen und musste dann in der Warteschleife warten und merke so, ey, scheiße, das bist du ja, weil ich diesen Job damals vor drei Jahren angenommen hab und es voll vergessen hab. Also so ein Kram ist dann auch mal zwischendurch so eine Warteschleife oder so oder wie gesagt, so Werbespots und so ein Kram. Und ich mach das tatsächlich auch erst seit 2012, 2013 oder so, weil eigentlich bin ich ja Copywriter und war in der Werbung unterwegs und hatte dann ja nicht mehr so einen Bock auf Agenturen und so, bin deswegen selbstständig und deswegen kann ich jetzt auch dieses Voice-Over-Ding machen. Weil die rufen halt an und sagen, ey, um 11 Uhr brauchen wir dich für Audiodeskription für Wodoku oder wie auch immer und da musst du halt spontan hin und das funktioniert nur so und das wächst aber auch langsam. Also das ist noch längst kein Standbein, wo ich sage, geil, davon kannst du leben, aber das soll's mal werden, weil das macht auf jeden Fall mehr Spaß als, ja, sich die nächste Werbekampagne auszudenken oder so. Also eine geile Stimme hast du ja auf jeden Fall, das kann ich dir ja testieren. Finde ich geil. Vielen Dank. Und der V-Copywriter heißt, du hast so VR-Kassetten überspielt oder was? Ja, genau das. Hast du dieses Tesafilm so über die Plastik-Dinger geschoben, wenn der Kopierschutz weg ist und dann hast du, aber hat sie nicht mehr ratiert, weil ich keine Videothek merke. Na, ich wurde halt erwischt und war sechs Jahre im Knast, lasst du das Ding, als Copywriter erwischt. Aber David ist auch geil, er sagt gerade so, er ist sein zweitmester Freund, weil Conny ist schon noch eine Nummer höher und dann sagt er so, ja, ich muss erst mal googeln, um rauszufinden, was du beruflich machst. Wie du heißt? Ich wusste nicht, dass du Poker spielst und ich wusste nicht, dass du Guess kennst und so. Ich wusste das mit dem Text natürlich. Was mich auch zu der Frage bringt, ich weiß noch, dass du für eine große Fitnesskette getextet hast, ne? Der investigative Text. Und der Chef ist doch jetzt verschollen, Alter. Hat dich das getroffen? Okay. Er macht den zwei. Mein, Alter. Also, das ist tatsächlich so, ich habe für McFit gearbeitet zwei Jahre lang und habe da sozusagen, naja, ich war nicht die Textleitung, ich hatte noch einen über mir, aber der hatte nichts drauf, deswegen war ich also doch die Textleitung. Und mit dem Schaller hatte ich tatsächlich auch regelmäßig zu tun und ich bin da ja weggegangen, weil das konntest du moralisch nicht vertreten, was da gelaufen ist in dem Laden, ist auch super chaotisch. Und auch viel zu viel Arbeit, also kurz vor dem Burnout und so. Und deswegen bin ich da weg und war auch froh. Und als ich das dann aber gelesen habe, war das schon krass. Also, ich meine, wir waren jetzt nicht dicke miteinander oder so, aber der war immer freundlich. Also, es ranken sich unheimlich viele Geschichten um diesen Mann. Will ich jetzt auch keine auspacken, weil dann würden wir nur noch darüber sprechen. Aber der war immer freundlich. Kann man jetzt nicht sagen. Der hatte vielleicht mit anderen Stress. Mit mir war es nicht so. Aber wie gesagt, wir hatten noch nicht so viele Berührungspunkte. Und als ich dann gehört habe, dass der abgestürzt ist, habe ich erst mal gedacht so, ist das jetzt so ein PR-Ding wieder oder so? Keine Ahnung. Aber war es ja dann scheinbar nicht. Und das ist ja auch super krass. Also, eigentlich die deutsche Kobe-Geschichte so ein bisschen. Also, der wäre dann irgendwie mit seinen Kindern dann abgestürzt und so. Und die scheinen halt echt alle, aber nicht die scheinen alle tot zu sein, sondern die sind einfach alle gestorben dabei. Aber das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass die eben als verschollen galten, weil nichts gefunden wurde. Aber die haben auch seine Leiche gefunden und die seines Sohnes. Ach so, ja. Das wurde mittlerweile. Ja, genau. Und die anderen, die sind ja verschollen und nach einer gewissen Zeit, sagt man eigentlich so, die hätten sich dann irgendwann gemeldet oder so, wenn die irgendwo gestrandet worden wären oder so. Aber das ist nicht der Fall. Und deswegen, ja, sind die tatsächlich alle da runtergegangen. Ist echt so eine Filmstory eigentlich noch? Boah, Alter. Überhaupt sein Leben, ja. Der war doch auch bei der Love Parade beteiligt, wie die auch so krass katastrophal mit vielen Toten war. Genau. Das war ein RTL-Filmfilm. Ja. Fett. Filmfilm war Sat. Ja, genau, der Filmfilm. Freitagabend Sat. Das ist mal, wie ich auch durch Fernsehen gucke. Gibt es denn noch den Filmfilm? Nee. Wobei ursprünglich war der Donnerstag, das weiß ich noch. Ich musste meine Mutter belatschern, dass ich den Filmfilm gucken darf, weil am nächsten Tag ja noch Schule war, Alter. Das war viel. Ja, ich weiß auch. Genau, das war Donnerstag. Das war für uns nämlich auch ein riesen Geficke, weil als ich Klinik am Alex gedreht habe, sollte die Donnerstag in der Primetime laufen. Und der geile Plan von Sat.1 war, wir bringen die Folge immer nach dem Filmfilm. Scheiß, Alter. Ja, was halt zur Folge hat, dass wir irgendwie bei fünf Ausstrahlungen hatten wir vier verschiedene Starttermine, weil diese Filme einfach nicht immer gleich lang sind und so. Deswegen so dämlich geplant. Also halt auch was so Zuschauerbindung und so angeht. Eh schon wahnsinnig spät für arbeitende Menschen, sich dann um 22.15 Uhr im Idealfall, manchmal eben dann noch später, eine neue Serie anzugucken. Das ist ja hammer dämlich geplant, aber ja, so lief das. Das war, da war der Filmfilm schuld. Wobei ich ja froh bin, weil wer weiß, wie deine Karriere sonst verlaufen wäre und du wahrscheinlich hier nicht an diesem Tisch mit unsitzen würdest. Meinst du, für dich gut gelaufen, ja? Ja, ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist schön. Das ist schön, dass du diesen Untergang dieser Serie dann doch was Positives daraus ziehen konntest. Ich bekomme ja gar nicht mal mit, was noch läuft und was nicht läuft im Fernsehen. Wenn ich, nur wenn ich irgendwo zu Gast bin, bekomme ich ja mit, was überhaupt mal gerade im Fernsehen gezeigt wird und so. Also Glücksrad, Peter Bond ist gestern zu Ende gegangen, ja. Gibt es denn das Gruselkabinett noch hier? Mumienmonster, Mutationen, 22 Uhr jeden Montag. Was? Auf NR. Gibt es das noch? Alter. Keine Ahnung. Was ist mit Peter Bond passiert? Glücksrad war gestern die letzte Folge mit Peter Bond. Wirklich jetzt? Ach was? War Maren Gilzer auch da? Das war ein Scherz. Achso. Mein Gott. Ich glaube, dass Peter Bond schon eine ganze Weile weg ist, oder? Der hat Soft-Pornos gedreht, ne? Nee, nicht nur Soft-Pornos, Alter. Er hat echt harte, ne? Er hat richtig harte Dinger gedreht. Dave kennt sie alle. Penis hat gesehen von ihm. Penis. Echt? Ich möchte lösen. Penis. Ah, der Peter. Okay. Das Niveau ist gefestigt. Es tut mir leid. Eigentlich wissen ja alle Zuhörer, weil Classic Dave am Start ist, das Niveau. Irgendwann, irgendwann ist es im Keller. Ja, und jetzt in Kombination mit Bier könnte es noch schlimmer werden. Das bleibt ja auch. Das ahnt übles. Auf jeden Fall. Okay. Das wird schlimm. Ja, wollen wir mal erzählen, was wir in der Support-Revision besprochen haben? Ja, können wir gerne machen. Die ist ja noch frisch. Das weißt du ja noch. Achso, da glaubst du. Ich glaube an dich. Ich kann mich daran erinnern. Ja, ich habe über In The Soup gesprochen. Richtig. Und ich? Oder? Fett. Oh, Alter. Na? Ach, du Wichser. Ja, klar weiß ich es, aber ich komme nicht drauf. Sag erst mal den gemeinsamen Film. Ja, wir haben noch über Fires on the Plane gesprochen. Und der Guest hatte noch einen Western. Ah, ja, genau. Der hieß Never Grow Old. Yay. Genau das sind die drei Filme. Wie ich hier getestet werde. Das ist wie so eine scheiß Prüfungssituation. Das ist ja wirklich vor einer Stunde gewesen, die Aufnahme. Und du musst dir überlegen. Wie du mich hier outen musst, ja? Nein. Mein Gedächtnis funktioniert. Weil er selbst nicht draufkommt, Mensch. Das Gedächtnis funktioniert nicht immer nach 60 Minuten. Das ist auf jeden Fall hart, Alter. Siehst du? Eine Halbwertszeit, die wird immer schlimmer. Das ist ganz geil. Kannst du dich mitten im Film schon nicht mehr erinnern, was am Anfang passiert ist? Wer ist er? Ach, der Hauptdarsteller. Ja, schön. Nee, klappt manchmal ganz gut. Stirb langsam Minute 70. Bruce Willis? Krass. Alter. Sehr geil. Alright. Wollen wir loslegen, oder was? Das sieht so aus. Okay, ich fange an. Ja, ich habe die Gelegenheit natürlich genutzt. Wenn wir hier so viel Hip-Hop-Heads zu sitzen haben, habe ich natürlich was aus der Riege ausgepackt. Geil, der Master-P-Film, endlich. Ich habe den Master-P-Film mitgebracht. Der Lars Dorn. Schön bling, bling. Nee, den anderen, Uncle P. Ach krass. Und da gibt es dann noch I Got The Hook Up. Stimmt. Ja. Okay, einer von denen hoffentlich. Nee, nee, ist keiner von denen. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen. Das ist nicht Mr. P. Den kann ich... Ach, Coolio. Coolio hat auch ein paar Filme gemacht. Oh Gott. Leprechaun, irgendein Teil. Und hier Dracula 3000. Coolio hat bei Leprechaun mitgespielt? Ich glaube, ja. Oh mein Gott, das Willen. Teil 4 oder so. Leprechaun in Space heißt der, glaube ich. Leprechaun in Space. Mit Coolio. Die geilsten Horror-Filme sind ja die vierten Teile. Auch Critters 4, auch im Weltraum. Oder Jason X oder so. Ja, genau. Stimmt. Warum Weltraum? Ja, da werden die meisten qualitativ richtig hochwertig. Nein, es geht um Eminem. Und 8 Mile aus dem Jahr 2002. Ah, auch cool. Den habe ich mal gerewatcht. Und der Regisseur Curtis Hansen, auch ein großer Regisseur, L.A. Confidential inszeniert, Die Hand an der Wiege inszeniert, auch ein bekannter Film. Autor noch bekannter, Scott Silver. Drehbuchautor von Joker und von The Fighter und von anderen Oscar-nominierten Filmen. Der packt sein drittes Bier aus. Aber irgendwo klemmt. Hört man jetzt klimpern oder Art? Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Tempo drauf hier. Der Flaschenöffner kann er auch nicht mehr halten. Upsi. Ja. Oh, Alter. Upsi, Daisy. Das ist doch immer so, wenn man sich besonders viel Mühe gibt, keine Geräusche zu fabrizieren, oder? Schüttel das Bier doch noch ein bisschen. Das läuft schon ganz gut. Alter, Alter. Ich sehe unsere Technik hier noch ertrinken. Oh, Gott. Das wird in Tränen ein, wie man so schön sagt. Also, ich mache mal weiter. Von allen Rappern, die sich jemals in einem Film irgendwie präsentiert haben und sich mehr oder weniger autobiografisch selbst in Szene gesetzt haben, ist das hier wahrscheinlich der authentischste von allen. Ja, du hast ja Ankel Pio noch nicht gesehen. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht revidiere ich dann meine Meinung. Aber, ähm, ja. Ich gehe davon aus, wir kennen ihn alle. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mehrfach gesehen. Schon ein Weitchen her, aber der war schon gut. War es deine letzte Sichtung, die? Wann die war? Ist doch egal. Das ist über eine Woche her, Alter. Ja, gut. Hände auch vor einer Stunde seit jetzt. Pi mal Daumen, über eine Woche. Nein, aber ich würde sagen so drei, vier Jahre. Drei, vier Jahre letztes Mal gesehen. Okay. Und steht auch einigermaßen hoch im Kurs. Ja, sehr hoch. Cool, cool, cool. Ja, Eminem spielt in diesem Film Jimmy, aka Rabbit, wie er genannt wird. Und, ähm, Curtis Hanson wollte auch von ihm, dass er sich die platinblotten Haare, die natürlich stellvertretend sind für Slim Shady und Co., dass er sich die wieder in seiner Naturfarbe dunkel färbt, damit man eben so ein bisschen diesen Kontrast hat zu dem Eminem und das nicht als Autobiografie ansieht, sondern damit man so ein bisschen den Charakter auch raushören kann, dass er jemand spielt, der eben nicht Eminem ist. Ja, findest du, dass das gut funktioniert hat? Jein. Also ich finde, dadurch, dass die Detroit erzählen, dadurch, dass die so eine Trash-Mutter erzählen, das ganze White-Trash-Ding so, es bietet sich so krass an. Soll's ja auch, ja. Es hat verdammt viel Autobiografisches. Ja, soll's ja auch, aber es ist trotzdem keine Autobiografie per se und Eminem hat das auch immer wieder klargestellt, dass das eine Rolle ist. Und dass das nicht eins zu eins alles so abgelaufen ist, wie es in dem Film dargestellt worden ist, aber dass durchaus ein paar eigener Erfahrungen damit einfließen. Aber hat er das nicht vielleicht auch gemacht, du hast wahrscheinlich Trivia-Facts ja recherchiert, aber hat er das nicht vielleicht auch gemacht, um möglichen Klagen zu entgehen, so von seiner Mutter, mit der er nicht ja gerade noch fein ist, so. Ach so. Das kann ja wahrscheinlich auch sein. Das war nicht der Ansatz, nee. Nee, das war nicht der Ansatz. Persönlichkeitsrechte verletzen und so weiter, weißt du? Mhm. Naja. Also selbst wenn du jetzt die Story eins zu eins umsetzt, du änderst den Namen und ich meine, was soll sie denn da machen? Da kann sich ja jeder melden, irgendwie so ein Trailerpark kann sagen, ey, der Film, die haben mein Leben abgeguckt und so hin und her, ich will vier Millionen. Das geht ja nicht. Es geht ja um die Form der Darstellung. Die Mutter kommt ja nicht gerade gut bei weg. Ja, aber es ist ja wie gesagt, es ist ja keine Autobiografie. Achso, du meinst deswegen. Das hat er behauptet sozusagen. Weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht. Tut ja nichts zur Sache. Gehen. Eben, tut nichts zur Sache, weil er spielt einen Rapper in Detroit, in besagter Stadt, wo er auch aufgewachsen ist und er träumt davon, groß zu werden, schreibt Texte, tritt auf Freestyle-Battles an gegen andere, was man vielleicht hier erklären könnte. Also in der Hip-Hop-Szene heißt Freestyle so viel wie, da treten zwei Herren auf der Bühne gegen einen an und ja, machen spontan dann irgendwie ein Rap-Battle mit nicht vorher vorbereiteten Texten, sondern versuchen das dann on the fly irgendwie, versuchen on the fly dann gegeneinander anzutreten. Was ist denn jetzt los? Da hast du gerade knallhart erzählt, was Freestylen ist. Ja, meinst du, jeder Metalhead, kann damit sofort was anfangen, oder? Nee. Wir haben auch irgendwelche 50-jährigen Hausfrauen hier. Ja, aber ich finde es so geil, dass du das erklärst. Ich habe nicht verstanden, wie Freestylen gehen kannst. Das bitte nochmal einleitern. Ich habe auch mal den Begriff Cypher gehört. Was hat es damit auf sich? Kauf dir doch mal eine Stevie-Beat-CD, dann weißt du, was Freestyle ist. Ja genau, erklär jetzt doch bitte mal diese ganzen Hip-Hop-Begriffe. Ja, das können wir hier alle zu hirn machen. Ja. Ihr werdet heute einiges über Hip-Hop lernen im Laufe dieser Episode. Okay. Nee, und soviel zu Eminem. Und am Anfang des Films gibt es besagtes Battle, aber unser Kumpel kriegt kein Wort raus. Er friert komplett ein und ist nicht in der Lage, da zu performen und haut dann von der Bühne ab. Das ist erstmal so. Achso, ein Friehen war nicht nach zwei Stunden bei mir auf dem 4K-Player gucken, den Film, sondern war schon vorher. Das wäre lustig, wenn ein 4K-Player genau an der Stelle einstehen würde, wie der Hauptdarsteller. Das wäre ein gutes Timing auf jeden Fall. Das ist aber keine zwei Stunden im Film. Nee, das ist keine zwei Stunden im Film. Das ist relativ weit am Anfang. Und so, die Mutter, die du anspielst, die wohnen alle zu dritt genau genommen in einem Wohnwagen. Das ist so richtig Trailer-Trash. Er kommt erstmal rein, erwischt die Mutter mit einem jüngeren Typen auf der Couch beim Vögeln. Und direkt caught in the act. Die kleine Schwester wohnt auch noch in dem Wohnwagen von ihm, die viel kleiner ist als er. Die ist, glaube ich, 4. Und das ist so ein bisschen sein Werdegang. Er lernt ein Mädchen kennen im Laufe des Films, erlebt halt viel Mobbing. Dadurch, dass er da versagt hat bei diesem ersten Auftritt, wird er natürlich verarscht von der kompletten Stadt und von seiner Ex-Freundin. Und die raue Gegend wird halt hier auch das eine oder andere Mal ins Spiel kommen. Und dann geht's darum, dass er durch diese Erfahrung halt diesen kreativen Input sammelt, die er dann braucht, um am Ende dann diesen einen Song zu schreiben, der ihn halt groß macht. Das ist so die Story von 8 Mile. Richtig fett, Alter. Richtig fett, Alter? Yo. Yo, richtig fett, Alter. Sagt man, glaube ich, oder? Als Rapper. Als Freestyler. Ich weiß nicht, Dave ist der Rapper von uns. Der klingt nach dem richtigen Brette-Film. Total fett. Kein B mehr für Dave. Ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht. Gäste ist überfordert. Mach mal weiter. Das ist schön. Zuallererst, das Ganze ist auf jeden Fall gut besetzt. Die Mutter wird gespielt von Kim Basinger. Wir haben Brittany Murphy sehr talentiertes Mädchen gewesen. Auch mittlerweile sehr jung verstorben. Mikai Pfeiffer spielt mit. Der spielt den Austräger dieses Battles und glaubt eigentlich an Rabbit und an seine Fähigkeiten und an sein Können. Terry Manning. War für mich ja, sorry, Mikai Pfeiffer war für mich da schon so ein kleines Comeback. Ja, war ein Comeback. Hat er in den 90er Jahren in den ganzen Hip-Hop-Movies und Black Cinema hat er eine große Rolle gespielt, aber war dann eine Zeit lang weg. Dann haben wir Terry Manning noch gehabt. Die hatten ja in Hustle & Flow. Hier spielt sie die Ex-Freunde von Rabbit. Übrigens, auch ich glaube bei Hustle & Flow hatten wir es schon davon. Wenn die besetzt wird, ist die White Trash. Ja, die ist White Trash. Und das ist hier halt wieder der Fall. Ja, stimmt. Das stimmt. Und was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, der Typ, mit dem die Mutter gerade rumvögelt, das ist Michael Shannon. Oh, krass. Ja, stimmt. Zu dem Zeitpunkt, er ist zwei Jahre jünger als Eminem sogar. Helft mir mal kurz, Michael Shannon. Michael Shannon ist zwei Jahre jünger als Eminem? Ja, ist er. Der war noch extrem jung hier bei Ape Mine. Hast du Shape of Water zum Beispiel gesehen? Nee. Boardwalk Empire? Nee. Jetzt der Shelter-Film? Take Shelter. Take Shelter. Also die Fresse hast du auf jeden Fall gesehen. Kannst du ja mal googeln. Michael Shannon ist ein sehr bekanntes Film. Ich kann es da jetzt einmal kurz sehen. Gehe ich mal von aus. Und der Debütfilm, so seine ärgste Konkurrenz eigentlich auf diesem Freestyle-Battle ist Papa Doc. Und Papa Doc wird gespielt von Anthony Mackie. Und das ist tatsächlich sein erster Film gewesen, wo er aufgetreten ist. Hatte ich auch gar nicht mal auf dem Schirm, dass der hier mitspielt. Der ist ja mittlerweile riesig. Und dann haben wir noch so ein paar Leute aus der Rap-Szene. Obi Tries, Strike Proof. Ja klar. Die ganze 12-Truppe. Genau, die 12 Homies aus Detroit. Exhibit auch noch, ne? Exhibit spielt auch noch neben euch. Der ist auch noch dabei. Der rappt da vor dem Foodtruck gegen die Frau. Korrekt. Ganz kurz ein Auftritt nur, ne? Ja. Da ging es abwärts mit ihm. Und so seine Truppe, mit der halt Rabbit zu tun hat, Aka Imanem, da ist halt Evan Jones dabei. Den kennen wir auch aus Jarhead und Book of Eli und so hat man definitiv schon mal gesehen. Das ist so ein weißer, nicht sonderlich intelligenter Homie. Der sich dann ins Bein schießt. Genau, der sich ins Bein schießt. Oma Benson Miller kennt man definitiv. Und dann hat man DJ Is. Der spielt halt so den Conscious Brother. der sagt auch immer Respect your womanhood, wenn einer da irgendwie ihren Arsch schickt vor irgendwelchen Typen. Dann sagt er so, ja, du musst deine Weiblichkeit ein bisschen irgendwie Proud Woman und hin und her und das so. Der Conscious Typ, der beschwert sich halt auch, dass Detroit vor die Hunde geht und dass die Politiker und so und die anderen sagen immer so, halt die Fresse, wir wollen ja nur saufen und Party machen. Der ist natürlich auch noch in dieser Entourage. Und das ist immer noch ein geiler Film. Definitiv, ich mag den. Ich bin jetzt nicht der überkrasse Eminem-Fan, also ich finde, Eminem-Fan, ich finde ihn schon sehr gut, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Lieblings-MC von der kompletten Rap-Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der hat wahrscheinlich bei allen, die ein bisschen andere davon haben, schon hohen Stellenwert und da ist wahrscheinlich keiner, der sagt, der kann nichts. Da ging mir auch immer so. Ich finde Eminem ist Wahnsinn, also technisch und so weiter, aber ich habe kein einziges Album von dem auf Platte, weil der einfach, das nervt irgendwann. Das ist ein bisschen anstrengend, so ganze Album durchzuhören. Without Me und so weiter, diese ganzen Songs, finde ich geil zum Beispiel und The Way I Am, wenn er da das Hochhaus runterfliegt und so weiter, wahnsinnig geile Songs, aber so ein ganzes Album ist anstrengend einfach mit dem Typen so. Und irgendwer hat auch mal gesagt, so viel Wut kann kein Mensch im Bauch haben, so weißt du, wenn du immer noch mit 40 so spittest und so negativ raps und so und ich finde, das ist dann auch irgendwann unauthentisch geworden so. Die ersten zwei, drei Alben gut, aber ich finde es gar nicht mehr so durchweg negativ und ich finde auch, das wurde für mich erst so ab dem dritten, vierten Album richtig anstrengend, wo der irgendwie für sich entdeckt hat, dass er in Hooks jetzt singen muss. Weil das war ja auf den ersten beiden Alben nicht so und ich finde gerade das zweite, ey, das ist so ein krasses Album. Also auch als Konzeptalbum, so von vorne bis hinten, so schon wirklich geil. Ist schon gut, aber dieses When I'm Gone zum Beispiel oder so, ist schon ein krasser Song, muss man einfach sagen. Ja, der hat ja immer wieder krasse Songs gemacht, aber mir ging halt das Gesinge irgendwann auf den Kekse. Aber rein technisch ist es wahrscheinlich sogar der beste Rapper ever. Ich meine, wenn man den zu seinen Frühzeiten war, bei Swain, King Tech und so weiter und die ganzen Freestyle-Sessions am Start, der war schon immer mit Abstand der Beste in den ganzen Runden, die da aufgenommen haben. Das war krass. Aber ich mag auch seine Partys. Da kann der Gäste noch mal erklären, was Freestylen ist. Ey, apropos, kennst du The Art of Freestyle? Jetzt werde ich hier gedisst dafür, dass ich vielleicht jemand, der nicht damit war. Nein, 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 das war nochmal Respekt. Weil deine Definition wird definitiv in die nächsten Duden-Ausgaben bekommen. Wollen wir noch kurz erklären, was Dissen ist? Müssen wir das auch noch kurz erklären. Scheiße, Alter. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Kennt ihr, wir haben schon hier von Fabst, da haben wir schon eine Frage, was ist eigentlich dieses Props, was Lieder anbauen soll? Was bedeutet das? Weil ich immer wieder Props gesagt habe. Ja, Alter. Haben wir erklärt. Läuft. Haben wir erklärt. Kennt ihr The Art of Freestyle? Nee. Das ist so eine Doku. Wie eine Snowboard-Doku oder so? Nee. Nee. Okay, die hieß so ähnlich. Eine Red Bull-Doku, egal. Stimmt, die ist auch super krass. Die ist sehr gut, ja, ja. Ja, die ist so Hammer. Ah, fuck, wie hieß die denn? Hieß die nicht auch The Art of Freestyle? Nee. Hast du die narrated? Aber The Art of... Nee, schade. Ey, mit diesen High-Speed-Zeitlupen-Kameras so krasse Sachen gedreht. Ja, ich fand die auch richtig. Die gibt's auch mit Mountainbiken, ne? Ja? Ja. Okay. Auch von den Red Bulls. Die ganzen Red Bull-Spots sind alle Wahnsinn. Unglaublich. Nee, aber bei Freestyle, The Art of Rhyming heißt sie. Ah, dann hast du recht. Das heißt, glaube ich, der Film heißt The Art of Freestyle, der Film heißt Freestyle, Bindestrich, The Art of Rhyming. So rum. Ja. Und da wird Eminem auch interviewt. Und da siehst du erstmal auch, also ich meine, hört man ja auch anhand dessen, wie der rappt, was der für krasse Reimschemen hat und so, was der Typ für ein Brain ist. Aber dort erklärt er eben, wie er da hingekommen ist. Weil der halt früher schon so Leute wie Trash und so jemand gefeiert hat, die halt so super schnell gerappt haben und eben auch ungewöhnliche Reimschemata verwendet haben. Und der geht da voll mathematisch an das Ding ran. Also überlegt sich im Vorfeld, was ich wo wie reimen muss, was dann gedoppelt wird, und so. Und der wechselt ja auch zwischendurch die Reimschemen wie kein anderer, Alter. Der Typ ist so ein Brain, ist unglaublich. Ja, das kann er wirklich gut. Riesentalent. Ja, und da kann man hier noch erwähnen, was so hinter den Kulissen ein bisschen ablief. Also Rabbit aka Eminem kritzelt ja die Lyrics zu Lose Yourself an einer Stelle. Ist übrigens super geil, wie wenn er anfängt, so den Text dazu zu schreiben und du hörst so ein bisschen Lose Yourself, aber du merkst, dass der Text sich noch verändert wird und dass der Beat, der da so einsetzt, auch nicht der ist, der später dann mal sein wird und so. Ist schon ganz geil. Und dieser besagte Zettel, wo er halt kreuz und quer irgendwie seine Lyrics da raufschreibt, der wurde später für 10.000 Dollar bei Ebay versteigert. Also ist tatsächlich ein, der hat noch einiges an Kohle reingebracht. Ist aber auch immer ein richtig cooles Movie Prop. Ja, ist auch ein krass Movie Prop. So, Prop in diesem Kontext heißt das etwas anderes. Genau. Wie bei Febse. Genau, Febse. Das heißt jetzt nicht Lob. Genau. Das eigentliche Rap-Battle dauerte mehrere Tage, das zu drehen und Hanson, der Regisseur, bekam langsam auch mit, dass die rund 300 Extras so ein bisschen gelangweilter wurden im Laufe der Aufnahmen und da mussten die sich was überlegen. Also haben die gesagt, die haben intern noch ein Rap-Battle ausgerufen, wo sich 134 halt von den Extras melden konnten, die halt irgendwie 15 Sekunden Zeit hatten, selber zu spitten und die Besten sollten dann gegen Eminem antreten. Hat er sich natürlich auch nicht nehmen lassen, dann irgendwie auf die Bühne zu kommen, gegen die anzutreten und das sorgt natürlich wieder ein bisschen für Partystimmung, anstatt jetzt immer wieder zwischen den Takes zu warten, wir drehen jetzt wieder die 10 zum 17 Mal. Ja, ich hab das auch gesehen. Schon ganz smart auf jeden Fall. Das ist ziemlich cool. Ich find das eh so krass. Das war für mich auch so geil. Ich glaub, es gibt kaum einen Film, der das so genial rüberbringt, dieser Moment vorm Auftritt und die damit verbundene Panik. Ja, ja. Dieses Lampenfieber und dann halt natürlich krass unterstützt durch diese Energie in dem Laden, wo du halt auch, das hat mich so krass an das Prag in Stuttgart erinnert, damals, wo du halt auch so wahnsinnig niedrige Decken hast und das Gefühl hast, dadurch, dass es so packed ist in dem Laden, dass es halt echt von der Decke tropft und so. Und dann alle mit so einer, üblen Energie da und so immer kurz davor, jeden zu dissen, der nicht sofort da performt, was er ja dann auch erlebt. Ja. Und wie der das inszenatorisch rüberbringt, mit was für einer Panik das für ihn verbunden ist, so inklusive Kotzen und allem, aber halt eben auch bildsprachlich, wie es gemacht ist, habe ich, glaube ich, selten geiler gesehen. Das ist halt dieses Gute an diesem Film, das meine ich mit authentisch, dass du halt, wie du gerade sagst, es wird halt gezeigt, dass er vor Panik irgendwie aufs Klo rennt und kotzt und irgendwie total nervös ist und dass er das nicht auf die Reihe kriegt und dass er selber an sich zweifelt und so. Und so andere Leute wie 50 Cent, die zum Beispiel Get Rich or Die Try inszeniert haben, die haben mich ja als super krasser Gangster dargestellt, von wegen so, das ist hier meine Erfolgsgeschichte und deswegen kam die Filme auch nicht gut an. Und deswegen komme ich halt auch gut damit klar, dass das ein Oscarsong ist, weißt du, weil es halt auch natürlich inhaltlich so perfekt zum Film passt, wenn er halt sagt so, palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, weißt du, vomit on a sweater already, mom's spaghetti und so, das ist ein Hammer clever, Alter. Ja, definitiv. Also, ey, der Typ ist krass. Ja, du hast gerade gesagt, also der hat Rekorde gebrochen. Der DVD-Verkauf am ersten Tag, 40 Millionen Stück, das ist absoluter Rekord für einen R-rated Film zu dem Zeitpunkt. Das ist der zweit, höchste Kinostart bis dato gewesen für einen R-rated Film. Der hat 51 Millionen am Opening Weekend gemacht, also ist ein sehr erfolgreiches Ding gewesen. Und Eminem war in jeder Szene dieses Films tatsächlich zu sehen bei Lose Yourself. Also es gibt keine Szene, wo er nicht im Bild ist oder wo er zumindest nicht in der Szene involviert ist. Und in Interviews, weil er trägt diesen Film natürlich, und in Interviews haben sie ihn dann gefragt, wie war es denn für dich, diesen Film zu drehen? Und er erwiderte, never again. Das war ihm so viel Belastung und so viel Stress, diesen Film zu inszenieren. Und er hat gesagt, der hat gar keinen Bock mehr, vor der Kamera zu stehen. Und hat auch gemacht. Der hat kurz bei Funny People mal mitgespielt, irgendwie so eine Statistenrolle. Und bei The Interview hat er, glaube ich, kurz mal... Ja, ja, der hat dann schon so Cameos noch mal gemacht. Cameos hat er gehabt, aber ansonsten... Ja, aber der war ja auch schon immer sehr öffentlich, was so seine psychischen Probleme angeht. Ja. Und demzufolge eben auch so ein bisschen Scheu, was generell die Medien angeht. Ja, das stimmt. Und da ist es natürlich ein harter Druck über mehrere Wochen, konstant. Und also ich meine da natürlich auch, wenn du da nicht performst, dann geht das Ding natürlich nicht. Und ich kann mir halt vorstellen, man kriegt ja schon auch ein gutes Gespür über seine Musik dafür, was das für ein unglaublicher Perfektionist ist. Definitiv. Wenn du so rappst, Alter, was so komplex ist zum Teil. Ich meine Rap-God und sowas, ne? So, ciao. Und wenn der halt Schauspiel und seine Performance in dem Film auch ähnlich akribisch angeht, ja dann kein Wunder ist der da völlig versumpft. Also, kann ich schon nachvollziehen. Aber auch nicht selbstverständlich, dass der schauspielern kann, ne? Also gerade weil der... Da kommen ja auch immer in Interviews, die auch, glaube ich, relativ rar sind so, ne? Eher so ein bisschen zurückhaltend rüber und dass der dann trotzdem so performen kann und schauspielern kann. Aber man kauft ihm ja alles ab, was er da irgendwie bringt. Spricht sehr für die Regie, finde ich. Ja. Und man kann natürlich auch vermuten, dass es irgendwo einen Ticken einfacher ist, weil das sehr nah an ihm und seinem Leben ist, das, was er da spielen muss, ne? Also, ja. Aber ich finde, weil das heißt ja oft irgendwie dann von Laien so, ne, der hat sich halt selbst gespielt. Aber das musst du halt auch erstmal so machen. Ja, eben. Weil sich, also wirklich authentisch vor der Kamera, du selbst sein, ist auch schon nicht einfach. Das glaube ich auch. Und deswegen, das spricht enorm für die Regie. Ja. Auf jeden. Ja. Geiler Film. Es ist auch interessant, weil diese Geschichte um ihn und seine Tochter zum Beispiel, sollte ja weitergeführt werden, in dem Kontext von Southpaw, dem Boxerfilm, wo Jake Gyllenhaal dann die Hauptrolle übernommen hat. Das sollte nämlich Eminem spielen. Oh. Der sollte den Boxer spielen mit dieser Kindgeschichte, Frau umgebracht und so weiter und so fort. Ach, und das hätte dann im gleichen Universum spielen sollen? Das hätte so ein bisschen im gleichen Universum spielen sollen oder es wäre halt so ein bisschen die Fortführung von 8 Mile gewesen mit einem anderen Charakter. Das kann natürlich auch sein. Aber da hat Eminem schon gesagt, ne, der hat keinen Bock mehr, wieder so einen Film zu tragen als Hauptrolle. Der macht nur noch irgendwie Statistengeschichten. Hat aber den Soundtrack produziert von Southpaw, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Ja. Das war so der Kompromiss. Paul Petrel? Habe ich das gerade richtig verstanden? Paul Petrol. Ja. Hast du richtig verstanden? Ja, das ist mein Eminem-Soundtrack. Der Paul Petrol-Soundtrack, ja. Dave? You can't do this. It's a comedy. You can't do it. You can't do it. Auch nicht nach Bier. Ja, ja, gut. I like you, so I gotta tell you, you're not gonna be a comedian. Nope. Ehrliche Freunde sind mir die liebsten Freunde. Da geht nichts mehr. Ja, hast du mich eigentlich auch gegoogelt damals? Äh, wen hab ich denn? Achso. Wenn du Guests googelst, oder? Ja, ich hab dich ja, in diesem Jahr hab ich dich ja nochmal gegoogelt, wa? In diesem Jahr hast du mich gegoogelt. Ja, na logo. Und nochmal sicher zu gehen hier, für wie gut kennt ihr euch bei dem Quiz? Achso. Also, Lee, was für eine Ausbildung und wo hat die Gäste immer absolviert? Das ist ja gut jetzt, Alter. Das ist ja gut jetzt. Spielzeuge, Kaufhaus. Sehr gut. Wie viele Millionen hat Gäste bis jetzt im Pokern gemacht? Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Die Frage kann nur Pascal beantworten. Na, weiß ich nicht. Höherer zweistelliger Betrag, hab ich mal gehört. Pascal kennt bestimmt die Seiten, wo man das nachschlagen könnte. Ja. Gibt's das wirklich? Ja, ja, es gibt eine... Also, alle offiziellen Turniere, die halt groß ausgetragen werden, die müssen das dann auch in so einer... Es gibt eine Seite, wo das dann eingetragen wird, wie viel du wann, wo, auf welchem Platz gewonnen hast. Und du musst das manuell löschen lassen, wenn du das nicht willst. Und wer das nicht löschen will, der kann überall nachschlagen, wie viel du wann... Aber spielst du auch als DJ Guest oder einfach als Guest oder hast du einen anderen? Darfst du ja nicht. Also, nicht bei den großen Turnieren. Okay. Achso, richtig mit Vollnummern. Da muss ja den bürgerlichen Namen rein. Alright, okay. Also Thorsten Schmidt. Ja. Mein Name ist Thorsten Schmidt. Dave. Okay, you gotta get out. You gotta save yourself some pain. Mach's gut, mein Lieber. Save yourself some pain. Kennen Zuhörer deinen richtigen Namen eigentlich? Nee. Okay. Nee, Thorsten Schmidt. Okay, Torte. Nennen wir mich mal Torte. Gott, der Dave, wirklich, ey. I don't know how else to say this. He's very weird. Ja, ja, er ist sehr weird. This is a chopper! Lass abhauen. Ja, ey, ohne Scheiß. You know what, that's it. I quit. I'm gonna go back to Clown College. Das ist ein guter Plan, ja. Vielleicht, Dave, Clown College nochmal bock. Schnauze voll hier. Ich hätte extra einen Clown gefrühstückt heute, ja. Dreh mal noch eine Ehrenrunde da. Oh boy. Jetzt kommt eine geile Story. Wer war bei der Audition von Rabbids Kumpel Cheddar Bob, der sich nämlich in dem Film halt irgendwie ins Bein geschossen hat oder die Eier weggeschossen hat? Das waren tatsächlich Seth Rogen und Jason Segel. Geil. Als Seth Rogen nämlich gehört hat, dass irgendwie eine Artourage von Eminem jemand gesucht wird, wollte der natürlich zum Vorsprechen hin. Und die haben ihm informiert, dass der Gegenpart von Eminem, dass halt vorher hat es irgendeine Casterin gesprochen und das war nicht so richtig von der Chemie, weil, wie gesagt, konnte sich keiner vorstellen, dass das Eminem ist. Und deswegen hat die Caster von vornherein gesagt, bring mal einen Kumpel mit, der den Gegenpol halt irgendwie macht, der den Gegenpol spielt, irgendeinen Schauspielkumpel. Da hat er seinen Kumpel Jason Segel angerufen. Er meinte zu ihm, ey Digga, was machst du denn? Ich hab hier Casting von 8 Mile, ich würde da gerne hin. Da sagt Jason Segel, wie lustig, da wollte ich auch hin. Und da ist er bei Seth Rogen in der Nacht praktisch irgendwie, haben die durchgemacht komplett die Nacht. Er wollte bei ihm schlafen und dann irgendwie haben die da irgendwie komplett durchgemacht die Nacht und sind da zusammen zu diesem Casting gegangen. Und während dieses Vorsprechen war, haben die das dann beide abgebrochen. Weil die haben sich dann angeguckt und meinten so, Digga, machen wir uns nichts vor, aber die werden uns hier sowieso nicht besetzen in dieser Rolle. Insofern, warum quälen wir uns hier und haben dann tatsächlich irgendwie diese Audition abgebrochen. Aber Seth Rogen und Jason Segel waren mal vorsprechend für 8 Mile. Geile Idee auch, so die Nacht vorm Casting durchzumachen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was da über die Ladentheke ging. Und dann zum Casting-Superplan. Ja, am Ende gab es den ersten Oscar, hast du schon erwähnt, für einen Rapsong. Den hat er bekommen. Und Erwin Rechnung rechnete sich keine Chancen dafür aus. Der hat zu Hause vorm TV gepennt, während seine Tochter irgendwie Cartoons geguckt hat, als die Oscar-Verleihung war. Also, der hat das Ganze gut verschlafen und hat dann am nächsten Tag erfahren, dass er einen Oscar gekriegt hat. Wie geil. Laufen die nicht auch aber abends in den USA? Ja. Schön, die Tochter die Nacht durchgemachte bei Cartoons. Nee, vor allem halt echt auch am frühen Abend, ne? Das ist jetzt nicht mitten in der Nacht. Ja, eben. Okay. Hat eine Idee von 41 Millionen gehabt. Ich hab ja gesagt, war ein Erfolg. Hat über 240 Millionen eingespielt. Also, kann sich sehen lassen. Was war's? Was hat er gekostet? 41. 41 und 240 eingespielt worden. Oh Mann, krasser Scheiß, ne? 200 Millionen plus, das ist schon eine gute Marge für so ein Vehikel. The Celtics Mafia waren da weniger bescheiden bei den Oscars. Nee, die haben nicht vor dem Fernseher geschlafen, das stimmt ja. Die haben dann schon auch mit zehn Mann die Bühne gestürmt. Ja. Maddy Scorsese gefällt das. 110 Minuten aus dem Jahr 2002, 8 Mile, fertig. Geil. Ich hatte ja damals verkackt, ich hatte, glaube ich, ein paar Monate vor, die Pro-Medics-ID rezensiert für die MK2, für die ich damals geschrieben hab, so Hip-Hop, Dancehall-Magazin. Und dann hat mich Universal Music mit dem 8 Mile Soundtrack, ich weiß nicht, zwei Monate vor Kinorelease halt bemustert. Und ich hab mir die halt reingezogen und dachte, naja, irgendwie so geil ist es nicht. Okay, krass. Und das hab ich auch zur Papier gebracht. Und naja, der Rest ist dann. Seitdem wurde ich auch nicht mehr von Universal Music bemustert und ich glaube auch alles andere von mir wurde ignoriert. Das war vorbei. Hat er seine Karriere begraben. Oder 8 Mile gedisst hat. Ja, kann ich verstehen. Was ist das für ein komischer Typ? Der kann ja gar nichts. Der hat ja gar keine Ahnung von irgendwas. Der hat ja gar keine Ahnung von irgendwas. Der soll aufhören damit. Okay, aber jetzt wissen wir, dass du nicht der größte Eminem-Fan bist, aber hat das denn Auswirkungen auf den Film? Nee, das ist ein geiler Film. Also ich mag auch Eminem an sich, aber das ist so, wie was Pascal gesagt hat. Ich finde halt anstrengend, mir den ganzen Album von Eminem anzuhören. Aber ansonsten, ich finde auch nicht alles geil, was er macht. So gerade diese, so meistens bei seinen Balladen und so, wenn er dann so dieses Stand und so, das finde ich dann schon öde. Ja. Aber, ähm. Aber das hat ja hier gar keine Auswirkungen. Nee, das hat ja gar keine Auswirkungen. Ich meine, ich als Hip-Hop-Fan kann den natürlich, kommen mir voll auf meine Kosten. Das ist ein geiler Film. Was hat dir nicht gefallen? Die Hauptrolle. Was mir nicht gefallen hat? Weiß nicht. Ja, weil bisher kam man wirklich nur rüber, ist ein geiler Film. Also eine runde Sache insgesamt. Eine runde Sache insgesamt, ja. Aber nicht deinen Lieblingsfilm. Soll ich euch die Punkte jetzt auf dem Tablett servieren oder was? Verbalisieren. Ist ja schon ein bisschen selber ab. Ja, bitte, sagt er auch noch. Geil. Ja, fertig. Ja, dann hau doch mal die anderen Punkte auf. Ja, dann mach ich das. IMDb 7,2. Hat einen Meta-Score von 77. Rotten Tomatoes 6,7. 3,1 vom Publikum. Und Letterboxd 3,5. Und jetzt Dave. Ja. Ich sage, Guess ist bei einer soliden 8,5. Also mehr als solide in 8,5. Ja, ja. 8,5 ist schon hoch, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie du, ich glaube, du bist ja immer ein bisschen zurückhaltender mit den Punkten und Lee gibt immer ein bisschen mehr, ne? Deswegen würde ich jetzt sagen, eine 8. Eine glatte 8 ist das. Ja, also ich konnte erstaunlich wenig raushören. Ich glaube aber auch, 8 klingt realistisch. Ist aber schon besetzt von mir. Also du musst jetzt was anderes sagen. Das wäre ein Problem. Ne, weil ich... Da gibt es dann doch eine Regel. Also die Regel ist einfach. Nimm nie das, was Dave sagt, weil das ist meistens falsch. Ich fack halt nicht. Dave hat ja auf jeden Fall schon Negativ-Rekorde aufgestellt. Genau, er sprengt die Tabelle teilweise so von den Punkten, die man überhaupt dann angeben darf und wie viel man daneben legen kann mit Minus 7. Da ist er schon teilweise drüber. Das sind 8. Siehst du, läuft. Zack, ja. Also wie um Pascal richtig. Ja, aber um Pascal da jetzt nochmal recht zu geben, 10 Punkte von mir. 10 Punkte von dir. Ja. Okay. Top. Das ist einer von denen, wo Lee wahrscheinlich dann 5 gerade sein lässt, aber für mich ist es kein perfekter Film. Aber ein geiler Film. Aber nicht perfekt. Ist ja gut jetzt. Hammer rausgehört. Wie meine Freundin. Ne, ich war auch bei 8. Von daher. Du warst auch bei 8. High five. High five. Na, dann kannst du klingeln hier mit Dave. Ja, und du mit Pascal. Oder? Ne. Ja. Du hast auch gesagt, seit 10. Achso. Was? Ne, 8 habe ich gesagt. Achso, du bist bei 8. Das ist ein bisschen krüppelig aus hier. Ja, so ist gut. Du kommst noch ein bisschen besser ran als ich gerade. Ja, ja. Ihr seid hier alle drei bei einer 8. Okay. Ja, dann trage ich Dave und Pascal die auch mit einer 8 in die Tabelle ein. Hier seid ihr hier auch am Start. Na, ich fand den schon richtig, richtig gut. Richtig gut. Risch, gell. Das Apocalypse Lau, der Hip-Hop-Filme. Ja. Kann man schon sagen. Ja, also. Also ich meine, gibt es für dich einen Film, wo wirklich Hip-Hop so im Schwerpunkt ist, der irgendwie tiefgründiger und besser daherkommt? CB4. Also jetzt. Homies. Jimmy Vox. Anke Pi mal wieder außen vor. Hast du den schon gesehen? Ne, noch nicht. Aber das wäre schon ein Kandidat. Den habe ich mitgebracht, den Film. Das wäre super, weil dann können wir den nicht mehr rezensieren. Ja, da würde es echt. Das würde es mit Google abfangen. Das wäre echt ein cooler Move. Okay. Ja, cool. 8 Mal. Jetzt Dave. Jetzt Dave. Okay. Ich habe ja heute nochmal gehört, es gibt keine Regeln. Ich fange heute mal einen Film anders an zu rezensieren. Vietnam 1969. Was wird denn das jetzt? Es wütet der Vietnamkrieg. Elite-Soldat Jackson hat den Auftrag, seinen Ex-Partner Atlas und Zorc zu finden und zu vernichten, umzubringen. Atlas und Zorc haben sich nämlich die alles den Krieg entscheidenden Waffen, die den Krieg gewinnen, haben sich nämlich geklaut und im tiefsten Vietnamdschungel damit versteckt. und Jackson. Pascal, würdest du sagen, er hat ein großes Talent als Sprecher? Also, ich habe Gänsehaut. Hast Gänsehaut, ja. Pass auf. Wenn er so eine Natur-Doku narraten würde. Geiles Hochdeutsch auch. Pass auf. Jackson geht in den Dschungel rein, ja. In den Dschungel rein. Und dann? Gibt es richtig krasse Action, weil herrscht Krieg. Und da fliegen Gedärme und so weiter. Und irgendwann findet Jackson Atlas und Zorc im Bunker im Vietnamdschungel. Und hat den Auftrag, die Waffen zu finden. Und dann kämpfen die gegeneinander. Und Atlas wird gefangen genommen. Und Zorc kann aber fliehen. Ich habe gerade die Story erzählt. Kannst du dich da hinten in die Ecken setzen und ein bisschen die Parken halten, sag einmal? Ey, also... Parken halten, sag einmal. So, you're like dramatic, huh? Ja, ziemlich dramatisch, weil das sind ja immerhin die Waffen, die den Krieg entscheiden zwischen USA und Vietnam. Und dann gibt es einen Cut und der Film spielt 20 Jahre später. In einem kleinen Ort an der amerikanisch-irakischen Grenze. Und Jackson ist mittlerweile hier so nebenberuflich Ninja-Killer, Kopfkildjäger. Und muss Ninjas killen, um seine Tochter und sich halt irgendwie durchs Leben zu bringen. Atlas wurde ja gefangen genommen und musste im Steinbruch 20 Jahre lang arbeiten. Und wurde aber von... Die Stimme, Alter. Atlas wurde gefangen genommen und hatte seine Stimme. Und wurde aber von Zorc freigekauft. Weil Zorc ist nämlich mittlerweile zu Geld gekommen. Und braucht halt Atlas, um die Waffen zu finden und die zu verkaufen. Weil der hat jetzt einen Deal eingefädelt mit irakischen Waffenhändlern. Und Zorc will das über die Bühne bringen. Äh, ein bisschen versteckt in der Dorf-Disco. Und die Dorf-Disco gehört Ralf Eden. Und Ralf Eden war auch ein Adjutant von Zorc im Vietnamkrieg. Und Ralf Eden hat aber Amnesie und kann sich nicht mehr daran erinnern, wo die, wo die alles entscheidenden Waffen sind. Und in dieser Disco finden Tanzwettbewerbe statt. Nimm mal das Bier da weg. Nimm mal das Bier weg. Und Jackson bekommt davon mit... Das ist die deutsche Version von 8 Mile, die er gerade erzählt. Jackson kriegt es mit, dass in dieser Disco die Waffen, die es laufen sollen. Und stürmt dann die Disco. Und dann gibt es noch mehr krasse Action. So, habt ihr genug gehört erstmal? Oder wie sieht es aus? Hast du schon erzählt, welcher Film das ist? Nee, ich hab ja den inhaltlichen Anstieg erstmal gemacht. Ich drück mal den hier. Nee, das will ich nicht. Nee, das will ich nicht. Das klingt wild. Ja, das ist richtig wild. Was ist das? Was soll das? Also, der Film heißt Operation Dance Sensation. Okay, what the fuck? Operation Dance Sensation? Operation Dance Sensation. Das ist die nächste Videospielverfilmung, oder was ist das? Nein, das ist die Diplomarbeit, die Abschlussarbeit zu seinem Filmstudio von Thilo Gosi-Johann. Thilo Gosi-Johann ist der ältere Bruder von Simon Gosi-Johann, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, der vor allem so in den 2000ern so ein paar bekanntere Sachen im Fernsehen gemacht hat. Ja klar, ja, Comedy Street. Genau. Super. Ja. Soll gut. Mochte ich voll. Und dieser Film ist eine natürlich nicht ernst gemeinte Action- und Kriegsfilm-Parodie. und nimmt da halt einiges auf die Schippe mit natürlich krassen Low-Budget-Bedingungen. Also Operation Dance Sensation. Okay, wie lustig. Thilo Gosi-Johanns Abschlussarbeit, die mit einer 1,0 ausgezeichnet wurde aus dem Jahr 2003. Weißt du, wo der studiert hat? Nee, die kommen, glaube ich, da irgendwo aus dem Rohrpott. Ja, der macht lustig, lustigerweise hat der in letzter Zeit auch mit dem Filmfressen mal wieder was gemacht so. Und war bei dem Quiz dabei. Nee, Simon oder Thilo? Nee, Thilo. Ach, cool. Und da habe ich den mal öfter gesehen jetzt gerade so in letzter Zeit so im Podcast-Kontext. Ja, das ist lustig. NRW ja unter Umständen nicht falsch. Hammer. Weil ich mich nämlich gefragt habe, gibt es den noch? Macht der noch irgendwelche Sachen? Den gibt es noch. Ich bin ja nicht aktiv verfolgt, aber... Ja, den gibt es noch. Von wann ist denn das? 2003. Also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe den bestimmt auch 15 Jahre nicht mehr gesehen. Damals mit einem guten Kumpel. Ach, du kanntest den schon? Ja, okay. Ey, jetzt kommt's. Ich habe den jetzt schon fünfmal in meinem Leben gesehen. Der guckt nur geile Sachen. Ich vermute, dass ich ihn als deutschen Film, ich glaube, es ist der meistgesehenste deutsche Film von mir, Alter, okay. Also ich habe ihn auf jeden Fall öfter gesehen als das Boot, der dann wahrscheinlich schon direkt danach kommt. Das ist eine Ansage. Die großen deutschen Klassiker halt, die beiden großen Filme. Und ich feiere den Film. Alter, der ist echt voll mein Humor. Und habe so ein bisschen die Hoffnung, dass auch Lee vielleicht was damit in Ansetzen anfängt. Ja, also ich bin auf jeden Fall schon mal intrigued. Es ist halt wirklich, ne? Der hatte, glaube ich, ein ultra niedriges Budget, irgendwas unteres, fünfstelliges, aber Alter. Macht Spaß. Also Thilo und Simon spielen eben diese beiden Hauptrollen. Thilo spielt Kopfgeldjäger Jackson und Simon dann Atlas. Und ja, ey. Und die spielen quasi Amerikaner mit Vietnamkrieg und so im Kontext. Okay, krass. Und Simon bemalt sich dann halt im Vietnamdschungel seine Fresse zur Tarnung mit Schminke wie halt Phantomkommando. Die Action geht auch ab wie bei Phantomkommando. Also schon ein bisschen Verbeugung vom 80er-Jahr. Absolut, total. Die ganzen Action-80er. Ja, die Handlung klingt ja auch schon sehr danach. Dinger werden referenziert. Genau. Und ab der Hälfte dann halt mit diesem Disco-Feeling. Also dann die 70er, 80er-Disco-Dinger werden dann halt referenziert. Okay. Ja, total hirnlos. Wild. Vor 15 Jahren war ich natürlich noch ein bisschen jünger. Ich glaube so ungefähr 15 Jahre jünger war ich da. Und ja, also mittlerweile, der Film hat natürlich echt viele, viele Logiklücken und sonst was. Irgendwelche produktionstechnischen Bedingungen, die halt so heute noch mehr auffallen. Aber es tut dem halt null irgendwie Abbruch. Man sieht, und das mag ich halt, man sieht voll, dass die in jeder Sekunde einfach Spaß am Dreh hatten. Und das transportiert, also es kommt einfach dann rüber. Aber ist das so wie bei so einem Helge-Schneider-Film, wo es egal ist, dass da Filmfehler auch mit drin sind? Oder haben die das eigentlich schon ein bisschen ernst gemeint auch? Ja. Also die Story natürlich nicht so. Nee, 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 nee. Das war schon richtig Parodie. Ja, okay. Aber trotzdem waren halt ein paar Fehler dabei, die kamen dann durch Schnitte erst zustande, die sie dann im Nachhinein mit ihrer Erfahrung wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders machen würden. Also dann so Anschlussfehler oder? Genau, Anschlussfehler. Ja, ist eher drauf geschissen. Aber es hat natürlich trotzdem einen gewissen Charme. Und wo kriegt man den? Disney Plus? Netflix? Ich hatte mir den damals auf DVD gekauft. Gibt so eine geile rosa Plüsch Edition. Die haben den wirklich rausgebracht auch. Okay, krass. Und gibt's noch bei Amazon im Gebrauchtmarkt. Abfüllzentacken geht's dann los für die? Also im Stream ist der nirgends geil? Nee, ich glaube nicht. Dafür war der jetzt unbekannt. Also der ist schon entstanden unter dieser Neverhorst Company Produktion. Das ist die Produktionsfirma von den Brüdern. Und die hatten eben dann auch über die Jahre hinweg immer wieder so ein paar Trashperlen. Einer, der so ein bisschen bekannter war, war Captain Berlin vs. Hitler. Den hatte ich mir damals auch reingezogen. Da hatte Jörg Buttgereit zum Beispiel auch das Drehbuch geschrieben. Ach, der Buttgereit. Und ja, so war es dann halt. Captain Cosmotic, das war so der erste Film von denen. Der ist noch ein paar Jahre vor Operation Dance Sensation entstanden. Ich kenne nicht einen. Das ist schon alles Trash. Also das ist nicht typisch deutsch. Deutsche Geschichten. Low Budget. Hat eine krasse Fanbase auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und bei dem Film dann eben bin ich einer der Fanboys. Ich habe den damals gefeiert, damals dreimal gesehen, jetzt aktuell eben noch zweimal. Und wie lange geht der denn? Der geht 108 Minuten. Oh, okay. Das ist ja noch nicht mal wenig. Genau, das war so ein bisschen jetzt auch, wo ich gedacht habe, irgendwann ist es dann doch ein bisschen der gleiche Humor. Also ein bisschen Längen hat er dann ab der Hälfte dann doch leider ab und zu. Aber es war eine coole Vermischung aus diesem Disco-Feeling, der Verbeugung des 80er-Jahre-Action-Kinos. Echt viele Gord-Szenen, wo die auch einfach ihren Spaß dran hatten. Aber wie gesagt, ab der Hälfte. Wir hätten den ein bisschen straffen können. Aber gut, als filmische Abschlussarbeit fürs Studium. Super. Ich glaube, da lernt man natürlich danach noch umso mehr dazu. Ja. Aber es ist krass. Also der Einstieg ist auch gar nicht sofort der Vietnamkrieg. Man bekommt eine Minute lang mit, wie Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen. Ach geil. Zusammen mit, die kennt ihr wahrscheinlich, ich muss sie googeln, Mareike Fell. Die beiden spielen Krankenschwestern, die halt zwei dieser Kontrahenten ins Krankenhauszimmer fahren. Und die sich da in ihrem Bett sozusagen bekämpfen und auseinandergebracht werden müssen. Und dann gibt es halt den filmischen, zeitlichen Sprung zurück, 20 Jahre vor der Vietnamkrieg. Also es gibt ein paar bekannte Gesichter. Bela B. von den Toten Hosen. Nein. Von den Onkels. Ach ja, genau. Danke. Hat auch eine Nebenrolle. Ja, der war jetzt bei The Network auch wieder dabei. Der macht viel. Ja, und hier, Jasmin Wagner hat ja irgendwie auch so Theater-Schauspielkarriere gemacht, oder? Die steht ja schon auf Bühnen und bringt halt auch so ernsthafte... Naja, ich dachte, das ist so Boulevard-Theater, was die macht. Nee, nee, die hat auch schon teilweise so klassische Stücke gespielt, also. Echt jetzt? Ah ja? Das letzte, was ich gesehen habe, ist, dass sie mit Finch Asozial oder so ein Lied rausgebracht hat, oder? Ja gut, ja, stimmt. Das hat sie auch. 11030? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab nur mal reingeskippt oder so. Also das ist ein bisschen wie ein Unfall. Ja. Ein scheiß Musiker, man kann auch nicht wegskippen. Habe ich ja Lee in Folge 24 aufgeklärt, dass wer Finch Asozial ist. Ja. Der hatte den besten Wikipedia-Eintrag, den ich jemals gesehen habe. Da stand nur ein Satz bei Wikipedia. So, da steht ja mal Leben. Mittlerweile haben sie es geändert, weil ich wollte es ihnen mal zeigen und dann habe ich gesehen, das haben sie jetzt ausgeschmückt. Aber damals war nur ein Satz so, Finch Asozial ist Industriemechaniker aus Lichtberg. Das war so, das stand bei Leben, dieser eine Satz so. Ich so, okay, alles klar, überhaupt nichts über seine Musik, nichts, null. Geil. Ich habe ja Finch Asozial dieses Jahr live gesehen. Und? Ach. Zusammen mit deinem Bruder übrigens. Der war auf dem selben Konzert. Ach, echt, ja? Okay, wie lustig. Aber er war im VIP-Bereich und ich bin ja eher so der Asoziale Atze. Mein Bruder kennt sie alle. Ja. Mein Bruder war auch mal Tour-Chauffeur von den Atzen, von Frauenarzen. Ja, stimmt. Der ist dann der Fahrer von denen gewesen, bei der Deutschlandtour. Das ist bestimmt entspannt gewesen, oder? Bestimmt, ja. Das ist super relaxed, ja. Früh aufstehen, kein Alkohol. Yoga. Yoga, genau. Ich habe ja noch ein Trauma von Jasmin Wagner. Und ich hoffe, das wird bis zu meinem Tod noch irgendwie aufgeklärt. Ich habe damals mit 17, 18 mit meinem besten Atzen Jakob Viva geguckt. Und der Teaser war, Interview Jasmin Wagner, die Frage, wie war dein erstes Mal Sex? Und wie so, oh geil, wir wollen wissen, wie Blümchen das erste Mal Sex hatte. Blümchen Sex. Und gucken. Really? Gucken und die ganze verfickte Interviewstunde auf Viva an mit das langweiligste Interview, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und bis zum Ende, wirklich eine Minute vor drei oder so, haben die mit dieser letzten Frage gewartet. Und in jeder scheiß Werbepause nochmal angeteasert. Viva, das erste Mal Sex. Ey, und da kommt die Frage, Alter, da kommt die Frage. Und wir so, ja, jetzt kommt die Frage. Und Jasmin Wagner, es geht keinem was an. Und zack war das Interview vorbei. Und wir so, ey, Fick, Alter. Wir hatten fast den Fenster aus dem Fernseher geschmissen. Den Fenster aus dem Fernseher geschmissen. Ja, genau. Fenster aus dem Fernseher. Aber ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Antwort von ihr oder ihr, einen notgeilen Typ, Alter, dass ihr euch eine Stunde lang bis das Interview reinzieht und auf diese Antwort wartet von Blümchen, die aber auch ein bisschen hot war damals, muss man schon sagen. Musik, Schrott, aber sie ein bisschen. Also, jetzt staber bitte kein Reflexionsprozess bei mir. Ich war eigentlich. Wir können auch drüber reden, wenn du willst. Ich war 30 Jahre lang der Meinung, ne, dass. Du wurdest da betrogen, ne? Ja. Man hat dir was genommen. Ich merke schon. Sie hat doch gesungen, gib mir noch Zeit, ein kleines bisschen noch, also. Hattest du das nicht auf dem Schirm oder was? Shit, nee, man. Die hat ja schon mit ihrer Jungfolligkeit gespielt. Ja, deswegen wollten wir das auch dann erfahren, auch wie war. Achso, du meinst, da hat sich was geändert. Da packt sie endlich aus und erzählt mal, was da so abgeht. Sieh, du hast mich entjungfert. Genau. Ich war die Inspiration für deinen Arschfick-Song. Also, war das so? Genau, das war es, ja. Das ist schon eine Hausnummer für einen Entjungfoll. Stimmt, hab ich auch schon mal gehört. Hab ich auch schon mal gehört. Hab ich auch schon mal gehört. Schon mal den Latte hochgesetzt. Ja, wirklich. So. Gott, ey, das ist schön. Ja, Comedy-Gold hier. Also, der Film im Audiokommentar, den ich mir ja auch reingezogen hab. Es gibt einen Audiokommentar. Ja? Und das Beste ist... Ja, du hast doch noch nicht den Audiokommentar von Scorsese und... Ja, ja, eben. Das wäre doch direkter. Also, es ist eh lustig, ne? Er sagt, das ist ein Abschlussfilm. Und ich mein, Systemsprenger war auch ein Abschlussfilm. Weißt du, also man kann halt auch sowas machen. Operation Dance Sensation klingt auch geil. Ja. Und beim Audiokommentar, und da stoße ich mal Pascal an, machen die beiden Atzen, Thilo und Simon nämlich auch, ein Bier auf. Und der Audiokommentar ist am Anfang ein bisschen trocken, ist ja auch wurscht. Später tauchen die mehr auf, je mehr Bier geflossen ist. Auf jeden Fall bezeichnen sie ihr Film als Anti-Kriegsfilm-Parodie. Es ist aber auch eine Kriegsfilm-Parodie und es ist gleichzeitig ein Kriegsfilm. Also ich glaub, diese Mischung ist einmalig als Film auf der Welt und von daher allein deswegen sehenswert. Okay. Ich bin getriggert. Ja. Ja, ich will das auch sehen, auf jeden. Cool. Und die bringen halt, ich bin ja großer USA-Fan, und die bringen halt wirklich krass das USA-Feeling rüber und auch das Ende ist einfach total geil. Ich hab sogar ein Sample mitgebracht. Hier. USA! 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 Ich wusste gar nicht, dass du so ein USA-Fan bist. Ja, stimmt. Das hast du noch nie erlebt. Nee. Aber schön, das ist dezent. Ja. Ziemlich dezent. Das ist ja geil, ey. Da hast du schon in die Hände geklatscht, wa? Als die USA gerufen haben. Geil. Warte mal, einarmig hab ich geklatscht. Da ist er wieder, der einarmig Klatscher. Oh Gott. Ja, also ich hab nicht viel mehr als die Zahlen mitgebracht. Hab da noch irgendwelche inhaltlichen Fragen zu dem sehr komplexen Meisterwerk. Inhaltlich? Ich will den jetzt wirklich sehen, weil ich die ganze Zeit so ein D-Movie vor den Augen hab. Weißt du, so richtig Geschlecht 4 zu 3 und keine Ahnung, aber ich guck mir den an. Ja, die scheinen auch die Kacke gehauen zu haben insofern. Total. Krass, dass ich dann ein 1 gekriegt hab. Abgefahren, ey. Ja, kreatives Machwerk. Dann mach mal. Gut. Vielzahlen gibt's auch gar nicht. Bei IMDb gibt's insgesamt 318 User-Bewertungen, die insgesamt bei 7 von 10 Punkten liegen. Okay. Und die Letterboxd-Community ist so ziemlich ähnlich dabei. Die gibt 3,4 von 5. Nein. Ja. Mhm. Das war's schon mit Zahlen. Gut. Das heißt, ich rate jetzt deinen Score. Okay, also in Anbetracht dessen, dass du den so dermaßen feierst. Ich glaub aber nicht, dass es für dich ein 10,0-Film ist. Denk ich, 9,5 oder 9 kann's eigentlich nur sein. Ich würde sagen, ich schätze ich so ein, dass es nur 9,5 ist. Einfach, weil der trashig ist und weil der, keine Ahnung, anders ist. Mhm. Ja. Hm. Das erscheint mir zu hoch. Irgendwie, weil du sagst ja trotzdem, also wenn er ab der Hälfte dann das Gefühl aufkommt, dass du sagst, ja, das ist eigentlich schon ein bisschen länger, als es sein müsste. Ich sag 8. Naja, ich bin lustigerweise irgendwo zwischen euch. Ich bin schon der Meinung, dass der einen hohen Stellenwert hat, wenn er sagt, mehr gesehen als das Boot, Alter. Ja, eben. Aber ich glaub auch, es ist weder eine 10 noch eine 9,5, sondern ich sag ein 8,4 oder 9. Du hast erst neulich gesagt, also Police Academy 4 hab ich auch 10 Mal gesehen, das heißt noch lange nicht, dass es ein 10-Punkte-Film ist. Ja, ja, bei mir. Ja, okay. Aber nicht bei Dave. Mhm. Jetzt machst du mir Angst, jetzt hab ich mich hier voll in die Nassel gesetzt und bin gleich Minus 2 eingefahren oder so. Ich sag ne 9. Keine Sorge, Li, du hast wieder ne Punktlandung hingelegt. Ich bin bei ne 8,0. Also der macht wirklich halt echt Laune, der Film, aber ja. Pascal hat 9,5 gesagt, ne? Ne, ich hab 8,0 gesagt. Ich hab genau 8,0 gesagt. Stimmt, das kann ich bestätigen. Der zweitbeste Freund von ihm kann das bestätigen. Ne, aber Gertz, du hast ne 9, ne? Ich hab ne 8. Auch ne 8. Wir haben alle drei ne Punktlandung hingelegt. Drei mal, wer allen drei ne Null ein Gutes. Hier, nimm dir mal noch ein Bierli. Schreib mal noch ne Null. Ihr Fotzen, ey. Hier hast du noch 5 unter der Bierflasche noch hier. Ne, du hast ne 9 gesagt, so. Der Deutsche, da ist er. Der eingedeutschte Schweizer. Ne, du hast ne 9 gesagt. Ja, ne, also ich mein, wenn du mit allen Mitteln gewinnen willst hier. Bei mir ist mittlerweile alles recht. Wobei, du hast ja schon einen Punkt gemacht jetzt. Einen Punkt hab ich gemacht letzte Episode, ja. Die Saison, ja. Die hab ich geholt. Bei mir hast du doch auch grad einen Punkt gemacht. Da hat grad mal Markus, der Einzige wieder, der auf mich getippt hat. Ne, insgesamt, diesen Monat. Weißt du, wir machen das jetzt immer monatsweise. Und aktuell steht's, glaub ich, 5 zu 1. 5 zu 1, Alter. Downswing. Gut. Schauen wir mal, wie wir beide in unserem gemeinsamen Film abschneiden. Weil da gibt's ja lustiges gegenseitiges Punkte-Raten. Das wird fetzig. Oha, ja, stimmt. FET-FICH. Ja, schönen Gruß an Jens. Das ist seine dritte Rezension insgesamt in diesem Monat. Nachdem wir einen losgezogen haben und er zwei Auftragsfilme hat, ist das jetzt der dritte. Und der letzte noch offene Film in diesem Franchise. Predator 2 aus dem Jahr 1990. Jetzt haben wir jeden langen Film aus dem Bereich irgendwie rezensiert. Stimmt, ne? Wir hatten ja alle. Wir hatten alle. Hattet ihr auch Pray? Ja. I got to pray. 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 You got to pray, just to make it today. Okay. Jetzt musst du Take That nochmal singen Pray. Der Monat-Song, der Pray heißt. Oh, wie ging der? Warte. All I wanna do is pray. Irgendwie so. Irgendwie so. Nö, 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 nö. Ja. Nö, 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 nö. Ey, rückblickend muss man aber sagen, eigentlich eine der besten Boy-Bands. Wenn man überhaupt sagen müsste, welche die beste war, ist schon die, oder? Und Backstreet Boys, ja, meinetwegen auch, aber die haben zumindest ein paar Songs gehabt, die okay waren. Und auch schauspielerisch, ne, was daraus entstanden. Also New Kids on the Block. Donnie Wahlberg. Achso, du meinst jetzt New Kids on the Block. Ich muss ja ganz weit sagen. Take That. Donnie Wahlberg von den Backstreet Boys. Kennt doch jeder. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß, New Kids, wie kannst du die da außen vor lassen? Ja, die New Kids waren auch okay. Das waren ja so die Propheter. Ja, eben. Die Gottfader auf Boy-Bands. Die OGs. Das ist richtig 80er gewesen, wa? So 86er? Nee, ganz Ende. Anfang 90er, glaube ich, war Step-by-Step und sowas. Ende 80er haben die so ihren ersten Song gebracht und dann so ein bisschen die 90er reingehen. Aber ich glaube, der Typ hinter dem Ganzen war ja der gleiche immer, ne? Ja, ja. Ja, stimmt. Der Boy-Band-Maker. Ja, Mann. So heißt der? Aber Donnie Wahlberg hat bei Saw auch mitgespielt und so, ne? Das kann sein, ja. Ich habe hier Band of Brothers auf jeden Fall im Kopf und Sixth Sense. Ja, Sixth Sense war der Police Officer, stimmt. Aber war er nicht auch bei Departed? Nee, das war... Doch, doch. Das war eben, ne? Du hast recht, der war auch bei. Ich glaube, die haben beide mitgespielt. Beide haben mitgespielt, ja, stimmt. Ich meine, das war doch der Witz. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. An Departed, aber ja, wie auch immer. Eine große Schauspielkarriere ist es nicht geworden. Vor allem verglichen mit seinem Bruder. Ja. Und die machen auch noch diese Burger-Sache zusammen, ne? Du weißt nicht, ich bin nicht so der Kassel-Fan. Ja, stimmt. Da gibt es auch eine Doku-Reihe, glaube ich, drüber. Der Wall-Burger. Ja, genau. Walmart-Burger? Walmart-Burger, genau. Läuft nicht so mit Filmen. Nee, also Dave wirklich... Ja, you're not trying too hard at all. Der ist schlimmer als sonst heute. Nein, nein. You like a bear? Ja. Nimm doch noch eins. Ich liebe Berliner Kindle. Ach scheiße, ist das jetzt Schlechtwerbung eigentlich? Nein. Schuld, das ist auch geil. So. Ja. Ja, zurück zu Predator 2. Genau. Regisseur Stephen Hopkins. Zwei sehenswerte Filme gemacht mit Judgment Night und Blown Away, wie ich finde. Also gerade als Hip-Hop-Fan kennt man definitiv den Soundtrack. Und ich mag den Film dazu auch. Ich kenne ja nur den Soundtrack. Du hast den Film nie gesehen? Den Film habe ich nie gesehen. Wow, okay. Ich mag den einfach nicht geil. Aber viele finden mögen den nicht oder sagen, das ist scheiße. Kann ich nicht nachvollziehen. Der Herr hat aber auch schon fragwürdige Filme wie Nightmare on Elm Street 5 ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Teil der Reihe oder Lost in Space war jetzt auch nicht so doll. Aber war nicht Nightmare on Elm Street 5 überhaupt der Grund, warum der hier den Film machen durfte? Ich meine, die Produzenten waren da irgendwie beeindruckt und haben ihm daraufhin die Regie angeboten, weil der, der den ersten Teil gemacht hat, den brauchen wir heute. Naja, es war ja wohl das Problem, dass der den ersten Teil gemacht hat, dann zu teuer wurde und deswegen ein neuer Regisseur her musste. Und so ist Stephen Hopkins geworden. Ja, ist die Frage, ob das eine gute Entscheidung war. Das werden wir sehen. Der hatte Physik studiert, glaube ich, wa? Der mag auf jeden Fall. Er rutscht auf deinem Niveau. Also, das ist so langsam. Der ist vorbeigerutscht. Der rutscht schon vor einer halben Stunde, ja. Vor einer halben Stunde. Wunder Pro. Geil, see ya. Das ist einer, der von der Wasserrutsche so aus der Rutsche rausfällt. So, weißt du, in seinen Kuhl. Ich kenne immer eine volle Öl so vorne hin. Aber dabei schreit er immer fleißig. USA, USA. Ja, toll. Oh boy. Aber es passt ja so ein bisschen zu dem Film. Ich finde, der kommt schon auch mit einigem Pathos daher. Ja, Pathos und ja, definitiv. Also, die Drehbuchautoren hatte ich auch hier neulich. In einsamen Entscheidungen haben die das Drehbuch geschrieben. Jim and John Thomas. Ja, und auch den ersten. Also, eigentlich, was das angeht, hätte es eine gute Story werden können. Hätte werden können. Das ist ja schon mal ein kleines Vorstellungsgegen. Hätte, hätte. Eine gute Fahrradkette. Ja. Ja. Wer möchte die Story zusammenfassen? Boah, Alter. Aber lieber nicht. Ich sag ja immer was zum Film, aber die Story ist einfach... Keiner? Soll ich, oder was? Also, ich hab den heute zum ersten Mal gesehen, hab ich ja gesagt. Also, ich hab den wirklich nie gesehen. Ich hab auch Predator 1 nicht gesehen. Und dann meinte Dave zu mir, ey, du musst den ersten Teil nicht gesehen haben. Guck dir den zweiten an. Das stimmt, ja. Da ist alles klar und so. Und das reicht auch tatsächlich. Den kannst du nebenbei laufen lassen, so. Und das ist so, der tut nicht weh, aber der tut auch nicht gut irgendwie. Bist du nicht so ein Action-Fan oder warum hast du das? Doch, voll, voll. Aber das ist so, ja, keine Ahnung. Ich hab wahrscheinlich andere Filme zu der Zeit geguckt. Ich hab so Terminator und den ganzen Kram. Die Hard und so weiter vorgezogen und so. Und Predator. Ich weiß nicht warum. Ich fand auch immer die meisten Filme mit Arnold Schwarzenegger einfach scheiße. Weil der einfach, wenn der das Maul aufgemacht hat einfach, ne? So dieses Englisch. Grauenhaft einfach so. Aber Terminator ist unschlagbar natürlich. Aber viele Filme mit Schwarzenegger, ich kann wirklich nichts mit anfangen. Und deswegen auch Predator 1 nicht gesehen und dann 2 schon mal gar nicht. Krass, also weil der 1. ist richtig gut. Echt jetzt? Ja, Mann. Also ich feier den immer noch enorm. Wiegen Welten dazwischen auch. Und deswegen ist das gerade so krass, wie scheiße der im Vergleich ist jetzt, der 2. Teil. Weil den 1. haben wir neulich eben geguckt, weil das war tatsächlich auch von den Auftragssupportern so ein Ding, dass die 1. den 1. und jetzt im nächsten Monat den 2. Und das ist echt für mich der krasseste Abfall, was so ein Franchise angeht, vom 1. zum 2. Das ist echt hart. Da bin ich bei dir, obwohl ich auch hier wieder nicht bei deinen 10 Punkten war, sondern ich war irgendwie bei 8 oder 8,5 und war aber auch ein großer Fan vom ersten Fall. Das war echt ein runder geiler Actionfilm, aber war jetzt auch nicht mein Favorite aus den 80s. Aber das hier ist definitiv ein Unterschied. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich hab den ersten auch gefeiert, damals wie heute und hab den Film jetzt auch 25 Jahre glaube ich nicht mehr gesehen. Damals hab ich den als jugendlicher gefeiert und ich war sehr gut unterhalten, jetzt beim Rewatch. Das ist abgefahren, weil ich hab ihn auch ewig nicht gesehen und ich hätte jetzt aus der Erinnerung auch gedacht, dass ich den 2. mag. Hab ich auch, glaube ich, hier gesagt, aber muss das nochmal revidieren. Der ist auf jeden Fall, der muss hier einige Abstriche machen. Gib mir aber genauso. Kann mal einer zusammenfassen, ich glaub, Guest, du machst es gut. Gut, dann fangen wir in die Story rein. Er spielt 10 Jahre, nach dem ersten Teil kann man an einer Stelle erwähnen, wir sind im Jahr 1997. In Los Angeles herrscht ein Bannenkrieg zwischen Jamaikanern und Kolumbianern und da unsere übermächtigen Aliens, die Prädatoren, eben immer hitzige, umkämpfte Schauplätze aufsuchen, sind ja diesmal in der Stadt L.A., halt so mitten in der Gegend und die Bedrohung ist diesmal halt nicht im Dschungel, sondern halt in der Stadt. Gangs auf den Straßen. Großstadtdschungel. Der Grund dafür wird ja gar nicht erklärt. Also warum der Predator jetzt in L.A. sein? Das fängt ja vor allem so an mit dieser Kamerafahrt, dass man denkt, okay, man ist wieder im Dschungel und dann zieht die hoch und man ist auf einmal in L.A. Also da soll so ein bisschen wahrscheinlich der Übergang, genau. Also das fand ich auch so sinnlos gewählt, einfach das in L.A. zu drehen. Sollte ja eigentlich New York sein, aber naja. Ja, das ist halt so, also die Erklärung habe ich primär auf jeden Fall durch dieses Making-of und durch die ganzen Specials, die da noch drauf waren auf der Blu-ray-Dist, die halt gesagt haben, dass der Predator halt immer krisenumkämpfte Gebiete sich aussuchen und das krisenumkämpfte Gebiete ist diesmal nicht Mexiko, sondern diesmal ist es halt Los Angeles. Ja, ja, weil er jagen will, das verstehe ich schon. Das wird nur in der Handlung im Film nicht klar. Nee, in der Handlung wird das nicht klar, aber da wird so einiges nicht klar in der Handlung. Insofern, das passt schon gut ins Bild. Ja, eben. Mittendrin haben wir die Cops, die bald feststellen müssen, dass die wahre Bedrohung halt nicht von den Gangs ausgeht und das ist das Szenario von Predator 2. Und in der Besetzung haben wir diesmal so gut wie gar keinen aus dem ersten Teil, bis auf zwei Ausnahmen. Und die Hauptrolle spielt diesmal Danny Glover, was schon mal mein erstes Problem ist, weil Danny Glover in Kombination mit Gibson als Riggs in Lethal Weapon, der ja auch immer das hochnimmt, dass er zu alt ist für den Job, ist sie auf einmal der Actionheld, der gegen außerirdische, übermächtige Gegner antritt. Und da sag ich schon, okay, da ist Arnie schon auf jeden Fall eine andere Nummer mit seiner Hands-Ammling-Truppe und hier hast du halt irgendwie Danny Glover. So einen 50-jährigen Cop. Und ja, also ihr könnt mal anfangen, aber so erstens, also ich hab hier einiges auszusetzen. Erstens, schauspielisch ist das für mich eine Vollkatastrophe, ohne Ausnahme. Also Bill Duke und Arnie wirken dagegen beim ersten Teil wie Daniel DeLuis und Christian Bale, wenn du die irgendwie in einem Film besetzt hättest. Das ist unfassbar. Sogar Leute wie Bill Paxton zum Beispiel, die ich normalerweise richtig gerne mag, Alter, waren hier zum Kotzen, wo ich dachte, Alter, was ist das denn? Du hast Robert Darby, du hast Gary Beesie, du hast Adam Baldwin in der Nebenrolle und so. Also so ein paar bekannte Gesichter, aber... Ey, Calvin Lockhart, Alter. Ja. Biggie Smalls, ich hab's so gefeiert. Ja, stimmt. Ja, erzähl dir mal. Ja, mir ging das super ähnlich. Also, wobei, schauspielerisch, guck mal, da mach ich jetzt hier keinen großen Unterschied zu Tango und Cash, den wir neulich hatten. Das ist halt alles so ein bisschen Mittel zum Zweck, aber es gibt für mich tatsächlich vor allem eine Figur, die da echt negativ rausgestochen ist und das ist... Keine weibliche? Ja. Ja, danke. Leona. Ja, definitiv, das war katastrophal. Alter, was macht die denn da? Die ging mir so hart auf den Keks und dann finde ich eh das Problem, dass die hier so eine Zukunft erzählen und das haben die halt irgendwie in den 90s viel zu gerne gemacht, dass die Zukunft, die die erzählen, viel zu nah an dem Jetzt ist. Sieben Jahre später. Ja, eben. Und jetzt erzählen die hier sieben Jahre später und deswegen hat auch jeder auf seiner Knarre, die er immer sehr prominent hochhält, irgendein Scheiß-Visier drauf, irgendein Infrared-Rotz. Also halt so, das ist jetzt die fortschrittliche Zukunft. Ey, und sie rennt dann immer mit ihrer Waffe, mal abgesehen, dass sie jetzt wirklich schlimm spielt, rein technisch so, hält die ihre Waffe halt immer kurz unter das Gesicht, so. Dass ich nur drauf gewartet hab, dass die sich endlich ein Auge rausschießt. Wäre ein guter Thema Abend heute, ja? Bei Eminem schießt er sich die Eier weg, hier schießt er sich die Nase weg, irgendwie. Ja, Spoiler-Lert, passiert leider nicht, aber die Tante ist so nervig und ich hab förmlich gesehen, was sie dann da so sich überlegt hat oder was halt vielleicht die Regieanweisung war, weißt du, wo die dann da so zu dritt hinter diesem Auto kauern am Anfang, als alle hart unter Beschuss sind und sie dann mit ihrer Waffe im Anschlag so voll hart am Pumpen mit der Atmung und so und du siehst förmlich, okay, ja, sie will aufgeregt aussehen und so, aber alles, was sie dann macht, ist so sinnfrei von der Bewegung her mit ihrer Waffe und warum hat sie die, die ist gerade in Deckung, warum hat sie die Waffe in dem Gesicht, also, weißt du, so, das sind immer so Sachen, aber ja, klar, es hat schon auch noch ein bisschen 80s-Flair, das alles. Also, du hast Tango Cash verglichen, für mich ist Kurt Russell, ja doch, Kurt Russell war für mich wesentlich besser in der Rolle, also, der hat natürlich dieses Klischee gespielt, der hat das auch so klischee-mäßig gespielt, aber zumindest gut, zumindest so, dass es nicht stören war, aber hier diese Rolle von, dieses Überzeichnete, ist ja fein, wenn es, wenn es funktioniert, aber hier hat es bei keinem funktioniert. Ja. Ich war mit Befexen, also, das war lächerlich. Nee, aber ich finde eben, wie die Rollen angelegt sind und wie überzeichnet das dargestellt wird in Kombination mit diesen Platten-Sprüchen und so, das ist schon sehr ähnlich für meinen Geschmack. Und damit konnte ich halt wieder was anfangen, weil damals schon als Jugendlicher hatte der natürlich schon damals eine andere Qualität, der zweite Teil im Vergleich zum ersten, und ich habe den damals schon nicht ganz so ernst genommen und hatte auch den Eindruck, der Film nimmt sich halt auch nicht im Detail so ernst. Ich glaube, wenn man sich... Du glaubst, dass der Film sich selbst nicht ernst nimmt? Na. Da siehst du, ich glaube, die versuchen das, ich glaube, die meinen das tatsächlich ernst. Ey, diese überzeichneten Gangs, Alter, wie die da... Alter, ey, vor allem, ich finde es immer so lustig, also, gerade in dem Film, wie hier Drogenkonsum dargestellt wird, ist so witzig, Alter. Wie der eine, was ist das, eine kolumbianische Gang, oder? Ja, ne? Ja, ey, wie er einfach mal mit der vollen Faust da reingreift und dann echt, ey, also, Tony Montana wäre blass vor Neid, Alter. Richtig. Und das war für mich halt immer wieder Ansatz, wo ich mir gedacht habe, ey, so ganz ernst haben die das nicht gemeint. Und der Joint von dem Jamaikaner, Alter, wo ich dachte, what the fuck, das ist so Klischee. Aber diese Gangs, die da dargestellt werden, die sollten ja tatsächlich, also es soll wohl in den 80ern in L.A. Gangs gegeben haben, die wirklich so rumgelaufen sind. Jamaikanische Gangs, kubanische Gangs, was weiß ich, und das heißt, die haben das schon ernst genommen und haben sich gedacht, okay, dann nehmen wir das als Kopie und so weiter und das wird schon funktionieren. Ich glaube auch, dass sich der Film versucht, irgendwie ernst zu nehmen, aber die Sprüche zwischendrin, der Typ immer mit seinem, das ist mein Spezialgebiet und so weiter, der nervt so krass. Und ich weiß nicht, welche du jetzt meinst, ist es die mit den kurzen, dunklen Haaren, die der Typ auch an die Leier greift und so? Ja. Ja, die ging überhaupt gar nicht. Hart, ne? Die ist schlimm gewesen, mag ich. Ja, aber guck mal, dazwischendurch gab es ja dann auch dieses News-Format Hardcore. Ja. Und das war für mich ja auch wieder ein Zeichen dafür, ey, das war so überspitzt dargestellt, das war bestimmt nicht 100 pro ernst gemeint. Aber dafür waren dann die, also war der Humor nicht so richtig da, weißt du so, dann hätte man es irgendwie noch mehr überspitzen müssen, also ich weiß es nicht. Aber was hat denn das mit der Tonalität des ersten Teils zu tun? Nix. Das war doch ein knallharter Actionfilm, weißt du, warum sollte man jetzt hier auf einmal Comedy mit reinbringen oder dumme Sprüche? Naja, es geht ja gerade erstmal nur darum zu etablieren, ob das überhaupt der Fall ist, weißt du? Ja, weil Dave halt meinte, wir gehen ja davon aus, dass das nicht so ist, aber Dave meinte ja, dass die sich selber nicht so richtig ernst sind. Aber ich konnte ihn wunderbar unter Trash-Gesichtspunkten halt gucken und hab ihn so dann auch gefeiert. Ja, okay. Aber wenn man die halt alle in eine Reihe stellt mit Predators und was es da alles gab, dann verstehe ich das voll, dass das halt auch überhaupt nicht reinpasst in dieses Gesamtkonzept und dann eben auch nicht vergleichbar ist und auch eben, wie gesagt, eine ganz andere Qualität halt hat das Ding. Ja, das, was du auch gerade gesagt hast, dass die Gangmen mal so aussehen wie diese Bande aus Nimmerland da, diese Kinderbande, die auf einmal wachsen geworden sind und dann auf einmal in der L.A. in der Gang sind. Alter, die Kostüme und so und dann auch, glaube ich, die ganzen Sprüche so, dieses Oh Gott, not again oder so oder mit diesen Birds, so, was sollte das so? Also das war echt seltsam, Alter. Dann in der U-Bahn auch diese Szene, wo die alle auf einmal Knarre ziehen, weißt du, inklusive die Oma und so. Ich dann denke so, Alter, soll das jetzt lustig sein? Naja, also da konnte ich sogar noch so ein bisschen erkennen, was die versucht haben hier mit, wir erzählen eben so eine bisschen dystopische Zukunft. Alle sind bewaffnet und so. Naja, auch wenn du überlegst, aus welcher Zeit der Filmstand so. Ich meine, die Reagan-Regierung hat ja schon auch in Amerika echt vieles verändert, so, weil dann eben manche Leute halt so Angst hatten, dass das eben so ein Militärstaat wird und, und, und. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, dass die das aufgreifen, so, jeder ist bewaffnet in L.A., weil es ist halt übelst Ghetto. Da liegt ja nicht, glaube ich, diese Polizeimarke von diesen Typen da aufs Grab, Alter. Also ob da einfach so eine Polizeimarke rumliegt, die man sich überall schnappen kann, wenn man da vorbeigeht, Alter. Aber das fände ich sowieso geil, Alter, wie er dann mit der Knarre auf dem Friedhof die ganze Zeit rumgerannt ist, Alter. Das war super. Ich habe das gefeiert, ey. Ja, und dann, also zweiter Kritikpunkt, oder siebzehnder Kritikpunkt, wie auch immer. Ja, aber wirklich, ey. Weil neben dieser ganzen Komik und neben dem, dass dieser Film absolut trash ist, hätte ich halt Bock gehabt, wenigstens geile Action-Momente zu sehen. Aber voll viel Kills passieren ja hier immer oft. Ich meine, das liegt unter anderem auch daran, dass dieser Film einige Male umgeschnitten werden muss, weil die eine Ansage gekriegt haben wegen der Altersfreigabe. Also, aber ey, teilweise wird einer irgendwo weggezogen und dann siehst du so ganz billig nur so Bluttropfen irgendwie so hintropfen, wo ich denke, das war der Kino, oder was? Ich habe genau die Szene im Kopf, wo der nach oben gezogen wird und dann so, als hätte jemand mit so einer Pipette einfach so. Genau, in der Kette und dann siehst du, du siehst richtig den Typen, der da irgendwie was reinsteuert. Ja, das ist echt schlecht. Das war so unfassbar billig. Ja, aber sowieso. Das wenigstens ist zu sehen in dem Film. Das ist aber, finde ich, eh ein Riesenpunkt. Das ist hier zum Teil ein Schnittgewitter, was dich so, also mich hat das komplett orientierungslos zurückgelassen. So, ich wusste stellenweise nicht mehr, von welcher Seite kam jetzt wer und was ist gerade so, hä? Richtig chaotisch. Also, du blickst in den Action-Momenten ja wirklich gar nichts mehr, ey. Was geht denn ab? Das ist, also, ja, kann sein, dass das mit dem Rating zu tun hatte, aber das hat dem Film überhaupt nicht gut getan. Nee, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite gab es wieder geile Schnitte, dass man diese Infrarot-Wärme-Geschichte vom Predator gesehen hat und dann geht der Schnitt halt rüber, zu dem Lichter. Licht von der Polizei, von der Polizeianlage, das war nicht geil. Ja, aber warum sind denn irgendwie die Waffen, warum sollen die denn, warum sind die denn auch rot in seiner Ansicht? Also, wenn die ganze Waffe so heiß wäre, hä? Wurde ja ständig gefeuert. Ja, wahrscheinlich ist die dann warm geworden durch das Abfeuern. Nee, er registriert ja nur Menschen mit Waffen, deswegen lässt er diese Frau, die unbewaffnet ist, in diesem Hotelzimmer auch am Leben. Oder das Kind oder so, genau. Also, er checkt dann, dadurch, dass die Spielzeugwaffe von dem Kind halt nicht leuchtet, sieht er, das ist eine Fake-Waffe und das Kind ist keine Bedrohung. Ja. Das hat mich sehr berührt, ehrlich gesagt. Ja, ja, das war eine sehr emotionale Szene. Also, für mich war ja die absolute Highlight-Szene, wo der, also, ich meine, der Film ist voll mit Logiklöchern, ne? Das ist ja sowieso die Härte irgendwie. Weil, ich meine mal ganz ehrlich, als der dann an Danny Glover hängt, da am Haus, an seinem Arm, da aktiviert er doch auf seinem Unterarm diese Bombe, oder nicht? Ja. Ja. Habe ich auch gedacht. Ja, und dann ist er fertig damit und dann wird das was abkommt. Die steckt im Haus. Die steckt im Haus, diese Bombe, ne? Diese Scheibe ist das, ne? Nee, nee, nee. Das ist ja das, mit dem hackt er das ja ab. Die Bombe, die er hat, ist an seinem Arm. Das ist irgendwie so ein Selbstzerstörungsding. Das kam im ersten auch schon mal vor. Okay. Nur, was ist mit der Explosion? Weil er ist fertig damit so, was ist damit? Warum geht das Ding nicht hoch? Ich habe auch die Explosion geratet. Ich dachte, er hackt ab so und dann Boom, aber nee, passiert nicht. Jedenfalls mein Highlight-Moment eben von diesem Logikloch, dass da gibt es so viele im Film, finde ich. Und dann stürzt er da rüber in das andere Haus, ne? Und dann macht er sich ja wieder frisch. Wir sind jetzt hart im Spoiler-Bereich übrigens, für alle da draußen, die jetzt zuhören. Ja, also, wir sind jetzt krass in den letzten Zügen des Films. Das hast du jetzt gesagt, dass wir in den letzten Zügen sind. Mir geht es ja gerade nur um eine Interaktion. Das verrät inhaltlich überhaupt nichts. Dass ein Predator in L.A. unterwegs ist, das hast du schon erwähnt. Aber du hast nicht erwähnt, dass die Zentrale aller Predatatoren unter einem Fahrstuhl von einem Wohnhaus irgendwo in einer Ghetto-Gegend auf jeden Fall da stationiert ist. Jetzt hast du gespoilert, Gess. Ah, ich spoiler hier. Ich merke schon, Gess hat keinen Spaß. Nein, aber er fällt doch danach da rüber in das Bad und dann kommt irgendwann die Oma, weil sie gehört hat, da ist jemand im Badezimmer. Und dann stürmt er an ihr vorbei, sie kommt ja mit dem Besen so und dann stürmt Danny Glover hinterher und sagt so, I'm a cop, don't worry oder sonst irgendwas. Und sie antwortet halt, I don't think he gives a shit. Sorry, aber das war für mich echt ein Highlighter. Die Alte fand ich grandios. Ja, die war fast so geil wie die Alte bei Bibi und Tina. Ja. Gleiche Liga. Auf jeden. In einem ähnlich schwierigen Film. Ja, in einem ähnlich schwierigen Film, definitiv. Zumindest wurde hier nicht gesungen. Das können wir auch verraten. Okay, aber jetzt, Gess, du klingst wirklich wahnsinnig beschissen hier. Also es ist harter Trash auf jeden Fall. Das ist so, jetzt im Nachhinein muss ich, ich habe jetzt Prey nicht gesehen, aber im Nachhinein muss ich echt sagen, dass außer Predator 1 und Predator Upgrades haben für mich die ganzen anderen Teile keine Daseinsberechtigung. Das ist für mich alles nur so überflüssiges Beiwerk gewesen, Alien vs. Predator. Aber warte mal, gerade bei Alien vs. Predator warst du doch auch irgendwo bei 5 Punkten. Da war ich bei 5, 6 Punkten, da hat es nicht gebraucht. Ach okay, das zählst du schon, als hat es nicht gebraucht. Ja, das ist einer. Überflüssig bin ich immer so bei 0 bis 3. Nee, nee, ich meine damit so, braucht man nicht, wenn man den ersten Teil gesehen hat. Und Predator Upgrade war das Einzige, wo man sagt, okay, das ist mal nachklappen, der macht immer noch Bock so. Und auch ein Szenario, wo sie aus dem Dschungel raus sind und im Grunde in so einer Kleinstadt halt unterwegs waren, aber den fand ich auch richtig cool. Und auch überzeichnete Charaktere, so wie Abziehbild aus den 80ern, wie bei Aliens oder so, weißt du, alles so krasse Söldner, aber jeder hat so ein bisschen einen Wacker. Da diese Predator Hunde, oder was das da waren, da gab es so diese komischen Hundefiecher. Ja, ja, stimmt, die Predator Hunde. Und da gibt es ja auch ein paar komische Momente, wo der Predator zum Beispiel so mit diesem abgehackten Arm irgendwie so aus dem LKW hängt und so. Aber ich fand's cool, ich fand das irgendwie, hat das gepasst. Und ich glaube, das hat alles irgendwie lächerlich. Also für mich ist das Positivste an dem Film noch, dass du mit diesen absurden Dingen relativ dynamisch durch den Film kommst. Also ich finde, der hat wenig Längen. Der Predator 2 hat wenig Längen? Ja. Ich finde, der hat Längen. Ja? Ja, den hätte man 20 Minuten kürzer schneiden. Ja, ja, problemlos. Aber ich hab mich nie jetzt über lange Strecken gelangweilt, weil halt dann doch permanent was passiert und so. Und das ist aber wahnsinnig absurd, was da passiert. Aber ich hab mich nicht groß gelangweilt. Aber man merkt schon, so einen Film würde man ja heute ganz anders schneiden. Viel schneller und würde auch sagen, komm, das machen wir auf 10 Minuten, was da in 20 Minuten gezeigt wird. Und ich merk auch, dass, also ich kann mir stub langsam und so weiter den ganzen Kram geben von früher. Man merkt aber heute schon, dass man gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit spart. Die Sehgewohnheiten haben sich krass verändert. Ja, und bei dem Film war es extrem, weil ich den auch nicht so dolle fand. Also so Terminator 1, 2 kannst du dir angucken, sagst du immer, ja, hättest du hier schneiden können, nachschneiden können oder so. Aber das ist eine geile Story, den guckst du dir an, weil du im Film bist. Aber bei dem war es wirklich so, ich war null im Film. Null. Gar nicht so. Also wie du sagst, die schauspielerische Leistung war irgendwie nicht so geil. Okay, wobei Danny Glover noch okay war und dieser, genau, und dieser Gary Busey. Ja gut, der ist halt immer Gary Busey. Der macht sein Ding. Der war ja auch noch in Elite Weapon. Ich hab den halt auch auf Deutsch geguckt und dann war es noch schlimmer, weil die Synchro ganz schlimm war. Also der Danny Glover, der wurde halt hier synchronisiert von Klaus Sonnenschein, heißt er tatsächlich, aber der hat auch eine geile Synchronstimme und dieser Gary Busey auch. Und alle anderen, die dann nur so ein paar Szenen hatten, sind so schlecht synchronisiert. Und die Frauen, die da angegrabscht werden in der U-Bahn, hey, hör doch mal auf, was soll das? Okay. Das ist richtig ohne Sinn. Oh Gott. Ja, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also ich konnte mir den Film wirklich unter Trash-Gesichtspunkten wunderbar geben, aber da stimme ich dir zu, ab der Hälfte ungefähr hatte dann der für mich auch ein bisschen so dann seine Länge gehabt. Ja, voll. Das wird ein lustiges Punkt erraten. Das wird wirklich lustig. Total lustig. Weil ich hab noch zwei, drei Insights rausgesucht. Oh ja. Ja, mach mal. Und zwar krass finde ich, dass der Predator gespielt wird von Kevin Peter All heißt, der ist ein Farbiger, der ist relativ groß, zwei Meter und der ist fünf Monate nach den Dreharbeiten gestorben, weil der einen Autounfall hatte und eine HIV-infizierte Blutkonserve bekommen hat. Und dann hat er eine Lungenentzündung bekommen und ist gestorben. Richtig krass. Krass, das wusste ich nicht. Aber das ist doch auch der, der im ersten Teil den Teil gespielt hat. Genau. Das ist das, wo die Bombe geblieben ist. Was? Wo die was? Das war ein richtig beschissener Joke. Achso. Und die anderen Predatoren, die wurden teilweise von den L.A. Lakers gespielt. Ja, stimmt. Da hat irgendwie, da hat Danny Glover, der ist großer Fan der Lakers gewesen und dann haben die halt gesagt, irgendwie, die brauchen große Darsteller. Dann hat er gesagt, ja, ich kenne Jungs von den Lakers und dann hat er da drei, vier Jungs angekarrt und die sind in diesen Kostümen drin. Und eigentlich sollte Arnie den zweiten Teil auch wieder spielen, aber der wollte 250.000 Dollar mehr haben und deswegen hat es dann Danny Glover bekommen. Und das letzte Effekt, vier Wochen Dreh, vier Wochen Editing hatten die Zeit. Das spricht vielleicht auch ein bisschen für die Qualität. Also was ich auch hart fand, ist, dass die wohl in so einer miesen Gegend in L.A. gedreht haben, da in diesen Seitengassen und so, dass die teilweise, also die hatten überall Ratten irgendwie in dieser, am Set, hatten Müll und haben sogar mal, zu einem Zeitpunkt haben die sogar eine Leiche irgendwie in der Mülltonne gefunden. Und die Bewohner da, die irgendwie keinen Bock mehr hatten auf den Krach da unten durch diese Dreharbeiten, haben irgendwie Scheiße in Tüten da abgefüllt und haben die Scheiße irgendwie von den Fans her geworfen auf die Crew. Also die hätten, in einem Interview haben die ernsthaft gesagt, sodass die sich gewünscht hätten, in Mexiko diesen Film gedreht zu haben, was normalerweise voll die harten Bedingungen sind. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall, L.A. ist mehr Hölle als der erste Teil in Mexiko. Da war das noch angenehm. Ich habe auch noch einen Trivia-Fact und eine persönliche Anekdote. Damals als Jugendlicher habe ich jeden Film gefeiert, der irgendwo an irgendeiner Stelle irgendeinen Rap- oder Hip-Hop-Song hatte. Ja. Und der Film halt auch, von 1990. Damals gab es jetzt noch nicht, ne, Massenware, einen Film mit Rap-Soundtrack. Und die Raps haben ja so ein bisschen so, ne, L.A.-Latino-Flavor. Ja, der Rapper-Papa, die kommt aber gebürtig aus Schweden. Das ist halt so ein bisschen für eine Überraschung. Hast du auch noch drei Männer und noch ein Baby gefeiert? Weil da haben die ja diesen Gute-Nacht-Rap gemacht für das kleine Mädchen. Nee, kenn ich noch nicht. Ach so, ja, dann wirst du wegen der Nummer auch 10 Punkte geben. Ja, Predator 2. Toxic Avengers, aber unlustig. Okay. Das klingt sehr hasserfältig. Nee, aber bevor er mich jetzt hier bei Null oder so eingliedert, also ich bin hier auch gut durchgekommen. Das heißt, der hätte sich gebaut. Das ist für mich ein Trash-Film, aber ich bin hier auch einigermaßen, konnte ich mir das angucken. Also der ist ja kurz, weil ich durch die Action und sowas da passiert. Aber ist halt kein guter. Ja? Sehe ich schon genau so, ja. Nur so als Anhaltspunkt nochmal, bevor ich hier nur abwatsche. Und was man sagen muss, dieses 80s, 90s Feeling kommt geil rüber. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, womit die damals gedreht haben, aber der ganze Look und so, der ist einfach geil. Da kann man sich alle Filme angucken aus dieser Zeit und ich finde, die sind immer optisch geil. Ja, das stimmt. Gut. Welche Punkte hat wer vergeben? Ja, ich würde erstmal nochmal sagen, Budget 35 Millionen, hat über 57 Millionen eingespielt. Fett. Also. Aber auch nur, weil es den ersten gab. Stell dir mal vor, es hätte nur diesen Film gegeben, das hat ja locker einen Flop gewonnen. Der wäre wahrscheinlich im Vorhers gelandet. Ich glaube, das war noch nicht mal so ein Erfolg, wie sie sich den erhofft haben. Ja, die dachten wahrscheinlich, dass der ein bisschen mehr einbringt, aber gut. Also ich konnte jetzt nicht recherchieren, was der außerhalb der USA gemacht hat, aber gehe ich mal davon aus, dass der dann schon auch noch, dass da noch was dazukam. Ein bisschen. Okay, dann lesen wir die Punkte vor. IMDb ist bei einer 6,3, Metascore 46, Rotten Tomatoes 5,0, 3,1 vom Publikum und Letterboxd 2,9. Das ist alles ausbaufähig und ich glaube, kackt in jeglichen Bereich gegen den ersten Teil ab. Ja. Also Dave, du sagst, du warst ja echt gut unterhalten. Okay. Und Pascal, eher weniger. Tja, so ein bisschen zwischen Guess und Dave, würde ich sagen, ne? Hätte ich auch geschätzt. Okay, okay. Oh boy, das wird so schwierig, Alter. Komm Junge, du hast zwei Nullrunden hinterher hingelegt. Ach so, ja, dabei wird es nicht bleiben, befürchte ich. Das wäre krass, wenn du hier eine Nullrunde machst bei allen dreien, Alter. Naja, auf jeden Fall, das wäre eine Leistung. Was heißt, was sind Props nochmal? Komplimente. Oder wird Lee gedisst, wenn er ganz daneben liegt? Erklär mal Dissen. Nur wenn er freestylt. Ich weiß nicht. Ich glaube, Lee kann gut freestylen. Also, ich sage, Guess ist bei fünf. Wer bist du denn noch bei fünf? Ja, ich glaube, so fünf sind drin. Dave ist bei sieben. Warte mal, das ist bei sieben oder siebeneinhalb. Ich sage siebeneinhalb. Und Pascal ist bei sechs. Ja. So, Guess. Ei, ei, ei. Also, ich sage erst mal, Dave ist eine Acht. Ich glaube, eine Acht hat er noch gegeben. Klang ja wirklich sehr versöhndlich. Pascal sage ich fünf. Und Lee, ach, Alter. Vier. Autsch. Gut. Aber Pascal macht es schwierig. Der Halt gab ja wenig Vergleichswerte. Ich sage, Pascal ist bei einer... Wie viel hast du dir einmal gegeben? Acht Punkte? Persönlich? Ja. Pascal ist bei einer fünf. Lee ist bei einer sechs. Und Guess ist bei einer fünf. Das wird so lustig, ja. Das wird richtig lustig. Jeder sagt was anderes. Okay. Ich sage, ähm... Ja, Lee, du bist bei einer... 3,5? Guess. Ähm... Eine vier. Und bei Dave würde ich sagen, 6,5. Ja. Boah, du bist da insgesamt sehr viel tiefer gegangen, ne? Mit allen. Wow. Ja. Also... Spannend. Ja, also Pascal bei mir eine Punktlandung. Eine vier. Oh, fuck. Das ist richtig. Bei mir hat Guess eine Punktlandung. Weißt du, wann mir das klar war? Als du, ähm... Pascal auf eine fünf eingestuft hast, war mir klar, dass du niedriger bist. Bei mir hat Guess eine Punktlandung hingelegt. Doch, da acht? Ja. Yeah. Okay, diesmal mache ich ein paar Punkte wieder wett. Guess ist bei vier. Ich glaube, ich verkack jetzt. Pascal, wo bist du gelandet? Fünf. Hey, läuft. Oh, fuck. Alter, ich habe eine Nullerrunde bis jetzt. Ich glaube es nicht. Wenn ich Lee jetzt noch treffe? Ja, nicht mal ansatzweise. Okay, shit. Nicht mal ansatzweise. Er macht es wieder kaputt. Ich bin bei fünfeinhalb. Uh. Da habt ihr alle ordentlich daneben. Ja, ich bin mal ein Punkt. Dave nur einen halben, ja. Ja, dieser Lee. Alle treffe ich. Alle erklären gut. Und bei ihm haue ich mich wieder hier anderthalb Punkte daneben. Naja, was soll ich dann sagen? Alter, ich bin hier bei dir im Punkt daneben. So, ich muss jetzt mal rechnen. Ihr könnt was anderes machen. Okay. Wie Dave abgeht, Alter. Du kannst auf Dauerschleife legen. Habe ich mir heute Morgen schon auf Dauerschleife reingezogen. Auf Dauerschleife? Ja. Hat einen richtig guten Tag dafür. Hast du auf iPad, hast du auf Dauerschleife dann. Und dann hörst du eine U-Bahn. Like auf Drumpet, iPad, alles. Alles dabei. Hey, Dave, ey. What the fuck? Mach doch mal bitte. Die ist nach dem Rechnen. Nochmal? Ja. USA! 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 Hey, Leute. Ja, okay, aber Gers, du bist tatsächlich am glimpflichsten davon gekommen. Oh. Mit 1,5 Miesen. Okay. Dave hat zwei Miese. Boah, ich habe richtig verkackt. Pascal hat 3,5 Miese. Boah. Das könnte sich im oberen Bereich der Punkteskala heute abspielen. Und ich habe auch 2,5 Miese. Krass. Ah ja, hinten hat der Fuchs ja, ja. Ja, und den nächsten musst du ja nicht raten, weil das ist ja deiner. So ist es. Soll ich mal loslegen? Leg los. Okay, also, ich habe mitgebracht einen Film. Ich fange mal anders an. Ich bin kein Fan vom deutschen Film. Ich glaube, ich kann an zwei, an drei, an vier, an fünf Händen vielleicht abzählen, wie viele Filme ich. Obwohl, das stimmt eigentlich nicht, weil ich habe ja in der Videothek gearbeitet während des Studiums. Und da habe ich mir auch mal so ein paar deutsche Filme mitgenommen, von denen gesagt wurden, die sind gut. Und was weiß ich, mit Daniel Brühl und Schweighöfer und so weiter. Und ich komme da nicht rein, so richtig. Es gibt aber so ein paar Filme, die ich richtig gut finde. Und das sind vor allem die von Fatih Akin. In Deutschland sagt man Fatih Akin. Fatih Akin? Aber er ist eigentlich Fatih Akin. Darauf besteht er ja auch. Genau, und angefangen hat das Ganze ja bei dem mit Kurz und Schmerzlust, den ich sehr gut fand. Und Gegen die Wand fand ich auch sehr gut. Und Aus dem Nichts. Und jetzt auch zum Schluss Rheingold, den habe ich auch im Kino gesehen. Den fand ich auch sehr gut. Für den durfte ich tatsächlich auch sprechen. Und zwar die Audiodeskription für Blinde von Khatar. Also immer, wenn sich die Blinden das dann anhören und so und dann Khatar spricht in seiner Sprache, dann habe ich seine deutsche Sprache gemacht sozusagen. Sag mal den prägnantesten Satz aus der Audiodeskription, die du gesprochen hast. Von Rheingold? Ja. Puh, warte mal. Was ist da hängen geblieben? Also, ich habe ja ein Sample aus Rheingold. Wow, warte mal. Du bist genauso wie alle anderen Ausschlächer, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Das war Khatar. Stimmt. Das war Khatar. Das war Khatar. Der prägnanteste Satz ist wirklich schwierig, aber ich glaube, es ist halt das, wo er sagt, also wo er, hast du den Film gesehen? Nee. Okay. Leider nicht. Okay, also die fragen ihn halt, wo das Gold ist, was er irgendwie geklaut hat. Und er sagt, ich habe kein Gold und zeigt seinen Zahn und hat einen goldenen Zahn und sagt, hier ist das Scheißgold. Und dann ziehen sie ihm halt den Zahn. Ja, und solche Sätze muss ich dann halt ein bisschen energischer sprechen und so. Aber das hat Bock gemacht, so wirklich. Cool. Genau, aber den Film habe ich auch nicht mitgebracht, sondern ich habe mitgebracht den Film von 2019, Der goldene Handschuh. Oh, geil. Ja. Nice. Wie gesagt, von Fatih Akin, Schauspieler, die da mitmachen, Jonas Dassler, kannte man, glaube ich, vorher auch noch nicht, hat irgendwie zwei, drei Filme vorher gemacht, namhaft oder so, aber mir haben sie jetzt nichts gesagt, Heinz Strunk spielt mit, den kennt ihr vielleicht, das ist ein Drittel von Studio Braun und der hat auch eine kleine Cameo-Rolle in dem Film und der hat das Buch zu dem Film überhaupt geschrieben, das ja auf wahren Begebenheiten beruht und dann macht noch mit Martina Aitner Acheonpong, Acheonpong, wie auch immer, kennt man nicht, aber die spielt bei Stromberg, diese Erika zum Beispiel, diese Dicke und die spielt auch richtig gut. Mehrgewichtig bitte, ja. Etwas, kein Body, kein Body-Shaming. Genau, worum geht's? Also es spielt erstmal in Hamburg, in St. Pauli der 70er Jahre und es geht um einen Mann, der heißt Fritz Honka. Zur Geschichte von Fritz Honka, ich habe mich so ein bisschen belesen über den, der ist der geborene Verlierer auf jeden Fall, also der ist mit, keine Ahnung, neun Geschwistern groß geworden, Vater Schwerstalkoholiker, hat die immer heftig verdroschen und immer Pech gehabt mit den Frauen und so, hatte dann einen Autounfall und so und humpelte deswegen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist er raus aus dem Haus und hat dann sein Geld als Feldarbeiter verdient und ist dann halt zu einem Arbeitgeber gekommen, der ihn dann auch richtig geknechtet hat. Also er hat ihn dann wie so einen Gefangenen gehalten und so wenig bezahlt, immer verprügelt und so weiter und er hat ein paar Mal versucht, da irgendwie auszubrechen. Hat nie geklappt und er hat auch ein paar Mal versucht, sich das Leben zu nehmen, hat auch nicht geklappt. Und bei seinem letzten Ausbruch hat der Farmer dann seinen Trecker genommen und ist über ihn rübergefahren sozusagen. Das hat er auch nur ganz knapp überlegt. Er überlebt vor allem. Und irgendwann ist er dann nach so ein paar, also er hat geheiratet, hier und da ein Kind bekommen, hat die Frauen aber immer verlassen und ist selbst voll in den Alkohol reingerutscht so und ist irgendwann in Hamburg gelandet. Da war er dann so Anfang, Anfang, Mitte 30. Und genau, wird gespielt von diesem Jonas Dassler, der ihn sehr gut spielt, finde ich. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass der kurz, das heißt kurz vor Hamburg, aber der hat halt nochmal einen Autounfall, wo der angefahren wurde und richtig entstellt war. Also so richtig markantes Schielen und ganz entstellte Gesichtszüge. Ganz, ganz markantes, super hässliches Gesicht. Also es erinnert schon fast an, ja, wie heißt er nochmal hier, quasi Modo, so ein bisschen. Und ja, der wollte dann irgendwie eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machen, hat auch nicht geklappt und dann ist er halt irgendwann als Leiharbeiter in der Hamburger Werft gelandet. Und das war dann sein Leben. Tagsüber irgendwie arbeiten in der Werft und abends Schwerstalkoholiker. Immer richtig krass abschießen, immer Korn, mehrere Flaschen am Tag und so. Und versucht halt auch da, bei den Frauen zu landen und das funktioniert halt gar nicht. Und seine Stammkneipe, das ist halt dieser Laden, der heißt zum goldenen Handschuh. Deswegen auch der Titel. Und da ist er halt auch ein Niemand sozusagen. Alle haben irgendwie ihre Spitznamen, Dornkart, Max oder was weiß ich. Und er ist halt einfach nur Fiete und sitzt halt immer an der Thekel und säuft sich den Arsch ab und ist halt sehr zurückhaltend, harmlos, so ganz schüchterner Typ irgendwie. Und er versucht auch da immer wieder bei Frauen zu landen und macht das immer über den Barkeeper. Und der geht dann zu denen hin, bringt den Drink und so weiter und dann versucht er halt so ins Gespräch zu kommen und so. Und das funktioniert halt auch nicht so richtig. Aber irgendwann funktioniert es dann noch und doch und dann nimmt er eine mit nach Hause. Und also spoilern ist jetzt erlaubt, oder? Oder nicht? Also ich habe den Film gesehen. Ja. Von mir war es sowieso dann. Ich nicht, aber das macht hoffentlich nichts. Aber wenn, dann müssen wir halt nur ein Kapitel setzen. Sag mal, haben wir den damals im Kino gesehen, Gers? Ja, ja. Wir haben den beide zusammen im Kino gesehen. Das war, glaube ich, sogar im Zoopalast, glaube ich, mich zu erinnern. Stimmt. Ja, willst du, sollen wir hier ein Spoiler-Kapitel setzen? Ich würde sagen, ja. Dann machen wir das Spoiler-Triangel und ab hier bitte vorsgeben, wer Bock hat, der goldenen Handschuh sich noch anzugucken und nichts von Handlungen hören wird. Genau. Weil die Story ist halt denkbar einfach irgendwie. Also du hast mal schon so schön gesagt, Gers, die passt auf den Bierdeckel und so ist es halt tatsächlich. Weil der Typ, der verbringt einfach nur seine Zeit irgendwie in seinem Zuhause oder eben in der Kneipe, säuft die ganze Zeit und versucht irgendwelche Frauen anzuschleppen. Und dann nimmt er die halt mit nach Hause, vergewaltigt die oder versucht die zu vergewaltigen, kriegt aber gar keinen hoch und dann bearbeitet er die mit einem Kochlöffel oder wie auch immer so. Und sobald die auch nur irgendwas tun, wie zum Beispiel ihn auslachen oder er kriegt keinen hoch oder die liegen einfach da wie ein Brett, killt er die einfach so. Also dann stranguliert er die und bei der ersten. Empathie im Minusbereich bei dem Typen. Aber dazu muss man, also das Klientel, wo wir uns hier befinden, die Zielgruppe, das ist halt Hamburger Kneipe irgendwo. Alles zu Fnasen. Ja, das sind halt alles wirklich ältere, also von Optik sind wir hier bei Rotten.com, nicht jetzt hier irgendwie Victoria's Secret, nicht, dass ihr euch sowas vorstellt, sondern wirklich so Kneipengänger, der schlimmsten Couleur. Total, also es sind halt immer Frauen, die haben auch tatsächlich einen Begriff dafür gehabt, der mir jetzt leider entfallen ist. Das sind Frauen, die so stark trinken, dass sie von alleine sabbern und eigentlich gar nicht mehr klarkommen im Leben. Die sitzen auch wirklich da und man muss auch wirklich sagen, der Cast ist Wahnsinn in dem Film, wirklich. Also alle Darsteller sind richtig krass gecastet, du riechst die förmlich. Ja man, überhaupt das Setting. Die Wohnung von ihm, oder? Das ganze Setting ist Wahnsinn, wirklich. Und das ist auch der absolute Pluspunkt bei dem Film. Ja, ist auch sehr hart auf jeden Fall. Also für Leute, die nicht so ganz hart gesotten sind, ist das schon ein bisschen heftig, obwohl man nahezu gar kein Blut sieht. Aber die Morde sieht man dann schon, wie er halt mit Flaschen auf die Köpfe einhaut und so. Und man sieht das zwar nicht, aber die Geräusche machen es dann vor allem auch so. Und ja, das sind halt niedere Beweggründe auf jeden Fall. Es wird die ganze Zeit gesoffen und bringt dann die erste Frau um tatsächlich, zersägt die dann und verpackt die und wirft die Leichenteile in der Umgebung einfach auf Hinterhöfe. Und ist dann wahrscheinlich ein bisschen selbst schockiert von dem, was er da getan hat und macht vier Jahre erstmal gar nichts. Also macht sein Leben einfach so weiter, geht arbeiten und so und saufen abends in der Kneipe. Und irgendwann geht es dann mal wieder los. Also dann macht er sich wieder eine klar und bringt die wieder mit nach Hause, wieder versucht er mit denen zu vögeln und so. Funktioniert irgendwie nicht und der killt die halt jedes Mal. Und es sind offiziell auch nur vier Morde, konnte man ihm nur nachweisen, könnten aber auch mehr gewesen sein. Und dann ist es halt so, das zweite Opfer ist halt ein bisschen schwerer und da macht er sich gar nicht mehr die Mühe, die halt wegzuwerfen, sondern er versteckt die in der Wohnung. Also der verpackt die noch und hat dann eben in seinem Dachgiebel, 18 Quadratmeter, in dem er wohnt, so eine kleine Ecke hinter so einer Tür und da schmeißt er die ganzen Leichenteile rein, hängt alles voller Wunderbäume, damit der Geruch übertüncht wird und klebt die Tür ab. Es ist so übel und so lebt er halt jahrelang in diesem Modergeruch. Und alle in dem Haus sagen halt, ey, es riecht hier nach Leiche. Und er erklärt das aber immer so, dass, genau, die Griechen im unteren Haus, gespielt von Adam Buzdokus, der ja auch immer bei Fatih Akin in den Filmen mitmacht. War das der Grieche aus kurzen Schmerzen? Ja, ja, ja. Der ist immer dabei, ja, ja. Und die Griechen sind das halt, die benutzen verschiedene Gewürze und was weiß ich. Und deswegen macht auch keiner was. Es macht niemand was. Die Polizei macht nichts und so weiter. Selbst als er mal zwei Frauen dann abschleppt und die eine sich dann irgendwie aus seinen Fängen befreien kann und die wegrennen kann, die rennt zur Polizei und auch da macht die Polizei nichts so richtig so. Also weil, klar, unglaubwürdig, irgendwie eine Hure aus der Kneipe, völlig im Arsch und so. Glaubt man ihr nicht und so weiter. Und er kommt halt immer, ja, damit, davon. Der deutsche Jeff Dahmer. Ja, total. Und wenn diese Frauen zu ihm nach Hause kommen und das ist halt, da merkt man wirklich, dass das ganze Casting so geil ist. Die spielen wirklich gut, dass die dann so die Nase rümpft und sagen, oh Gott, wie stinkt es? Die wollen eigentlich gleich wieder gehen. Und er sagt, da sind die Griechen da unten und so weiter. Und du, eigentlich rümpfst du selbst die Nase, wenn du diesen Film guckst, weil du wirklich das Gefühl hast, ey, Alter, das riecht hier nach Leiche. Es ist wirklich finster. Also das ist denen absolut gelungen. Richtig, richtig gut Setting, Look. Man ist total in den 70ern irgendwie so. Das ganze Casting in der Kneipe ist wahnsinnig gut. Dornkart, Max, Nasen, Ernie, Soldaten, Norbert, alle, die da mitspielen und so weiter, sind alle richtig gut so. Muss man sich wirklich angucken. Nasen, Ernie und Soldaten, Norbert. Ja, Mann, die sind so geil. Das ist der Dornkart, Max. Wieso heißt der Dornkart, Max? Na, weil der von morgens bis abends nur Dornkart trinkt. Ach, und weil er Maxer ist. Nee, der heißt Peter. So richtig dumme Dialoge, Alter, wirklich. Ja, der Ekelfaktor ist halt auf jeden Fall sehr hoch. Aber das muss ich trotzdem als Pluspunkt geben, weil es ist wirklich ein geiler Film. Und der Heinz Strunk, der hat sich auch total Mühe gegeben. Also der hat ja das Buch dazu geschrieben, wie gesagt. Und der ist richtig eingetaucht in diese ganze Geschichte. Also der hat sich da wochenlang in diese Kneipe gesetzt, hat sich alles erzählen lassen, hat mit einer Sondergenehmigung Einsicht in die Akten bekommen. Es waren 18 Ordner über den Honka, hat sich alles durchgelesen, hat dann eigenes Vokabular dafür entwickelt für den Film und so. Und dann hat er gesagt, er will es halt auch vernünftig umgesetzt haben und dann eben mit Fatih Akin. Und es ist dem ziemlich gut gelungen. Und das Einzige, was ich bemängeln könnte bei dem Film, ist halt, dass das Ende relativ abrupt kommt. Weil er dann, das kann ich auch sagen, er wird ja erwischt. Also es brennt irgendwann in dem Haus, weil einer der Mieter irgendwie seine Gas- oder Stromrechnung nicht bezahlt hat und der dann, nee, seine Stromrechnung nicht bezahlt hat. Also hat dann einen Gaskocher, schläft ein und es brennt in dem Haus. Feuerwehr fährt hin, findet die Leichenteile und er guckt sich das Ganze von außen an, merkt, oh Scheiße, wir weggehen, die erwischen ihn, fände ich so. Ja, fände zu einer. Genau. Und teilweise ist es auch ein bisschen repetitiv. Also es ist dann wieder die Frau, die mit nach Hause kommt und geschlagen wird und stranguliert wird und so. Aber ansonsten ist der Film wirklich sehr zu empfehlen. Das ist krass. Also ich könnte dir alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also inklusive, dass ich kein Fan von deutschem Kino bin, aber Akin tatsächlich bei mir die große Ausnahme ist. Und wenn ich die komplette Filmografie von einem deutschen Regisseur aufrufe, wo ich sage, davon fand ich die meisten Filme richtig geil, dann ist er das. Ja, du hast wahrscheinlich von wenig anderen deutschen Regisseuren auch konsequent mehrere Filme geguckt, ne? Müsste man mal eine Statistik aufstellen. Aber es fiel schon auf, dass mir seine Filme irgendwie mehr zugesagt haben als andere Filme, die ich halt gesehen habe. Schon nach kurzem Schmerzlust damals, also habe ich ja schon so ein bisschen verfolgt und gegen die Wand fand ich auch gut. Also war Soul Kitchen für mich noch der Schwächste tatsächlich in der Riege. Und der war sogar okay, genau. Der war okay, ja. Aber der deutsche Film, nee, der war wirklich noch okay. Aber der deutsche Film ist halt auch langweilig. Chick? Chick war noch von ihm, glaube ich. Achso, den habe ich nicht gesehen. Den kenne ich auch nicht. Den kenne ich auch nicht. Dieser Coming of Age-Film mit den beiden Boys. Naja, genau. Den fand ich auch gut gut. Achso, doch. Stimmt, den habe ich auch gesehen. Und? Ja, ist auch okay. Ich fand den gut. Ja. Na gut. Ich kenne halt die frühen von dem halt noch nicht tatsächlich. Mir fehlen die. Kurz und Schmerzlust und sowas. Ich glaube, wenn man so ein bisschen bohrt, es gibt schon gute deutsche Filme. Also Victoria zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der war auch sehr gut. War ein One-Take, der ganze Film und so. Da hat ja auch der Typ von Four Blocks mitgespielt. Fisk-Ingel, der ist der Deutsche da. Frederik Lau. Genau, Frederik Lau. Und Oh Boy oder sowas, auch guter Film gewesen und so. Ja, da würde ich ein Veto einlegen. Okay. Ich fand den vom Look gut und wie auch immer. Aber der deutsche Film ist halt immer irgendwie Hackfressen gucken auf dem Plakat in die Kamera. Es ist immer Heiner Lauterbach dabei. Jan Josef Liefers und diese gleichen Leute immer. Alter, wirklich immer nicht so schlimm. Oder Till Schweiger und so weiter. Also was ich mache manchmal ist, wenn ich wirklich mein Hirn ausschalten will, dann gehe ich ins Kino und gucke mir einen deutschen Film an. Und habe dann diese Cringe-Momente. Oder einfach, dass ich nur so ein bisschen lachen kann darüber. Aber zum Schluss habe ich mir, zuletzt habe ich mir den Nachnamen zum Beispiel angeguckt. Der Vorname fand ich schon so, keine Ahnung. Ich möchte den, ja. Ja? Ja. Ja, es ist halt wieder so ein Adolf-Ding. Das ist so typisch deutsch irgendwie so den Namen. Nö, das ist ja eine Adaption von einem. Französischen. Nee, ich glaube das Original ist italienisch. Ach, italienisch. Stimmt. Wir hatten ja letztens drüber gequatscht. Auf einer Geburtstagsparty. Ich weiß nicht mehr von denen. Und das ist aber tatsächlich das meist adaptierte Buch. Also da gibt es in jedem Land irgendwie eine Fassung. Okay, okay. Und Deutschland ist halt eins davon. Ja. Aber ich fand das für so Kammerspielverhältnisse tatsächlich recht leicht. So, ich finde, also. Das stimmt. Ich war bei sieben Punkten oder so. Jetzt auch nicht bahnbrechend, aber ich mochte den. Irgendwas zwischen fünf und sechs würde ich geben. An Nachnamen auf jeden Fall noch schlimmer. Also noch schlimmer. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran. Ich mag zum Beispiel diesen Christoph Maria Herbst irgendwie ganz gerne. Also hier den Stromberg. Aber du siehst halt immer Stromberg. Wenn der spielt, ist es halt immer Stromberg. Weil der auch immer so ein bisschen die gleiche Gestik macht. Ja, da kann man auch hier mit dem. Oder, naja, also und so. Also irgendwie bringt der das immer mit rein in die Rolle. Und da kommt der irgendwie nicht raus. Aber ja, ist die Frage. Also zum einen wird er wahrscheinlich dann auch stark eben in die Richtung besetzt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die den jetzt komplett gegen den Typ besetzen. Außer das ist dann das Gimmick, worum es geht in dem Film. Ja. Aber das ist in Deutschland halt eh auch so. Die Besetzungskultur. Das ist einfach so. Du wirst hier, also hier gibt es halt Typecasting. Ja. Und eigentlich spricht es ja für Stromberg. Dass der bei dir mit der Figur so hingeblieben ist, dass du die jetzt in allem, was er macht, siehst. Es spricht für Stromberg. Aber das Problem ist, dass der für mich nie, also der könnte jetzt irgendwie einen Killer spielen oder so. Das würde ich ihm nicht abnehmen. Weißt du, so wie zum Beispiel Elfie von... Ja, aber was glaubst du, woran liegt das? Er spielt die Rolle einfach sehr gut. Die ist sehr signifikant. Obwohl es die Kopie der Kopier ist, glaube ich. Aber ich sehe den und ich finde, der acted einfach auch so, wie Stromberg immer so ein bisschen. Also warum kann er nicht mal... Ja, da ist sehr viel von ihm mit drin, natürlich. Ja, aber warum... Der wird wahrscheinlich auch persönlich so sein, glaube ich, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Also ich habe den einmal kurz nach so einer Lesung, die er gehalten hat, danach waren wir irgendwie so in der Gruppe was trinken. Und da fand ich es ziemlich abgefahren, dass dann so Leute von außen an den Rand treten und dann aber auch erwarten, dass er jetzt auf Knopfdruck lustig ist. Weil Stromberg. Und da habe ich schon auch gesehen, wie ihm das auf den Sack geht, weil er halt einfach da sein Weinchen trinken wollte und chillen. Und dann kommt aber permanent jemand an und erwartet, dass er jetzt lustig ist. Ja. Und deswegen, ich habe den gar nicht so Stromberg-mäßig wahrgenommen jetzt, aber wie privat war der in so einem Kontext? Ja, genau. Ich würde ihm aber zutrauen, dass er auch eine sehr kaputte, sensible Rolle oder sowas spielen könnte oder sowas. Oder ein Alki oder ein Drogenab... Aber das meine ich, da wird der nicht für besetzt. Das ist halt, das ist die deutsche Besetzungskultur. Da wird der leider nicht so schnell landen. Der wird halt immer in diesen Till Schweiger-Produktionen und so weiter mitspielen. Weil das halt funktioniert. Also weil die Leute dafür ins Kino gehen. Bulli, Bulli-Havoc. Eher bei Bulli. Oder Bulli, genau. Aber der goldene Handschuh war auf jeden Fall, kann ich unterstreichen, echt genau richtig besetzt. Ja, der Dassler war krass. Ja, aber das finde ich halt eh krass, weil der ist ja, nach dem, was du erzählt hast, hätte der Typ ja auch gut in der Ecke älter sein können. Weil Jonas Dassler war, glaube ich, 24 oder 25. Die haben eine Menge mit der Maske gemacht, ja. Krass, Mann. Ja, und das ist aber eben was, das muss man halt Akin auch schon echt hoch anrechnen, dass der da auch so ein bisschen gegen das geht, wie es normalerweise gemacht wird. Weil, dass du viel mit Maske machst, um dann eben den Schauspieler da hinzukriegen, so das ist eher selten, ja. Und insgesamt, Alter, also du schon meintest, ne, das Setting, das trägt auch so zur Atmosphäre bei, die Schauspieler in Kombination dessen, die Story, wie das umgesetzt ist, Alter, das ist wirklich authentisch gemacht. Ja. Schockmomente ohne Ende. Ja, total. Es ist wirklich, wenn man sich mal so richtig dreckig fühlen will, ist das ein Top-Film dafür. Es ist wirklich, der riecht und trieft, der Film. Ja, Mann, das stimmt. Also ich finde es ja auch sympathisch, dass er die meistens selbst besetzt, oder ich glaube, das macht seine Frau, ne, oder die, also der hat ja die Produktionsfirma, wo, glaube ich, ist das seine Schwester oder seine Frau, die mit drin ist? Das weiß ich gar nicht. Weiß es nicht. Jedenfalls besetzen die immer selbst die Filme. Okay. Und das musst du dir halt auch erstmal leisten können, ne, also, weil jetzt so ein Chirus besetzt ja seine Sachen dann auch lieber selbst, holt er nicht einen Caster dazu. Und deswegen ist das eigentlich schon cool, dass er damit so erfolgreich geworden ist. Spricht natürlich sehr für seine Filme, aber der hat da wahrscheinlich auch einfach eine Menge Glück gehabt. Es gibt ja viele Filme, die wahrscheinlich solche Ambitionen haben, aber die da halt nicht hinkommen, ne. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich glaube, Warner Brothers stand ja auch hinter dem Film. Wahrscheinlich gab es ein bisschen Kohle. Ja, das könnte schon sein. Ja, aber da war er ja schon längst etabliert durch das, was er davor gemacht hat. Ja, ja, absolut. 2019, aber hallo. Ich glaube, gegen die Wand war schon so sein, sogar internationaler Durchbruch wahrscheinlich. Ja, aber der Filmteil wird es auch gut abgeräumt. Ja, genau. Wobei, der Goldene Handschuh nicht so, ne. Der hat, glaube ich, nur fürs Maskenbild was gewonnen und ansonsten... Ja, ich finde es so krass, dass Jonas Dassler beim Filmpreis halt leer ausgegangen ist. Ja, da hat Alexander Scheer gewonnen mal wieder. Also nicht mal wieder, aber den hatten wir ja... Genau, für Gundermann. Weil den hatten wir in letzter Zeit öfter. Und ich meine, da, wenn du jetzt... Den hast du wahrscheinlich so nicht auf dem Schirm, ne. Weil da könnte man auch sagen, der spielt im Grunde immer einen ähnlichen Typ. Finde ich, nehme ich auch. Aber das ist halt... Eben, ich weiß ja, wie besetzt wird und kannst nicht dann plötzlich einfach das Rad neu erfinden, weil du wirst dann eben auch so besetzt. Ja, da redet man sich ein bisschen im Kreis. Ja, wobei ich Gundermann auch gut fand. Ich habe den ja nicht gesehen. Er die Rolle auch stark gespielt hat. Habe ich nicht gesehen. Der ist ja auch gut. So, ich bin jetzt nicht der Riesenfan, aber natürlich ist der gut in dem, was er macht. Die offiziellen Bewertungen. IMDb 6,7 von 10. Metascore 38 von 100. User 6,9. Alter, was? Metascore 38? Der polarisierte Total, der Film. Also es gibt echt Leute, die den super fanden oder total scheiße. Im Kino sind auch einige rausgerangen, oder? Ja, ja. Im Laufe der Vorstellung. Stimmt, ja. Okay, das ist also manchen Leuten einfach zu heftig. Auch das, ja. Wow. Ich glaube, den Riesen... Da würde ich mir mal ein paar Kritiken durchlesen. Das klingt ja spannend. Metascore 38. Ich vermute, dass halt vielleicht die Kritiker so eine möglicherweise fehlende Message dann einfach vermisst haben. Aber das klingt ja nach so einem Charakterprofil. Ja, das ist halt so zu billig. Genau, das ist ein Charakterprofil. Zu 100 Prozent. Aber er transportiert halt keine Message. Ja, genau, ja. Es wird halt nicht gezeigt, dass es scheiße ist, was er macht, sondern wir zeigen einfach, Und du glaubst, weil hier so eine Läuterung fehlt, finden das prima, die Leute scheiße. Ja, oder die Story oder die Handlung an sich. Na gut, ne? Also bei Metascore sind es ja tatsächlich meistens amerikanische Medien, die das bewerten. Das ist aber schon krass, ey. Für eine Variety einfach mal kurz 30. The Germans. The Germans. Indie war ja 25, Alter. Autsch. Oh Mann, Alter. Was hat er bei Letterboxd? 3,2. Und Rotten Tomatoes 54 von 100. Und Audience 77 allerdings. Ich weiß es auch nicht, woran es liegt. Also ursprünglich wollte Fatih Akin ja auch noch Szenen reinbringen, wo man den Werdegang so ein bisschen von dem Honka irgendwie mitbekommt. Also dass man auch sieht, dass er selbst geschlagen, vergewaltigt und so weiter wurde und so. Hat dann aber irgendwann gesagt, es ist irgendwie dumm, das mach ich nicht, weil dann ist es wie so eine Erklärung dafür, dass er das halt machen durfte oder wie auch so. So eine Rechtfertigung. Ja, aber ich meine, am Ende ist es ein Porträt so. Und wenn man sich damit befasst, dass der Heinz Strunk da so krass recherchiert hat und das dann schon ziemlich realitätsnah wiedergegeben wurde, finde ich es eigentlich schade, wenn die Leute den so abwatschen, den Film, also gut, ist Geschmackssache. Also wenn man auf so eine Gewaltgeschichte nicht steht, also das heißt nicht steht, aber dann ist es natürlich null was für einen. Aber muss man vielleicht auch mal ein bisschen rauszoomen. Der Film ist sehr gut. Ich bin sowieso Fan von Serienkillergeschichten. Das kommt auch noch dazu. Das war natürlich förderlich. Also von mir hat er eine 7,5 bekommen. Ich war jetzt auch nicht ganz oben euphorisch, aber schon eine krasse Studie auf jeden Fall. Ja, die waren ziemlich gleich, glaube ich, bei dem Film. Okay, Pascal klingt schon sehr begeistert, finde ich. Ja, ich wollte eigentlich Dave disqualifizieren, weil er hätte die Punkte mitgekriegt, aber wenn ich sehe, wie der hier performt auf jeden Fall mit seinen Minus 7 Punkten mittlerweile, kann er ruhig mitraten. Ja, ich weiß es ja. Also wäre eine Nullrunde für mich. Ja, die Nullrunde sei dir gegangen, wenn er dann noch gewinnt. Quatsch. So, let's go, oder? Ich habe doch die Runde davor, ich bin nicht schlecht dabei, Alter. Ich wollte gerade sagen, Alter, Dave ist gerade mal einen halben Punkt hinter dir. Ich weiß nicht, wirst du... Abgeschlagen hinter mir. Ja, okay. Wichtig ist, dass ich führe. Das ist das Wichtigste eigentlich von einem, oder? Ja. Da sind wir noch nicht. Du führst halt eher so die hinteren Regionen an. Ja, aber zumindest die. Ja. Immerhin, vierter Platz. Das, aber sehr souverän dann. Ja. Na dann. Ja, was sagt er? Ja, aber das ist wirklich tricky, weil das heißt, Dave fällt hier raus, muss einmal weniger raten, hat damit eine Nullrunde und ist jetzt aber punktgleich mit mir. Wie soll das denn gehen? Ich kriege einen Punktabzug, weil ich die Punkte ja schon kenne. Nee, oder wir gelten auch nicht, geht auch nicht, weil dann wäre Pascal im Nachteil, dass wir drei alle nicht raten, aber das wäre auch doch... Ich bin gleich wieder da. Ja, aber wie machen wir das jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Egal, wir raten erst mal. Okay, wir raten jetzt erst mal ohne Dave. Ja, wir raten erst mal ohne Dave. Okay, aber die Sachen, die du auszusetzen hast, das klingt ja überschaubar, finde ich. Das ist relativ überschaubar, ja. Okay, ich sag achteinhalb. Ich sag acht. Guess wieder Punktlandung. Jetzt löst er schon auf und jetzt haben wir ohne Dave geraten. Dave weiß es doch. Ja, aber ich find's ja irgendwie, es ist auch jetzt problematisch, dass seine Punkte da nicht mit reinzählen. Also... Mach's einfach so. Was meinst du denn mit seinen Punkten? Naja, weil's ja jetzt nicht mehr aufgeht, die Nummer. Das hab ich doch von vornherein gesagt, bevor wir aufgenommen haben, weil das Ursprungsproblem ist, dass Pascal ihm die ganzen Infos von dem Film geschickt hat, was er mitbringt und so. Inklusive seiner Punkte. Inklusive seiner Punkte. Okay. Dave hat nämlich nicht angesagt, dass du mir die Punkte nicht nennen sollst. Mhm. Deswegen wusste er die Punkte, wir aber nicht. Naja. Aber deswegen mein ich, es geht dann... Mach's einfach so, du null Punkte, also nichts abgezogen, du null fünf und er kriegt ein. Warum sollte er denn einen kriegen, wenn er die Punkte schon weiß? Genau, Strafpunkt. Das ist doch affig, das können wir doch nicht entscheiden, weil wir ja nicht wissen, ob er eventuell richtig geraten wird. Das Karl hat es entschieden. Ja. Nein. Er hat ja selbst gerade 1,5 vorgestellt. Naja, aber das finde ich jetzt halt ein bisschen tricky, weil wenn es jetzt so bliebe, dass Dave hier quasi nicht mitraten muss und wir haben jetzt geraten, dann landet Dave vor mir und er wäre dann im Lostopf, was er sonst unter Umständen halt nicht wäre. Ja, dann ist Dave eben im Lostopf mit einem los. Das ist jetzt auch nicht allzu tragisch. Also das finde ich fein. Ja? Okay. Ich weiß ja nicht, mir geht es da um die anderen Leute, dass wir damit die Chancen hier so ein bisschen verfälschen. Kann mir nicht vorstellen, dass einer von unseren Gästen uns dann anruft und sagt, der wäre da aber nicht drin gewesen normalerweise und jetzt wurde er gezogen, was soll das? Bitte fleißig anrufen. Ja. Okay. So eigentlich sehen wir das ja nicht beim Punkt der Ratten, das ist ja nur ein bisschen Spaß nebenbei. Strange hier, heute mit dem Ratten. So, jetzt aber. Ja, was? Jetzt kommen wir zu dir, oder? Ach so, ja. Ja, dann machen wir. Das stimmt, da war ja noch was. Ich dachte, wir wären jetzt durch damit. Okay, aber nee, machen wir später mit dem Punktestand. Das ist alles verwirrend hier. Rezensier. Ja. Ich habe mir einen Film angeguckt, der dann überraschenderweise von der Tonalität her relativ ähnlich war zu etwas, was ich neulich schon mal hatte, von dem ich jetzt aber vergessen habe, wie er hieß. Jedenfalls, du erinnerst dich, die beiden... Nichts nutze, die dann abends losziehen, um Chicks abzuchecken. Der hatte doch auch so einen schlimmen deutschen Titel. Ja, und jetzt habe ich mir einen Film angeguckt. Der ist, glaube ich, sogar aus einer ähnlichen Zeit. Aus dem Jahr 1988. Und ich erzähle erst mal die Handlung. Machen wir das mal ähnlich hier. Dass ihr vielleicht dann drauf kommt, ob ihr den schon gesehen habt oder nicht. Am Anfang werden Außerirdische etabliert, die in ihrem Raumschiff unterwegs sind. Drei davon. Die sind total pelzig, also von oben bis unten so mit Haaren voll. Der eine in Rot, der andere in Blau, der andere in Gelb. Ja, und die unterhalten sich in ihrer außerirdischen Sprache und langweilen sich offensichtlich. Und der eine gibt schon auch so ein bisschen zu verstehen, dass er hier mit harten Blueboards unterwegs ist. Und da haben die so eine Art Empfangsgerät mit so einem Monitor und so wilden Hebeln dran und irgendwelchen Buttons, die man drücken kann so. Und das macht er dann auch. Und dann erscheint da so ein Hologramm von so einer tanzenden Tante. Und er ist schon voll heiß und findet es total geil. Dann macht der andere Atze da aber was und dann geht das wieder weg. Und er schreit ihn an und findet es alles total ätzend. Und dann fliegen sie weiter rum und dann empfängt er was anderes. Ein neues Signal. Und sieht dann da so eine Aerobic-Sendung. Und ist voll geflasht. Dann finden sie raus, wo das Signal herkommt. Und stellen fest, das kommt von der Erde. Und dann zoomen die da ran. Das ist halt echt so Google Maps mäßig. Alter, er ist am Anfang den Planeten und dann macht er da wieder mit so einem Hebeln rum. Und dann zoomen die Kamera so ran und so hart verpixelt. Und dann wird es schärfer und dann sehen wir eine Dame, wie sie im Pool liegt. Und dann sind die natürlich Feuer und Flamme. Die diskutieren untereinander noch so ein bisschen aus, dass die ja relativ nackt sind. Ohne diese ganzen Haare am Körper und so. Aber die nackten Wesen sind ja sehr kurvig und deswegen auf jeden Fall interessant. Also wollen sie da hin. Oder wollen sich das weiter reinziehen, was sie da in ihrer Übertragung sehen. Und dann strahlen die sich aber wieder rum. Und bei dieser Rangelei werden wieder irgendwelche von diesen großen Hebeln betätigt. Und die Nummer stürzt ab. Das Raumschiff stürzt ab und stürzt in den Pool der Dame. Zwischenseitig wurde diese Dame auch schon etabliert. Das ist nämlich Valerie. Und Valerie ist, heute würde man sagen, Nageldesignerin. Und ist verlobt mit einem Arzt. Und das ist Ted. Und da wird noch kurz darauf hingewiesen, dass die jetzt schon zwei Wochen keinen Sex mehr hatten. Und Valerie sich deswegen bei ihrer Freundin so ein bisschen ausheult. Und die sagt, er muss sich halt ins Zeug legen und so. Wir machen mal eine Typveränderung. Und dann kriegt sie blonde Haare und wird dann in so einer Musical-Nummer, kriegt sie so ein Makeover. Und dann macht sie zu Hause alles schön, richtet es so her, ganz romantisch. Und versteckt sich im Schrank, um dann Ted, wenn er nach Hause kommt, eben entsprechend in ihren Dessous zu empfangen. Ted kommt aber nicht alleine nach Hause. Weil sie nämlich angekündigt hatte, dass sie auf so einer Convention ist, für ihre Nagelgeschichten, hat Ted eine Lady mit nach Hause gebracht und die abgeschleppt. Das ist nämlich irgendeine Assistenzärztin da. Und ja, als er mit der nach Hause kommt und dann kurz im Bad verschwindet, kommt Valerie aus dem Schrank, umarmt die Dame, die Ted mitgebracht hat und stellt dann fest, das ist ja gar nicht Ted. Und in dem Moment kommt Ted wieder aus dem Bad, als Dr. Love in Unterwäsche und stellt fest, Valerie's doch da. Also schmeißt sie ihn raus. Oh je. Ja, der Haussiegen hängt schief und ich meine, die waren verlobt. Es sollte eigentlich eine Hochzeit geben und so, aber es wird eben von Anfang an etabliert, dass der Herr fremd geht und deswegen wird er jetzt in den Wind geschossen. Das ist ein Drama, oder? Ja, ja, das ist natürlich ein hochgreifendes Drama. Das kommt mir so scheiße bekannt vor. Wir auch, Alter. Wir auch. Wir null, Alter. Das klingt wie der zweite Teil von deinem Film, Dave, Alter. Hey, und vor allem, es wird halt auch von Anfang an, sie wird so als so eine harte Dummpratze dargestellt, deren einziges Ziel es halt ist, Mr. Right zu finden. Und den hatte sie ja schon mit dem Arzt, dem Ted, der jetzt aber fremd geht. Und was soll sie denn jetzt machen? Jetzt muss sie sich eigentlich laut Story noch mehr ins Zeug legen, weil das ist ja das einzige Ziel, was eine Frau überhaupt haben kann, endlich den richtigen Typen abzuchecken. Und jetzt hatte sie den schon und jetzt ist der aber ein bisschen schwierig. Das ist auch so geil, wie das alles so klein geredet wird. Aber sie sollte da eigentlich weiter hinterher sein. Jetzt stürzen aber die Aliens in ihren Pool. Und nach einer kurzen anfänglichen Irritation lädt sie die drei Jungs dann zu sich ein und will denen was zu essen geben und das ist dann natürlich am Anfang total lustig, weil die halt irgendwelche Eier nehmen und sich ganz im Mund stecken mit Schale und so und halt überhaupt nicht wissen, wie, wo, was. Die Jungs lernen aber verflucht schnell. Also die können, das dauert dann auch nur zwei, drei Szenen, dann können die schon rudimentär sprechen und im Verlauf des Films sind die dann irgendwann sowieso wirklich in der Lage, halbwegs normal zu kommunizieren. Der eine von denen ist sowieso super fit, der kann dann relativ schnell auch normales Englisch sprechen. Dann ist der nächste Schritt, weil klar ist, jetzt muss erstmal der Pool abgepumpt werden, damit das Raumschiff von denen freigelegt wird, damit die dann wieder nach Hause fliegen können. In der Zwischenzeit, weil es dauert eine Weile mit dem Pool abpumpen, soll irgendwie einen Tag dauern. In der Zwischenzeit will sie mit denen eben essen gehen oder denen halt so ein bisschen was zeigen. Also müssen die aber erstmal enthart werden oder halt auf Mensch getrimmt werden. Das ist sowieso der Witz, weil die sind am Anfang halt wirklich rot, blau, gelb und dann schleppt sie die zu der Freundin in ihren Friseursalon und plötzlich kommen die halt als Menschen raus. Der eine sogar schwarz. Ey, wirklich, das ist so herrlich absurd. Naja, und dann hat sie halt diese drei Typen an der Backe, die dann plötzlich auch alle noch relativ attraktiv unterwegs sind und dann geht sie mit denen halt irgendwie klappen und sonst wie, also macht so normale Dinge mit denen und die halt immer murder-horny unterwegs und graben halt alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Absurderweise sind dann so auch in ihrem und deren Umfeld absurd viele Tanten in Bikinis und irgendwie rennen sowieso überall nur verpackte Brüste rum und das ist halt auch so herrlich, Alter, wie die dann alle auf die abfahren, weil die halt einfach hot sind. Und da gibt's dann auch immer wieder irgendwelche Musical-Nummern. Großartig sowieso. I don't have to think. Kogas, I'm blonde. Großartige Musical-Nummer. Und dann aber gibt's auch noch so ein bisschen das Pendant dazu mit I like big and stupid. Singt sie dann über ihn. Also auf dem Level werden hier menschliche Werte verkauft. Das ist also, ey, wenn wirklich, wenn die Schauspieler, die das hier alles verkörpern, nicht ausgesprochen charmant werden dabei, wäre das echt eine harte Katastrophe. Aber so kommt man da tatsächlich einigermaßen gut durch. Aber es ist schon, also mitunter auch echt mit Fremdscham verbunden, so was hier passiert, ist echt hart. Weil, also wie schon gesagt, es gibt dann immer wieder die eine oder andere Musical-Nummer. Zum Beispiel zerstört sie dann, als die Ted rausgeschmissen hat, zerstört sie in so einer Musical-Nummer die Wohnung. Oder halt so die Sachen, die ihm wichtig waren. Hat dann so ein Football von seinem Highschool-Ding und packt den in die Mikrowelle und tanzt eben singend durch die Wohnung, während sie dieselbe gedemoliert. Und das war wohl auch Inspiration für das eine oder andere Ding. Sowieso war dieser Film hier Inspiration für Britney Spears. Und die hat mit Iggy Azalea einen Track gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, gell? Gäste, der heißt Pretty Girls. Und ich habe mir das Video angeguckt. Wenn du den Film gesehen hast, dann weißt du genau, wo die das Ding her hatten. Okay. Ja. Sagen mir nichts. 27 Jahre später. Ja, der Song ist, glaube ich, von 2013, 15 oder so. Also ich kenne Iggy Azalea und Britney natürlich auch, aber der Song sagt mir nichts. Die Platte hast du nicht kaputt gescratcht von ihr? Nee. Ja, jetzt ist der Clou noch, dass der eine von dieser außerirdischen Truppe, die dann irgendwann nur als Finnländer gehandelt wird, weil es halt einfacher ist, weil das, was die sprechen, ist dann so, they're from Finland, you know? The capital of Norway. Schweden und Bayern. Ja, ja. Also sie sagt original the capital of Norway zu Finnland. Okay. Also sowieso, die lassen hier auch keine Gelegenheit aus, um sie halt wirklich als dieses Blondchen, diese Dummbratze darzustellen. Der laufende Blondinen wird es. Immer so, so, ha ja, voll. So, ich weiß ja nichts und ich kann ja nichts. Und dann will sie denen was zu essen machen und sieht sie dann eben da, jeder hat sich ein Ei in den Mund gesteckt und dann sagt sie, nee, nee, so, ich kann euch die Eier auch aufschlagen oder dann guckt sie im Schrank und dann ist da ein so ein Ding, wo halt draufsteht, instant so und so. Guckt sie auf die Zubereitung, steht drauf, just add water und sie so, ah no, that's too much work. Und legt das halt so weg. Also auf dem Level wird die blöd etabliert. Deswegen, ja, also dann im Club halt eben auch natürlich ein Tanzbattle, weil dann kommt da einer an und macht halt richtig einen auf Mac und der andere übernimmt dann so seine Tanzmoves und setzt dann da noch einen drauf und ist dann natürlich auch der Stecher und alle Mädels wollen ihn und unsere Valerie muss gucken, wie sie die Mädels von den Jungs fernhält. Und hat's dann natürlich aber auch so heimlich auf den einen abgesehen, weil das ist der Clou tatsächlich. Der eine von denen, der hat hier so ein bisschen Jeddah-Mind-Drinks mit seinem Finger drauf und dann kann der Leute halt so sich ineinander verlieben lassen. Der schwingt dann damit so ein bisschen rum und dann plötzlich sind die schockverliebt. Sicher, dass der Finger ist? Mhm, der Elfte. Ja, und das wird dann natürlich später auch noch zum Thema, weil es geht im Film jetzt eben drum, die Jungs wieder irgendwie nach Hause zu bringen und parallel dazu haben wir natürlich Valerie und ihren verzweifelten Versuch, Mr. Wright doch noch für sich zu gewinnen und ob das überhaupt ein gutes Unterfangen ist, weil er ja dann doch moralisch gesehen nicht so der richtige Typ ist. Okay. Und umso interessanter ist dann natürlich der Alien, der eine von den dreien. Ja, die drei Aliens heißen der Einfachheit halber dann Mac, Zebu und Whiplock. Und das ist jetzt die Härte, Alter. Die werden gespielt von Jeff Goldblum, Damon Wayans und Jim Carrey. Ach, Kass, Mann. Okay. Und Valerie ist einfach mal Gina Davis. Ach, okay. Wie heißt dieser Film? Ich hab den gesehen, Mann. Ich glaub, ich kenne ihn nicht. Der Originaltitel lautet Earth Girls Are Easy, wo halt auch schon wieder einfach so klar die Message drin ist an. Das ist so fragwürdig. Auf Deutsch, Mein Liebhaber vom anderen Stern. Ah, okay. Nee, nicht geguckt. Nee. Hast du den gesehen, Gers? Klingelt da was? Ganz leicht. Irgendwie diese ganze Story mit diesen drei Aliens und so, die dann auf einmal Menschen werden. Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Aber es muss Ewigkeit mehr sein. Ich hab mich daran erinnert, mit Jeff Goldblum und Damon Wayans, der sofort Klick gemacht hat. Alter, wirklich. Wie war der deutsche Titel? Mein Liebhaber vom anderen Stern. Mein Liebhaber vom anderen Stern. Und Jeff Goldblum ist halt anfangs der Blaue und Damon Wayans, der Gelbe und als der dann eben rauskommt und sie so, ja hier, ich hab dir noch ein bisschen auch hier in Tanning-Dings geschickt und dann kommt er halt da raus und das ist alles so herrlich bekloppt, man. Von wann ist der? So Mitte 90er oder so? Nee, 88. Ah, 88. Ja, das ist wirklich früh. Also gerade so für Jim Carrey und Co. Das waren halt die absoluten Anfänge. Also ich mein, vor allem Wayans und Carrie waren ja danach dann noch in Living Colors zusammen und so. Ist halt echt krass, aber du siehst hier schon wahnsinnig viel von dem Jim Carrey, den du später in Dummer und Ace Ventura und so gesehen hast. Weil natürlich, also die kommen auf das Finnland-Ding, weil dann irgendwann im Fernsehen auch ein Spot läuft für Finnland, wo auch nur Bikini-Tanten rumrennen und du denkst, wart ihr mal in Finnland? Also okay. Und da wird dann auch gejodelt und so, wo ich mir auch denke, Alter, die Amis, Alter, die werfen einfach alles so schmerzfrei zusammen. Bikinis in Finnland und dann wird gejodelt und das übernimmt Whiplock natürlich, also Jim Carrey. Und deswegen, das kennst du ja auch von ihm, dieses Gejodele, was hat er auch schon in der einen oder anderen Rolle gemacht und das haben wir eben auch schon. Also das ist schon cool und Damon Wayans hat dann eben dieses Dance-Off mit dem Typ in der Disco und so und Jeff Goldblum ist halt der Geile. Wo es schon auch lustig ist, weil das hat halt irgendwie, ich komme nicht drum rum, das irgendwie wie so eine Parodie aufzufassen, wenn er dann da aus seinem Ding rauskommt und dann so den Blue-Steel-Blick aufschmeißt und dann da alle so und die mir so, Leute, das ist Jeff Goldblum. What the fuck? Er wird hier halt echt als der Geile verkauft und jetzt die Härte zum Produktionszeitraum waren Gina Davis und Jeff Goldblum verheiratet. Ach. Ach ja. Jeff und Gina. Wohlgemerkt schon ihre zweite Ehe und das ging auch nicht lang. Also von 87 bis 91 waren die verheiratet. Danach kamen auch noch zwei andere Ehemänner bei ihr. Renny Harlan war, glaube ich, auch mit ihr verheiratet, der Regisseur. Das war, glaube ich, auch der Ehemann von Gina Davis. Die war ja dann auch mit Michael. Weihnachten sozusagen da entstanden oder was? Naja, und Piratenbaut haben sie auch schon zusammen gedreht. Naja, ich meine, die haben die ja auch The Fly und davor noch einen anderen Film zusammen gedreht. Also die kannten sich schon auch von Dreharbeiten. Und zwischenzeitlich war sie wohl auch mit Michael McDonald verlobt. Ah ja. Also das bringt jetzt vier Ehen und noch ein paar Verlobungen auf den Tacho. Das ist schon, die war gut unterwegs. Und ist dann super spät wohl Mutter geworden. Ich glaube in 48 oder so. Von Jeff Goldblum? Nee, von ihrer vierten Ehe dann. Weißt du es? Wer das ist? Nee, ob nicht doch Jeff Goldblum. Ja, ja, nee, nee. Deswegen, weil hier jetzt sind wir von 87 bis 91 mit Jeff Goldblum. Man weiß es nicht. Ach so, du gehst davon aus, dass es... Ja, also er hat wohl schon auch in vielen Interviews gesagt, dass die auch gerne danach noch zusammengearbeitet haben und dass das wohl alles, naja, freundschaftliches Verhältnis. Ja, aber jetzt der eigentliche True-Effekt, den wollte ich gestern erzählen, der hat mir jetzt mal kurz den Raum verlassen. Also soll ich mich rübersetzen auf den anderen Spanien? Nee, nee, alles gut. Das spare ich mir auf. Und Kappe brauche ich noch, bitte. den Regisseur, Julian Temple. Sagt euch der was? Nein. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber... Ey. Schmale, 180 Regie-Credits. Alter. Ja, aber weil... Der hat wahnsinnig viele Musikvideos gemacht. Der fing schon 77 an für die Sex Pistols und dann halt so Sid Vicious und Judas Priest, dann irgendwann Depeche Mode und so die Richtung The Kings, Rolling Stones, David Bowie. Dafür sogar mal Grammy nominiert für so ein Musikvideo von Bowie. Neil Young, ewig viele Musikvideos gemacht und dann hier sogar hier von Brian Adams das Everything I Do ist von ihm. Also der hat schon wirklich viele bekannte Musikvideos gemacht. Deswegen hat er so viele Credits auf der Uhr, weil so fiktionale Langfilme hat der kaum gemacht. Also... Aber das war nicht sein Debüt? Oder war das sein Debüt? Nee, der hat absolute Beginners gemacht. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nur vom Titel. Ja. Ich hab mich da auch gefragt, war das eigentlich die Inspiration für die Truppe aus Hamburg? Oder was ist hier los? Ja. Und Bullet ist von dem. Ah, okay. Also der war ja danach dann, aber hier mit Mickey Rourke und Tupac. Tupac, ja. Ja, der war so ganz gut, oder? Ja, jetzt auch kein geiler Film, aber halt noch ein anderer Langfilm von ihm. Und der hatte auch dann so ein paar, also klar, viele Musikdokus auch. Und dann gab's doch diesen, der war glaube ich sogar in Cannes irgendwie ausgezeichnet. Kennst du Aria? Das ist auch so ein Filmprojekt, wo ganz viele Regisseure nur so einen kleinen Teil dazu beigesteuert haben. Das sagt mir was. Irgendwas sagt mir das. Halt auch so ein Musikfilm, wo dann aber ganz viele Regisseure ein Segment beisteuern. Ich kenne nur die Aria, die dann in 30er, 40er Jahren ein Thema waren. Die waren's nicht, in dem Fall glaube ich. Ja, alles klar. Ja. So, einen hab ich noch, oder nee, hab ich noch ein paar Leute vergessen in der Besetzung, weil Ted, der betrügende Verlobte, der Arzt, Dr. Love, wird von Charles Rocket gespielt. Den kenne ich ja tatsächlich primär als den Antagonisten in Dumm und Dümmer. Aber bei so der mit Wolf-Tanz und so war da auch dabei, also schon auch ein Name, den man in der Zeit kannte. Wieder mit Jim Carrey gedreht, ja. In die Härte ist, also die beste Freundin kennt die, die wird von Julie Brown gespielt, hier noch mit so einem Introducing Credit. Die hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, also das ist ihre Geschichte tatsächlich. Die wollte das ursprünglich, wollte sie auch Valerie spielen. Als das dann aber ans Studio kam, hieß es natürlich, nee, wir brauchen einen Namen dafür, so du bist nicht groß genug und daraufhin ist sie halt zur besten Freundin runtergerutscht quasi. Genauso autobiografisch wie bei 8 Mile. Fast, ja. Wahre Geschichte. Und dann spielt Michael McKean hier mit. Das war hier Chuck in Better Call Saul. Ja, ja. Und er spielt hier, Alter, übrigens, 248 Credits. Ja, der ist krass. Das ist unglaublich, weil der auch ganz viel spricht, so der hat halt wahnsinnig viele Sprecher-Credits auch. Und den kennt man ja, also gerade heutzutage eher so als den Anständigen und so. Und er spielt hier aber den Typ, der den Pool auspumpen muss und der das beruflich macht und der ist da mit so einem Van unterwegs und sagt die ganze Zeit Dudes und ist eigentlich eher so so ein Slacker. Bill und Ted-Typ. Übelster Slacker und halt auch so ja, so Surfer-Dude-mäßig, wahnsinnig tiefenentspannt und eben, der hängt dann halt auch mit den Finnländern ein bisschen ab und fährt die durch die Gegend. Und das Geile ist, dass der Rollen getauscht hat mit Charles Rocket. Weil ursprünglich sollte Michael McKean den Arzt spielen, der dann fremd geht und Charles Rocket eben den entspannten Pool-Typen und das haben die dann geändert. Okay. Schon irgendwie witzig. Naja, für die Valerie haben sich dann noch Madonna, Daryl Hanna, Elizabeth Shue natürlich, Justine Bateman, Molly Ringwald und Deborah Winger überlegt. Alter, das habe ich diese Woche erst erfahren, mit wem Daryl Hanna verheiratet ist. Und? War das Neil Young? Ich glaube, die ist mit Neil Young verheiratet. Naja? Ja, schon seit zehn Jahren irgendwie. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass die zusammen sind, Alter. Der ist mittlerweile 73 oder so und sie ist Mitte 50 und die beiden sind wohl verheiratet seit zehn Jahren. Voll krass. Okay. Neil Young und Daryl Hanna. Fiel mir nur gerade wieder ein. So, was kann ich noch erzählen? Die Produktionsfirma, das war ein ziemliches Hickhack, weil die haben eigentlich erwartet, dass das ein ziemlicher Hit wird, weil das Ding hat zehn Millionen gekostet. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, die ganzen Mädels, Entschuldige, die ganzen Schauspielerinnen, die ich eben aufgezählt habe, die haben das Ding ja abgesagt, bevor das dann Gina Davis wurde. Und für die Produktionsfirma hing da halt echt einiges dran. So, und jetzt war das Ding ein Flop, und zwar tierisch, weil der hat gerade nicht mal vier Millionen eingespielt. Und das war es dann mit der Produktionsfirma. Die waren, haben dann Insolvenz angemeldet und waren 92 raus. Das hat denen echt das Genick gebrochen. Ja, das musste dann auch ewig umgeschnitten werden, weil das hat, die wollten ein PG-Rating. Was natürlich mit dem Inhalt, wo es darum geht, dass sie eigentlich total untervögelt ist und dann ein paar notgeile Aliens ankommen, denkbar ungünstig ist, so in der Kombination. Erst recht, weil du hier dann permanent, auch wenn verpackt, aber halt Brüste inszeniert werden, von oben bis unten. Also ich meine, Angeline hat hier eine Nebenrolle. War Rezzi nominiert dafür. Hier die, von der es jetzt auch diese Biopic oder eine Serie gibt. Habe ich erzählt. Mit Emmy Rossum. Genau. Bei Emmy Rossum. Emmy Rossum spielt Angeline. Ja, ja, okay. Das war halt auch so ein Busenwunder, hat man glaube ich damals gesagt. Das Wort habe ich lange nicht gehört. Ich weiß auch gerade in Brauch. Bring in Busenwunder back again. Ey, frag mich nicht, aus welchem Teil des Hirns das gerade ausgegraben wurde. Aber weil die war ja so in den 80ern, ist die halt wirklich darüber bekannt geworden, dass die auf dieses Plakat gemietet hat, in Hollywood, an einer sehr prominenten Stelle. Die hat nichts sonst gemacht. Die hat nur das Plakat gemietet und war selber drauf zu sehen mit absurd Riesenbrüsten. Das war Angeline und ist damit zum Star geworden. Richtig krass. Und die hat halt, weil es voll in die Zeit passt, haben die hier halt so ein kleines Cameo gehabt. Also ihre Rolle ist auch nur Gas Girl, weil die halt an der Tankstelle dann auf die Finnländer trifft, also unsere Aliens. Und die kommen natürlich gar nicht klar, als die neben ihr steht, weil die dann kurz diese anspricht. Könntet ihr bitte mal ein paar Meter zurücksetzen? Ich will da an die Tanksäule ran. Und die, also wie echt in so einem Comic fallen denen halt schier die Augen aus dem Kopf. Ja, und dann fahren sie das Auto, was sie natürlich nicht können. Und, und, und. It's a whole thing. Und dafür war die echt Rezzy nominiert. Als Worst Supporting Actress musste sich Brooke Shields geschlagen geben für Speedzone. Super. Ja, Mann. Ja, und die Tagline auch schon, es gibt hier ein paar, aber eine davon ist herrlich. 8 out of 10 aliens agree, Earthgirls are easy. Oh mein Gott. So ein Kreuz. Ja. Ich kann null raushören, ob dir der Film gefallen hat oder nicht. Ja, da komme ich noch zu. Aller Guest... Weißt du, wie groß Gina Davis ist? Wie groß sie ist? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die recht groß ist. Die ist tatsächlich recht groß. Die ist 1,83. Ui. Schuhgröße 46. Eiei. Und ich dachte immer schon, Uma Thurman wäre ganz weit oben mit irgendwie 44,5, aber alter. 46 ist krass. Das ist eine Ansage. Hab ich. 46. Alter. Nice. Warum hat die noch nicht mit Tarantino gedreht? Tja, gute Frage. Was ist da los? Aber ich weiß ja nicht, ob es nach Größe geht, dass Tarantino sagt, je größer die Füße, desto sexier. Ja, Fußfetisch ist. Ja, bei Uma Thurman liegt der Verdacht halt nahe irgendwie. Ja, die hat schon auch ordentlich große Füße. Ja, eben. Liebe Fußfetischisten. Wir schweifen ab, Alter. Wo bleibt dein Aufruf, Alter? Weil ich vermisse heute. Kein einziger Aufruf. Ja, stimmt. Sonst bringt er das doch immer. Ja. Thomas Thurman hat ja auch ein bisschen weit auseinanderstehende Augen. Vielleicht ist das der Fetisch von Quentin. Ach so. Ja, aber dann hätte er die Kamera ja auf die Augen gehalten und nicht die ganze Zeit auf die Füße nicht. Er wollte ablenken, glaube ich. Weil so ein Fetisch ist schon was sehr Persönliches. Ach so. Und er selber hat den Film halt benutzt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, aber will halt das nicht komplett öffentlich machen. Deswegen die Füße. Hast du auch einen Fetisch, was so Körper angeht? Körper oder Körperteile? Nee, Körperteile mehr. Du meinst, ich bin so der Golden Handschuh-mäßig unterwegs? Nee, ich frage. Keine Ahnung. Körperteile? Ja. Nackenrollen oder so. Nackenrollen. Genau da, wo der Penis noch reinpasst. Ja. Er hat es gesagt. Tatsächlich. Okay. Okay. Ja, jetzt kommen wir mal dazu, wie ich das gefunden habe. Wie war es jetzt gefunden? Hast du den Fetisch oder den Film? Jetzt kriege ich die Menschen durch einen Rockkram-Pullover nicht mehr aus dem Kopf raus. Timberland wäre stolz auf dich. Ja, absolut. So. Ja, wie ich das gefunden habe. Da kann ich nämlich eine Kritik zitieren, die ich gefunden habe, weil die bringt, finde ich, also für meinen Geschmack ziemlich auf den Punkt, weil die Washington Post hat geschrieben, Earth Girls Are Easy ist das filmische Äquivalent zu billigem Champagner. Auch wenn er scheußlich ist, kitzelt er einen doch in der Nase. Und das ist schon irgendwie der Punkt. Weil, also der Charme, den hier gewisse Schauspieler mitbringen, der macht das echt erträglich. Weil sonst wäre das halt echt ein harter Unfall. Und deswegen ist der okay. So, das ist kein geiler Film. Es ist irgendwie aus heutiger Sicht schockierend, dass das alles so gemacht wurde, ne, weil das Frauenbild, was hier gezeichnet wird, ist halt zu hart, Alter. Also wirklich. Das, äh. Okay. Naja. Hello, wir haben 2022. Hello. Ja, eben. So, und das ist halt, das ist von 88, weißt du. Und klar haben wir das schon oft gesehen in der Geschichte, aber irgendwo auch bewundernswert, dass da so viele Leute dabei sind, aus denen halt echt was geworden ist. So, weil ich wusste nicht, dass dieser Film existiert. Und, genau, ich wollte dich auch fragen, wie bist du drauf gekommen, dir diesen Film auch reinzuziehen. Naja, ich finde ja so absurden Stuff schon oftmals recht interessant. Und hier waren halt tatsächlich ein paar von den Schauspielern, ich glaube, ich bin über irgendwie die Filmografie von, ich meine sogar Jim Carrey, drauf gestoßen. Und dann eben gesehen, wer hier noch so mitspielt. Und das ist ja irgendwie schon ein krasses Line-Up. Und Gina Davis ist tatsächlich, also, auch wenn die hier viele peinliche Dinge tun muss, so aus heutiger Sicht, macht die das eben wahnsinnig charmant. Und die ist schon irgendwie so zuckersüß in dem Film, auch wenn ihre, eben das Frauenbild, was hier dargestellt wird, halt eigentlich gar nicht klar geht. Ja, das glaube ich. Also, weil sie halt auch selber immer wieder drauf hinweist, dass sie ja gar nichts kann und nichts weiß und so. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum das Frauenbild nicht klar geht. Und dass sie das dann auch noch so krass unterstützen, weil es war, wie gesagt, ein bisschen ein Gefickel mit dem Schnitt hier, dass sie dieses PG-Rating überhaupt noch behalten können und so. Da ist eine Menge rausgeflogen und dann mussten die in der Post so ein paar Sachen nachdrehen und dadurch, dass die eh schon so ein paar Musical-Nummern haben, haben sie dann eben dieses Ding, was ich vorhin erzählt habe, I'm Blonde, und muss deswegen nicht anstehen, nicht nachdenken, nichts leisten und so. Den Track, den haben die dann halt nachträglich gefilmt und dann eben eingefügt. Ja. Also es ist kein Highlight, aber irgendwie war es nett und lustig. Verhältnismäßig lustig tatsächlich. Auch über die komplette Laufzeit? Nee, überhaupt nicht. Also hier ist natürlich wahnsinnig viel funktioniert. Überhaupt nicht. Wie leugend läuft der? Der geht eine Stunde und 40. Ja. Klingt sehr lang. Ich bin der Meinung, ich habe den gesehen auf jeden Fall. Ich habe mal die Kostüme aufgerufen und so hin und her. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Aber es ist wirklich urig lange her. Aber das klingt jetzt so krass. Naja. Er ist nicht in meiner Sammlung. Okay. Deine auch nicht. Nee. Das wird schon was heißen. Oha. Noch nicht. Aber hast du den mal gesehen? Nein, nein, nein. Du kennst den nicht? Okay. Also eben alleine aufgrund dessen, was hier für Leute auftauchen, ist das irgendwie sehenswert. Und ja, ist ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Das ist eigentlich total grausam, was hier passiert. Aber man kann dann doch nicht weggucken. Wobei, es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Also ich bin da echt gut durchgekommen und muss natürlich über wahnsinnig vieles hinwegsehen. Also deswegen, aber, ne, das ist ein Produkt seiner Zeit. Und wir hatten es neulich schon davon, dass es, also gerade aus heutiger Sicht, stellenweise echt schockierend ist, was es da so gegeben hat. Ey, Mann, wie hieß denn dieses Ding, was ich neulich hatte? Mit den Chicks. Da fragst du mich zu viel. Irgendwas mit Steinzeit Stone. Stone Age, danke. Stone Age, ja. Kennst du den? Nee, auch aus den 80ern oder was? Ja, ich glaub sogar 90er. Ich glaub, es war noch 90er. Das ist auch so hart, Alter. Ziehen halt auch zwei so Typen einfach abends los, weil sie nix zu tun haben und wollen sich halt besorfen und Chicks abchecken. Und da jede Frau wird konsequent einfach auch nur als Chick bezeichnet. Von allen. So, das ist irgendwie das Einzige. Heißt ja im Deutschen nicht sogar Chicks? Doch. So zwei Metalheads? Genau. Chicks total bekifft und irgendwas. Genau. Und Wild auf Hühner. Wild auf Hühner. Ohne Scheiß. Den hat mir mal ein Kumpel aus der Berufsschule irgendwie auf VHS sogar gegeben oder so. Okay. Den hab ich gesehen. Aber so empfohlen als geilen Film oder was? Weil das ist schon hart. Der war auch so kiffer und hat halt gesagt, zieh dir den mal rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den jetzt nicht so schlecht. Der war unterhaltsam. Der war nicht, also du gehst ja nicht damit ran, dass du sagst, okay, es wird jetzt ein anspruchsvoller Film, sondern der ist von der ersten Sekunde hohl. Beavis und Butthead eigentlich so. Ja, könnte ich gut mit leben. Also ich mag solche Filme, die auf dem Niveau sich abspielen. Deswegen bin ich da eigentlich voll empfänglich für. Aber boah, ich fand den echt hart. Ja, ich war zu der Zeit Hardcore Metalhead. So Slayer, Sepultura, Metallica, den ganzen Kram und so. Deswegen hab ich das Ding irgendwie gefeiert. Okay, gut. Wie hieß der mit Frasier, den wir hatten? Das war Airheads. Airheads, genau. Kennst du den? Den? Weil das ist auch so ein Metal-Ding, wo dann so eine erfolglose Metal-Truppe irgendwie in der Radiostation kidnappt, damit die endlich einen Song spielen. Ja, aber das ist auch schon lange her. Weil der wiederum, der hat irgendwie noch was. Der kam bei uns gar nicht so schlecht weg, ne? Ne, also ich fand ihn nicht so doll, du fandest ein bisschen besser. Ja. Aber ja, das war auch so eine Phase, Anfang 90er gab es so, gerade so Metal-affine Filme. Wayne's World und so ein Kram halt, ne? Ja, ja. Ja gut, da ist Wayne's World schon Königsklasse. Ja, na klar. Ja klar, stimmt schon, war schon so die Epoche von Beavis und Button und Co. Ja, aber ich finde halt solche Filme jetzt wie dieser hier, also ich bilde mir auch ein, dass der nicht groß hier rübergekommen ist. Überhaupt nicht. Leute, die nicht wirklich Film-affin sind, davon überhaupt irgendwas mitbekommen haben, weil sonst hätte ich Jim Carrey, wenn ich den damals schon mitbekommen hätte, wäre ich glaube ich auch früher Fan gewesen. Wie sollte der hier angekommen sein? Also ich meine, im Kino nicht, oder? Auf VHS, Videothek auch nicht, glaube ich, oder? VHS bestimmt in den Videotheken, ja. Aber eben, also wenn dann so ein Ding schon mein Liebhaber vom anderen Stern heißt, da so, da greifst du ja auch erstmal nicht hin. Nee. Und die Aufmachung ist halt auch so mit den, mit den Credits und den Schriftzügen und so, ist halt auch so ein bisschen so Looney Tunes mäßig, irgendwie so. Weißt du? Alles sehr bunt. Ja. Hat Britney Spears übrigens auch übernommen. Muss ich mal gucken, das Britney Spears Video. Ja. Oh Mann. So, jetzt genug davon. Die Punkte. 5,4, das ist schon nicht doll, gibt's auf IMDb. Metascore ist aber bei 66. Die Kritik ist also nicht ganz abgetörend. Rotten Tomatoes 5,5 von der Kritik und 3,1 vom Publikum. Letterboxd auch 3,1. Ha. Das ist ja besser als erwartet, muss ich zugeben. Ja. Ja, aber ich sag ja auch mal, also man kommt da gut durch tatsächlich, weil das hat eben, es hat so ein paar charmante, Momente und ich mach mal ganz ehrlich, wir gehören ja jetzt nicht zu den Leuten, die dann irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen und die Message dieses Films verurteilen. Nee, tut man nicht. Es ist halt eher so, wenn du das so komprimiert irgendwie in so einer Packung so vorgehalten kriegst, denkst du dir halt einfach mit so einem halbwegs aktuellen Mindset denkst du dir halt so, Alter, was? Wie krass, dass das mal das Ding war. Ja, ist halt gar nicht mehr zeitgemäß, aber für die Zeit hat's gepasst. Ja, voll. Was halt aber irgendwo auch krass ist, dass das mal ein Ding war, klar, dass ein Frauenbild so zu proklamieren irgendwo witzig ist. Ja. Aber ja, also eben Blondin jetzt. Ja gut, jetzt wollten die aber auch eine sehr dumme Frau halt darstellen so, ne, und jetzt nicht generalisieren, dass alle blonden Frauen dumm sind, oder? Doch, Alter, es gibt hier ein Lied, das heißt I don't have to think cause I'm blonde. Okay. Der Song heißt I'm blonde und muss deswegen das nicht machen und das, Bildung brauche ich sowieso nicht, brauche ich nichts lesen, weil ich habe einen Typ, der mir was vorliest. Also, original so. Aber wir erinnern uns, wie angesagt, Blondinenwitz. Ich wollte gerade sagen, in den 90ern so viele Blondinenwitz. deswegen meintest du ja vorhin richtigerweise, das ist hier irgendwo ein verfilmter Blondinenwitz. Hat jemand einen wirklich guten Blondinenwitz? Keinen blöden, sondern wirklich richtig guten. Gab's bestimmt. Doch, bitte mach mal Gäste, ich hab alle vergessen. Maseltoff. Danke. Ja, bringt jetzt jemand einen Witz, oder? Nee, ich hab keinen. Ich bin leider so schlecht mit Witzen. Ich hab nur andere Witze, die gut sind, aber keinen Blondinenwitz. Ach so, shit. Ey, jetzt sind alle Zuhörer so gespannt auf einen richtig geilen Blondinenwitz und jetzt bringen wir keinen. Aber dann bist du ja auch sofort der Sexist, wenn du den Witz jetzt erzählst. Das ist egal. Naja, also eben. Das wäre mir egal. Wenn's ein Witz von 1988 ist, dann passt das hier ins Fahrwasser des Films. Wobei mein Image als politisch korrekter Teil dieses Podcasts ist mir schon wichtig. Ja. Das will ich schon beibehalten. Mhm. Hast du einen politischen Witz? Politische Witze habe ich viele, ja. Aber die haben keine Pointe. Ich werde jetzt keine Witze erzählen, Dave. Na gut. Lieben muss man Witz erzählen. Warum denn? Ich hab doch jetzt gerade Punkte gesagt. Ihr müsstet eigentlich Punkte raten. Sag jetzt mal gut. Was? Okay, machen wir. Wer fängt an? Na du. Ja, hat er recht. Sechs. Mhm. Sechseinhalb. Boah, ich bin genau auch sechs oder sechseinhalb, aber jetzt will ich natürlich auch, na ne sieben ist es nicht. Ich hab auch keine fünfeinhalb mehr. Es ist natürlich eine sechseinhalb. Sechseinhalb ist richtig. Ja. Ich finde, sechseinhalb ist richtig. Krass für so einen Film. Aber nicht schlecht, Pascal. Geil. Ja, ich war selber so ein bisschen überrascht, wie gut er mich unterhalten hat. Wie gut du über Blondinen witzelachen kannst. Oh man ey, vor allem also Jim Carrey hier halt ne, natürlich am Dry-Humpen, bis der Arzt kommt und so. Der macht hier halt echt sein Ding. Das ist schon irgendwie geil. Ja, seine Anfangszeit war schon echt legendär. Super. Ja, cool. All right. So, jetzt haben wir einen Endstand. Wir sind sehr gespannt. Ja, ich glaube bei dir ist das, hat das noch gereicht. Ich hab gewonnen. Weil du hast 1, 2,5, 3 Miese. Ich bin auch dafür, dass Pascal gewonnen hat. Ich hab 3 Miese? Ja. Oh, ich hab auch 3 Miese. Und Pascal hat ein paar mehr. Der hat 5 Miese. Pascal minus 5. Und Dave gewinnt das Ding. Aber halt auch, das ist jetzt diese Krux mit dem Punkteraten von wir waren, also aktuell haben wir dir dafür nichts abgezogen, deswegen würdest du gewinnen. Dave, äh, Gess und ich sind fein damit. Hast du halt mal einen kleinen Vorteil gehabt, aber ist cool. Du hast 2,5. Okay, du hast 2,5 gekriegt, hast insofern die beste Punktzahl, hast aber auch 1,5 weniger geraten. Aber Dave, sag mal ganz ehrlich, du wusstest mein Rating, aber nachdem du gehört hast, was ich über den Film gesagt hab, was hättest du gedacht, was ich eben... Ja, ja, schon so die Richtung. In die Richtung. Ich hätte schon eine 5,5 gesagt. 5,5 oder so, ja. Hast du ja Glück gehabt. Lügenbold. Und Busenwunder ist schlimm, oder was? Du Lügenbold. Na, na, na. Haben wir ein paar geile Worte etabliert nochmal. Ja, wir sind ja auch von der Emsigkeit unserer Gäste schwer beeindruckt. Voll, ja. Wir wollen nämlich Emsig wieder zurückbringen. Emsig. Und jetzt Busenwunder. Emsig ist doch ein schönes Wort, oder? Busenwunder jetzt auch. Ja, bringen wir jetzt auch zurück, definitiv. Das gefällt mir. Das gefällt dir? Ja. Gibt es da eigentlich ein aktuelles Pendant? Das ist Samantha Fox. Aktuell, Alter. Voll in 88 hängen geblieben. Geil, ist jemand der Fox. Ja, meinst du, da hat sich irgendwas gernat an der Oberweite? Ist immer noch ein Busenwunder. Ein 80-jähriges halt, aber immer noch ein Busenwunder. Ja, aber er weiß überhaupt nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich habe gefragt, ob es für den Begriff ein aktuelles Pendant ist. Ich wollte nur ein lustiges Wortwitz bringen. Hat gut geklappt. Pendant für Busenwunder wäre, glaube ich, politisch nicht so ganz korrekt, wenn man sowas machen würde. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein aktuelles Pendant gibt. Das wäre sofort in der Presse. Ich bin bei Hügeln, Hügeln, Hügel. Hügel, Hügel, Hügel. Was ist das für Hügel, Alter? Keine Ahnung, worauf der hinaus will. Oh Gott, oh Gott. Hügelwunder. Haben wir hier Wunder wieder am Start? Hügelwunder, Alter. I'm using that next time I need a climax. Hügelwunder. Das berühmte Hügelwunder. Nee, keine Ahnung. Es gibt ja auch keine Busenwunder, mehr, weil das sind ja eher grazile Frauen, die gerade angesagt sind. Ja, Ross Mayer war nicht mehr am Leben. Klar, also. An der Taylor-Joy und diese ganzen doch eher, weiß ich nicht. Das ist die erste, die dir einfällt. Halo ist schon eine andere Generation, wenn du jetzt wieder mit der um die Ecke kommen willst. Aber die ist doch kein Wunder, oder? Nee, gar nicht. Ja, aber die ist kurvig. Für ihren Ass eigentlich eher bekannt. Hast du gesagt. Die letzte, die mir einfällt, ist die, wie hieß denn die von diesem Machine Gun Kelly? Dolly Buster. Achso, Megan Fox. Megan Fox, oder? Die war ja auch noch so gemacht und so, oder? Ja, Busenwunder. Aber dann habe ich mich auch nicht als Busenwunder. Nee, aber jetzt sind ja gerade Busenwunder, wie oft wollen wir das eigentlich noch sagen, in der Filmbranche eh nicht so wahnsinnig verbreitet. Ist das so? Und das war ja, wenn du jetzt eine Samantha Fox nimmst, dann ist ja die Filmografie von Samantha Fox ist ja schon auch überschaubar. Ja gut, aber es gibt eine Filmbranche bestimmt auch bei Nostra Samantha Fox. Natürlich. Aber trotzdem hast du ja wenig Schauspielerinnen, die mit einer auffällig großen Oberweite daherkommen. Ja. Guck mal hier, die kleine von Mother Family ist ja dann sogar hingegangen, hat sich die Brüste verkleinern lassen. Stimmt. Aber das hatte gesundheitliche Probleme auch. Alex, ja. Ja, wegen dem Rücken und so. Ja gut, so in den 60ern hatte man Jane Mansfield und so, da hatten wir schon so ein paar Sexbomben, und die waren schon sehr üppig. Ja, diese Ross-Meyer-Filme, ne? Wixen und Ultra-Wixen. Ja gut, okay. Die wurden ja deswegen auch besetzt. Nee, das Letzte, was mir einfällt, ist... Nee, aber das meine ich jetzt. Sind doch mal so eine gestandene Schauspielerin. Welche von denen hat denn Riesenbrüste? Also in der Regel... Gestandene Schauspieler? Ja gut, okay. So richtig, richtig, ja. Ich meine, gut, du hast schon recht, du hast schon so Leute wie Alessandra Daddario und so, die sind schon eher curvy, als die sind jetzt nicht komplett... Also du hast schon verschiedene Typen, aber richtig eine mit einer Riesen-Oberweite wäre wahrscheinlich nicht förderlich. Ja, erst recht nicht, dass das so ein Aushängeschild ist, dass du die dann eben als Busenwunder bezeichnest, wie jetzt eben Samantha Fox, wo das quasi der USP so... Ja, literally. Ja, literally. Was wolltest du sagen, Dave? Nee, A Dirty Shame fällt mir halt irgendwie noch ein, von Anfang als 2000er. Aber das war ja, glaube ich, CGI gemacht, ne? Von wem sprichst du? A Dirty Shame, dem Film. Was ist denn A Dirty Shame schon wieder? Waren das nicht die Wayans, Brüder? Nee, das war, glaube ich, der Regisseur, der auch Hairspray gemacht hatte. Ach so, John Waters war das. John Waters, danke. Genau. Egal. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, was A Dirty Shame ist. Das ist ein Film. Und da gibt es halt eine sehr großbrüstige Frau, das ist aber, glaube ich, CGI gemacht. Ich habe den Film gesehen. Ja, aber der hat ja auch so Tracy Lawson seinen Film besetzt und so. Also du nennst ja jetzt nur Filme, wo irgendwelche Pornostars besetzt worden sind. Ja, eben, das sind dann Porno-Ladies. Das ist ja keine Schauspielerin. Nein, nein, das war, warte, haben wir gleich. Fällt dir noch ein Busenwunder ein? Mir fällt noch eins ein. Lollo Ferrari. Lollo Ferrari, ja. Alles krasse Schauspielerin. Rip, rip. Zahri Neu war auf jeden Fall auch ein Busenwunder. Zahri Neu. Auch oben ohne in ihrem Film. Ja, auch gerne mal unten ohne. Wir haben ja schon immer wieder mal blank gezogen. Einen Hinter, den man nicht oft sehen wollte, den Film, aber man hat ihn gesehen. So, Dave klärt nochmal auf und dann werden wir uns verabschieden und bedanken uns nochmal bei allen Supportern. Ja, für alle, die jetzt verwirrt waren, was das Punkte-Ding angeht. Dave hat gewonnen, aber das heißt, Guess und ich haben einen Unentschieden. Wir haben einen Unentschieden, richtig. Also wir kriegen diesmal keinen Punkt in dieser Episode. Und das bleibt beim Ruhm reichen. 5 zu 1 für Lee. Also es wird schwer einzuholen in diesem Monat. Und Dave ist im Lostopf. Dave ist im Lostopf. Juhu, endlich mal. Selma Blair. Die hatte da sehr groß gemachte Brüste in dem Film. Selma Blair, okay. Selma Blair. Ja gut, dass das dann eben jetzt so Emmy-Rossel-mäßig für eine Rolle mal gemacht wird. Was übrigens echt beeindruckend gut gemacht war. Ich habe da mal reingeguckt. Das ist so krass, Alter. Naja, auch hier bei Pam & Tommy war das ja krass, wie sie ihre Brüste hinbekommen haben. Das ist schon mittlerweile, das ist echt gut. Ja, das ist die Maske. Alright. Ja, dann bleibt uns zu sagen, danke an unsere Gäste. Ja. Vielen Dank. Pascal, Dave, cool, dass ihr da wart. Ja, sehr cool, dass ihr da wart. Viel Spaß gemacht. Das war sehr lustig. Wollen wir mal einen kleinen Sneak-Pick geben auf die nächste Episode, was wir an Auftragsfilmen bringen? Ja, mach mal. Also wir reden über Future World für Fabse und Hustler Vista für Lukas. Diese beiden Auftragsfilme werden in der nächsten Episode abgehakt. Das wird dann wieder eine Solo-Episode mit Lee und mir. Da dürft ihr nur mit uns Vorlieb nehmen. Aber trotzdem war es lustig heute und bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns hier so begegnen. Ich hoffe auch. Ja, klar. Das wäre schön. Dave? Kommst du wieder? Dave ist am Recherchieren. Kommst du wieder, Dave? Der guckt gerade Busenwunder an. Blondin-Witze. Er ist jetzt völlig so in der Welt und nach seinen drei Bier ist er jetzt in diesem Rabbit Hole der Busenwunder abgetaucht. In dem Rabbit Hole Busenwunder und er registriert gar nichts mehr. Ja. Die Witze sind alle gut, die ich jetzt hier gerade google. Ach, er google Blondin-Witze. Oh mein Gott, Alter. Oh, I'm out. But have fun. Komm mal rein, dann drücke ich die Outro. Alter, den habe ich noch nicht gelesen. Warum stellt eine Blondine den Computer auf den Boden? I don't know. Runterfahren. Computer runterfahren. Damit er nicht abstürzt. Guess war es ziemlich gut. Juhu. Bewegt Bild Banausen. Eine Blondin-Witze. Dat befreutete. ZE R Settings. Das ist ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Alles ist mit ihrem